Jo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr schon seht, das Video ist etwas länger, das ist ein alter Stream, der jetzt im Monat glaube ich schon alt ist, ein bisschen länger glaube ich und ja, ich wollte ihn jetzt einfach nur nochmal hochladen, da ist der Pascal auch noch dabei. Ja, der Anfang fehlt jetzt, die ersten 10 Minuten, weil da nichts Spannendes passiert ist, aber seht einfach selber und viel Spaß mit dem Video, haut rein! Äh, ja, 5,5 Stunden, tschüss! Die Frage, womit wollen wir heute anfangen? Ich hätte halt Lust ein bisschen zu Stripmine, ein paar Erze holen, ist halt die Frage, was wir machen wollen. Okay, so offline, so, wenn ich jetzt anfange, geht es dann nicht automatisch, ne, hoffentlich weiter? Ja, normalerweise. Dass wir reißen, 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 genau, reißen. Hm, yummy, reißen. So, ich mag reißen. Ja. Kommt das rein? Hier. Dann kommt das nach hier und das nach da. Jetzt hört hier gerade noch ein bisschen Blumen ein. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich an, ein bisschen zu Stripmine, oder? Äh, ja. Klar. So. Wo kommt das hier hin? Nach hier? Da habe ich jetzt zwei gekommen, nach da. Ich weiß gar nicht, wir haben ganz schön hier auf der To-Do-Liste, was wir im Stream machen können. Das ist, ähm... Ähm, ja, einiges. Ähm, also ich habe auch noch eine kleine To-Do-Liste auf, auf dem Handy gemacht und das ist praktisch eigentlich unbewältigungsbar. Heißt das so? Keine Ahnung. Es ist eigentlich gar nicht schaffbar im heutigen Stream, aber wir werden probieren, so viel wie möglich, äh, doch zu machen. Kriege ich denn den Chat größer? Bist du im Dashboard gerade? Ja. Du brauchst den Chat gar nicht so groß haben. Äh, bevor nächstes Stream erkläre ich dir dann mal, wie das funktioniert, so, du kannst dann, ähm, noch... Ja, die Dinger verschieben. Nee, nee, du kannst das auch noch so alles einstellen, dass du, ähm, im Stream den Chat drin hast und, ähm... Achso, ja, ja. ...stream dann deine Folgen. Äh, löbe. So, dann versuche ich jetzt mal, dass es funktioniert. Ähm. Ähm, also eigentlich müsste jetzt alles funktionieren. Ich hab halt das Thumbnail jetzt nicht drin. Äh... Nee, gibt's ja eh nicht. Bei Twitch gibt's keine Thumbnails. Achso, na gut. Oder hast du schon mal einen Twitcher gesehen? Der einen Thumbnail hat? Einen Twitcher? Einen Twitcher hab ich noch nicht gesehen, nee. Er heißt ja doch Twitcher. Ja, okay. Achso, okay. Oder hatte Gronkh zum Beispiel schon mal einen, ähm, Thumbnail drin? Ich glaube ja nicht. So, kann ich mich hier irgendwie... Ah, ja. Ah, okay. Ähm. Hä, lol. Ja, Leute, warte mal. Ähm. Test, test. Okay. Warte noch mal. Test. Okay, bei mir werden, ähm... Also, das ist halt der erste Stream, der funktioniert ja schon mal richtig gut. Warte mal. Ähm. Streamlabs. Ähm, warte, genau. Frank hat was geschrieben. Ähm. Seit ihr angefangen habt, war die Verbindung zum Chat getrennt. So, also ich, äh, fang denn jetzt auch mal an, ja. Ich, ich, ähm, guck mal, ob jetzt auf das geht. Okay. Ähm. Ich probier jetzt mal einzustellen, dass der Chat noch im Stream angezeigt wird. Ich weiß nicht, warum das grad nicht geht. Jetzt regt mich auf, ohne Spaß, warum funktioniert heute gar nix. Ich hab, ich hab schon lange nicht mehr solche Probleme beim Streamen gehabt. Auf Deutsch stellen. Und dann... Ähm, ähm, ähm. Ist ja auch alles mega hässlich jetzt gemacht bei Streamlabs. Geht ein Stream inzwischen? Ja. Nein, also ich hab noch nicht angefangen. Muss man bei dem Streamschlüssel das Live davor mitnehmen? Ja. Okay. Das gesamte, was da drin steht, gehört alles zum Streamschlüssel. Hier, Chatbox. Was ist, wenn ich Reset-Schlüssel mache, denn ist das ein neuer, ja? Ja. Okay. Okay. Struck C. Ach, dem muss noch mal was testweise in Chat schreiben. Okay, funktioniert nicht. Sehr toll. Ich muss noch mal was testweise in Chat schreiben. Ja, toll. Heute funktioniert echt gar nix. Das ist echt traurig. Ähm. 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 So, also jetzt müsste es funktionieren. Chatbox. Follower-Goal. Gucken wir mal. Man kann allerdings Follower-Goals machen. Nein, das geht immer noch nicht. Konnte nicht mit der AKL-Kanal oder System-KL zugreifen. Bitte überprüfen Sie eingegeben, dass Team-KL richtig ist. Wenn er richtig ist, Probleme mit der Verbindung zum Server gegeben haben. Hä, warum denn? Hast du auf Twitch eingestellt bei OBS? Oder bist du immer noch auf YouTube? Siehst du? Äh. Äh. Warum steht da USA? Äh, da wird EU-Frankfurt. Die gesamten Alerts funktionieren gerade nicht. Echt, ich krieg's kotzen. Hier funktioniert ja heute gar nix. Auch kein Statement irgendwie. So, äh. Dann probiere ich es jetzt nochmal. So, jetzt muss es gehen, glaube ich. Also, äh. Ja, moin Leute. In meinem Stream. Äh. Ein paar kleine Komplikationen sind im Weg gewesen. Aber jetzt haben wir es doch geschafft. Ähm. Jo. Läuft auf jeden Fall. Ich glaub, es läuft. Ja, es läuft. So. Äh. So, Kian. Ja, Entschuldigung. Leute, bei mir ist es nicht überhaupt gar nix. Ähm. Im Moment bin ich über die App und werde aber bis auf eine Kurzunterbrechung dabei bleiben. Wenn ich dann kurz aufgehe, melde ich mich. Okay. Super. Das ist nett, Frank. Wieder ein vernünftiger Motte im Chat. Auch schon lange nicht mehr. So, Leute. Wir machen jetzt einfach so weiter, wie es ist. Ganz ehrlich. Das geht mir gerade alles ein bisschen auf den Senkel. So. Ich mach mal mein Inventar ein bisschen leer und dann können wir strippen eingehen, oder? Jo, äh. Wo bist du gerade? Äh. Unten im Lager noch. Achso. Na, dann komm ich mal runter, will ich sagen. Jo, hallo an einen Zuschauer. Was geht bei dir? Schreib den Chat voll. Schreib den Chat voll. Muss sein, dass du einfach der eine Zuschauer bist und der da angezeigt wird. Äh. Nein. Nein. Ich weiß gar nicht, ob man selber mitgezählt wird. Ja, du hast das Dashboard außen, oder? Äh. Ja. Ich weiß nicht, ob das schon mitgezählt wird. Nee, ich glaub nicht, weil das stand eben noch nicht da. Okay, na dann. Ich hau das jetzt erstmal in den Rucksack und dann fangen wir jetzt an zu strippen ein, oder? Jo. Denn. Äh. Ich hab auch noch den Hammer. Gut dann. Den Diamanthammer. Den Diamanthammer. Ich weiß nicht, soll ich mir auch nochmal einen machen? Nee, mach den nicht aus Diamant. Ich würde, wenn dann aus Eisen machen. Ja, aber die Sache ist, wir werden ja beim Strip meinen Diamanten finden und dann refinanziert sich das. Aber wir haben schon richtig übel viele Diamanten verschwendet. Wir machen, einen mach ich mir noch. Ein. Okay, ein. So. Aber nur ein. Nur ein. So. Warte, ich brauch noch ein bisschen, ähm, Holz. Ich däme ein Steak Holz mit. So. Ja. Mach es. Ich glaub, ich hab auch noch, ja, ich hab noch was bei. Ich hätte auch einen Fernseher und ein Radio noch dabei, falls es uns langweilig wird, wenn es mit meinen. Mach ich gerne an. Nee, danke. Irgendwann ein bisschen Musik. So, ähm. Hallo. Achso. Okay, dann nehmen wir noch was mit. Ein bisschen Eisen. Ich hab mal 64 Eisenbahnen, falls wir noch irgendwas brauchen da unten. Achso, ja, und Essen brauchen wir ganz dringend. Und Fackeln. Äh, Cheezys sind oben. Cheezys sind oben? Okay, dann. Fackeln, ja. Fackeln hab ich gar mit. Weil das Flutlicht reicht leider ja nicht so weit. Ich hab gar keine Fackeln. Muss ich mir jetzt mal welche machen. Na gut, ich hab mir jetzt erstmal welche gemacht. Weiß nicht, ob das für uns beide reicht. So. Wie viel hast du? Äh, ja, 64 und 24, aber... Mach dir lieber auch nochmal welche, man kann nicht genug haben. Jo, nice, ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Ich hab jetzt ein bisschen viel, aber... Naja. Wie viel? 4, 4, 4 mal 64. Ja, das geht ja noch. Das geht ja noch. Ja, vielleicht brauchen wir es irgendwann. Das tun wir einfach irgendwo unter den Schienen. Äh, wo ist das, meinen wir denn bitte? Naja, da, wo wir... Ach, bei der U-Bahn. Bei der U-Bahn, genau. Äh, da sind doch noch Schienen. Das heißt, wir könnten doch gleich dann eine Lohre mit runterlegen, also... Ja, dann brauchen wir aber auch Kies. Achso. Äh, willst du da mit Kies runterlegen? Ich hoffe, das wird nur so eine ganz... Nee, ne, bis da unten möchte ich mit Kies machen. Und da unten machen wir dann ganz normal weiter, so eine billige. Achso. Ja, dann brauchen wir jetzt keinen, oder? Das ist jetzt nicht, das ist dann zu umständlich. Können wir nachher vielleicht auch... Und Spaß, Pascal, das wird einfach nicht mehr lustig. Das war von einfach nicht mehr lustig. Du machst es jetzt jedes Mal. Ja, wir grinst sind da, wo er das sagt. Ich habe nicht gegrinst. Ich habe geweint. Oh. Oh, Mann. Und deine Brücke. Ich dachte gerade, aber scheiße, wir müssen rüber schwimmen. Aber wir haben jetzt eine Brücke. Wir haben eine Brücke. Ja, wir haben jetzt eine Brücke. Ja. Geil. Und den muss ich unbedingt nochmal leiser machen. So. Frank, kannst du bitte nochmal die Relation ansagen, wegen unseren Stimmen irgendwie, ob das hinhaut oder ob einer zu leise, andere zu laut ist oder so? Das wäre echt nett. Aber wozu habe ich den Motz? Also, damit man was sieht, nehme ich mal so eine Fackel in der Hand. Ähm, Pascal, du übersteuerst leicht. Yo. Ich habe mir jetzt ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, es geht jetzt. Wenn Pascal übersteuert, dann liegt das an ihm, weil mit übersteuern habe ich nichts zu tun. Ich habe nur was mit zu laut, zu leise zu tun. Wirklich übersteuern kann ich eigentlich nichts. Ja, ich aber auch nicht. Wie soll ich übersteuern? Nein, denn dein Mikrofon, der wird generell zu laut gestellt. Weiß nicht, nehmen wir das mit, das Flutlicht? Nee. Ähm. Ja, lass mal mitnehmen. So, ich würde sagen, wir graben uns erstmal noch ein Stück rein. Jo, können wir machen. Gräbst du den Boden unten? Wir haben keine Schaufel mitgenommen. Doch, ich habe eine Schaufel. Ich grabe. Und eine 4x4er? Nee, eine 3x3er. Okay, warte. Oh. Ja, so geht das nicht. Hm. Die Sache ist, das wird jetzt gleich nicht viel bringen. Wir müssen jedes Mal das nochmal neu aktualisieren, praktisch das Licht. Ja, aber das reicht auf 50 Felder. Nee, nee. Pass auf. Oh, du bist so ein Horst, ohne Spaß. So, ähm. Die Sache ist, pass mal auf. Nichts gegen Horst. Das Licht leuchtet, das Licht leuchtet ja jetzt nicht weiter, pass mal auf. Das leuchtet immer nur so weit, wie der letztplatzierte Block war. Siehst du, jetzt leuchtet es bis an die Wand wieder. Ach du Kack. Ja. Er hat sich das denn einfallen lassen. Ah, da müsste man rein theoretisch so irgendeine Rotationsquelle oder so machen. Kannst du den Boden bitte noch rausnehmen? Ja, ja, mach ich. Gut. Mach das aber nur so flüchtig. Naja, irgendwann müssen wir es ja eh vernünftig machen. Ähm. So. Frank ist jetzt besser mit den Übersteuern oder übersteuert Pascal immer noch? So, hab hier Strip-Mine nur. Oh, wir haben ja auch schon was gefunden. Eisen. Ups, so, ja. Nimm mit. Alter, ich muss ja auch eine Schaufel machen. Ah, da reicht aber auch einer aus, Dings. Ja, Mario. Ich habe ja gar keine Diamanten bei. Mario auch. So. Also, wenn ich immer noch überschaue, kann ich auch mein Mikro... ...ein bisschen leiser drehen. Das würde auch funktionieren, aber... ...äglich hatte ich noch keine Probleme mit Übersteuern. Keine Ahnung, aber bei mir bist du wirklich... ...du schlägst bei mir ein bisschen doller aus. So. Ach, Mann. Es ist vielleicht echt nicht das schönste Strip-Mining-System, aber... ...ein äußerst effektives. Ah, du, und hier ist so viel verdammter Kies, das ist richtig eklig. Yo. Schrei, wenn du Diamanten findest. Ich oder was? Nee, du bist ja der Chat. Du bist ja der Chat. Ähm, wie soll man sagen, die Stimme etwas gequetscht? Was heißt denn gequetscht, Frank? Wie soll man sagen? Na, Deutsch vielleicht. Also... Wie, was meinst du damit gequetscht? Also, ich hatte noch nie ne Quetschung. Wenn du das meinst. Naja, so im Glied vielleicht? Nee, nee. Zwischen den Pobacken eigentlich. Hab ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. So. Und Eisen. Eisen nehmen wir mit, oder? Eisen nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Salz bitte auch. Und Diamanten bitte auch. Okay, okay. Okay, okay. Nichts überfordert, bitte. Kohle auch, oder? Ja, alles. Aber Kohle jetzt nicht so unbedingt so zentral, oder? Doch. Ich nehm jetzt nicht jede Kohle. Wir haben nämlich keine mehr. Ich nehm jetzt nicht jedes Kohlefeld, weil ich sehe mit. Doch. Nee. Oder immer, wo hab ich die hinsetzen? Wir brauchen Kohle. Ein bisschen gequetscht, das könnte, ähm, wirklich dann am Pascals Mikrofon liegen. Also, ich hab jetzt kein 200 Euro Mikrofon wie Kilian, ja? Das darfst du jetzt nicht vergessen. Nee, hat 200 Euro. 188. Ähm. Ja. Ein ganz großer Unterschied. Ich hab ein Headset, das hat zu viel gekostet, aber... Geh, Koffer. Ja. So. Gut, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass das, dass das so die sinnvollste Investition überhaupt war, die ich gemacht hab, aber... Weil dein letztes Mikrofon sich genauso ankam. Nein, das stimmt nicht. Das hat dir anders angehört. Nee. Du hattest nicht den direkten... Angehört hat sich's genauso, aber vielleicht raus. Vergleich mit Audio, ähm, Spuren und so. Es ist, äh, ist schon eine andere Qualität. Naja. Das hört halt der Laie nur nicht. Und, Alter, ich mach hier ständig die Fackeln alle weg. Nice. So, und ich hab schon ganz schön viel Lapislazuli. War hier nicht irgendwo Eisen? Ja, hier. Nee. Gold! Oh, Gold! Der Fang hat schon wieder weggemacht. Da, Gold nehmen wir auch mal. Gold gefunden. Ja. Was? So, hier Lapislazuli. Okay. Okay, gar nichts. Wir müssen uns unbedingt solche Helme holen. Mit dem man, ähm... Funktioniert ja nicht, oder wie? Naja, der funktioniert nicht, aber man gibt ja noch andere Mods, die funktionieren. Oh, Art. Der schont leider, dass wir grad die ganze Welt unter uns irgendwie schrotten. Was ist denn schrotten? Wir hätten vielleicht ein bisschen weitergehen können, aber... Was machen wir denn auf der Ebene? Wir sind auf Höhe 16. Ja, gut. Wir werden nie was bauen, oder ähnliches. Ich baue hier erstmal ein bisschen weiter. Weiß nicht, ob es vielleicht doch ganz effektiv ist, in die Seiten mal ein bisschen reinzubauen. So. Ja, Frank, könntest du bitte... Es sieht aus wie so ein... Ja, ja, röd. Ja, ja, röd. Nee, nee. Frank, könntest du bitte nochmal erklären, was du damit gequetscht meinst? Weil ich kann mir darunter echt nichts vorstellen. Ja, der, der ja rätselt jetzt. Ich glaub, Frank rätselt selber, was das sein soll. Was mein ich damit? So. Ähm. Macht dir nix draus. Mein Headset ist auch nicht besser. Ist nicht mal ein echtes, sondern was zum Telefon gehört. Ja. Wer hat das geschrieben? Frank. Frank. Ja. Ja, Frank. So, ähm... Nein, ey, es ist ja auch eigentlich voll sinnlos, so ein Headset oder so ein Mikrofon zu kaufen, wenn man das so und so nicht braucht. Also, ist ja... Ist ja jetzt eigentlich... Ja. Muss aber sagen, das ist für mich persönlich keine Geldverschwendung, aber ich äußerst zufrieden bin. Ja, du machst ja auch YouTube und du streamst und so, da kann man das vielleicht auch mal überlegen, sich zu kaufen. Ja. Wenn man das schon länger macht oder so, ja. Aber wenn man das nicht braucht, wenn man einmal in der Woche online ist oder... Oder sonst vielleicht arbeitet und... Ja, braucht man das nicht. Was soll man damit? Na. So. Alter, mit dem Hammer geht das aber echt krass schnell. Hast du schon Dias gefunden? Ne, Dias noch nicht, aber Gold und Eisen habe ich halt schon. Geht echt schnell? Ich habe ja noch nichts gefunden. So. Noch nichts? Doch, doch. So ein bisschen. Doch, doch. Stein. Ich mache das erstmal hier alles zu Bruchstein, weil ich ja einen Scheiße finde. Scheiße auch, ganz, ganz viel. So, und ich brauche eine Truhe, denn ich habe keinen Platz mehr. Goldnuggets brauche ich nicht. Tschüss. Doch, Goldnuggets brauchen wir. Die kann man zu Goldbarren craften. Und Kies bitte auch alles mitnehmen. Ja, ja, ich habe genug Kies. Alter, das mit dem Lichtmanagement, das stört ein bisschen. So. Und mit den Kies. Ich mache hier mal an unserem Hauptweg so eine Kiste, wo ich jetzt mal den ganzen Kack reinpacke, weil ich habe keinen Platz mehr. Oh, mach das. Wir haben es ja. So. Wir haben es ja. Wir haben genug Holz, um eine Kiste zu machen. Darauf kann man stolz sein. Darauf kann man stolz sein. Oh, eine Höhle. Gold, Eisen, Lava, ähm, Redstone, Gold. Ach so, ich hätte vielleicht erstmal eine Craftingbank gemacht können. Eine Craftingbank. Eine Craftingbank. Craftingbank. So. Okay, das ist gerade ziemlich effektiv hier. Oh, Lava. Hä? Ähm. Und ich mache schon wieder eine. Ach so, ich habe ja bloß eine gemacht. Mir fällt es auch noch auf und ich höre nicht. Ach, egal. So. Immer noch keine Dias gefunden. Ne, ich nicht. Wir müssen irgendwie mal an Lava so rankommen. Dann sind auch die Dias. Na, ich bin gerade an Lava. Ach so. Also das ist nicht nur, weil Lava da ist hinter dir. Also das kann man auch nicht sagen. Ne, aber ich glaube, da ist die Chance vielleicht ein bisschen höher. Ah, in Toreto schon. Bäh. Lava. Ähm. Frank, du kannst ja, wenn du ja live unsere Wurzel runterlädst, auch gerne mal mit auf den Server kommen oder so. Wir hatten ja gesagt, wir laden auch gerne mal ein paar Gäste mit ein. Jo. Also. Und einen Minecraft-Account hast du ja. Ach so. Frage ist bloß, ob es mit Live in the Woods schafft, der PC. Doch, Frank hat einen guten Rechner. Ach so, okay. Mit Shader vielleicht nicht direkt auf 100 FPS, aber das sollte schon durchaus möglich sein. Warte. So. Äh. Ich muss hier diese ganze Höhle jetzt mal uns schlachten. Habe ich eigentlich überhaupt keine Lust darauf, die Höhle auszuschlachten. Aber okay, ich habe die jetzt. Okay. Und zwar wie viele? Mal vier Stück erstmal. Hm, reicht auch. Wären es noch mehr? Ne. Ne. Ja, aber ne. So. Die Level so sprießen. Was? Und sich über dein Herz ergießen. Alles klar. Oh, ich wollte es poetisch. So. Entschuldigung. Kein Problem, du kannst ja auch nichts dafür. Ne, ich kann nichts dafür. Stimmt. Ähm. Was haben wir hier noch? Ähm. Eine Höhle, okay. Entschuldigung, was ist das? Ne. Vielleicht ein bisschen gefährlich, sich so hinzustellen und dann unter sich wegzubauen. Ja, das soll das überhaupt gar kein Fall machen. Ist halt erstaunlich. Ähm, weißt du, was geil wäre? Ähm. Wenn du jetzt sterben würdest. Ne Diamant. Ne Diamantspitzhacke, die leuchtet im Dunkeln oder so. Weißt du? Ah, ne verzauberte leuchtet da auch? Nein, aber die hat ja keinen Leuchtradius. Die leuchtet halt, aber die hat ja nicht wie ne Fackel. Das wäre halt cool. Denn brauche ich nämlich tausend Fackeln. Das ist halt, als ob du mit ner Fackel in der Hand drüber nimmst. Ja, das wäre neid. Vielleicht gibt's da irgendeine Mod, die wir rauf klatschen können. So. Schauen wir mal. Wie viel Eisen hast du schon? Äh, 45. Ich dachte, ich hab halt so ne Mega-Rüstung, weißt du. Ähm, ich kann damit in Lava halt schwimmen. Das heißt, wenn ich jetzt in Lava falle, ich würde halt nicht mal sterben. Echt, ja? Das war schon im Nether, deswegen hab ich auch überlebt. Ich würde brennen, ja, aber ich würde halt, ähm, würde halt so ne Minute brauchen, weil ich sterbe. Also, ich will's jetzt auch nicht ausprobieren, aber im Nether hab ich schon echt lang überlebt damit. So. Ja gut, meine Rüstung ist ja jetzt selbst gequraftet. Ja, blöd. Meine Ausgerüstung, hab ich ja gesagt, zieht nur an, wenn wir irgendwo hingehen. Ja, aber wie, äh, wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt diese Waschmaschinen und so haben, ähm, ist das ja jetzt sogar tatsächlich... Ja gut, könnte man schon machen, ja, aber... Oh, ich bin zufrieden mit der Rüstung hier. Ich glaub, die haben wir in Atlantis gefunden oder so. Ich muss halt nur den Namen... Ja. Ich muss halt nur den Namen vom Helm noch untercraften, damit ich, ähm, den Helm auch... Das find ich ein bisschen schade. Ja, klar ist das schade, aber... Ich sag mal, wir haben ja die Folgen als Andenken und... Der Helm, der ist halt mega gut und das wär echt schade, wenn der kaputt geht. Das wär ein bisschen schade. So. Leute, ähm, wie ist denn das? Seht ihr was im Stream oder ist das ein bisschen kritisch? Ja, das könnte man mir auch mal schreiben. Läuft alles, habt ihr irgendwie Lags oder... Ja. Könnt ihr auch mal schreiben bei mir. So, was hab ich hier? Ein Haar am Finger? Aha, interessant, das schmeiß ich da. Könnt auch sonst einfach mal schreiben, was ihr grad so macht oder wo ihr herkommt oder... Äh, was ihr für... Welche Nippel ihr habt. ...Probleme habt. So. Und irgendwie, wir können auch der Kummerkasten für euch sein. Äh... Bist du tot? Nein. Ich hab einfach nur labert. Ich hab mal so getan, als ob ich spektakulär bin, aber es war nichts Besonderes. Ja, ich hab auf jeden Fall keine Schießburger mehr. Das heißt, ich geh gleich mal los und mach mal die Schießburger. Ah, nochmal labert. So. Alter. Ich lass das hier mal so offen. Ne, warte, ich glaub das ist nicht so schlau, wenn ich das offen lasse. So. Hast du keine Schießburger mitgenommen oder wie? Nö. Aber ich war erst mal. Hast du ja gut vorbereitet. Was ist das? Alter, wie komm ich denn wieder raus? Ja, es gibt irgendwann einen Punkt, da kannst du abbiegen. Wenn du irgendwann in der Höhle ankommst, dann bist du ein Stück zu weit gegangen. Ja, jetzt nicht. Das geht zu weit. Ja, mein. Bei mir in der Richtung ist nix. Gar nix. Dann kannst du ja mit in meine Richtung kommen. Naja, gar nix nicht. Also... Hättest du die Kohle abgebaut, hättest du Redstone mitgenommen. Ne, wolltest du nicht. Kilian, du Schusser. Wir haben so viel Redstone. Äh... Na und? Kann nie genug haben. Sag mal, wir benutzen es aktuell überhaupt. Nicht. Wir haben halt ganz andere Alternativen, mit denen wir bessere Sachen transportieren können, beziehungsweise... So. Ich komme in deine Richtung. Was ist denn da so, Alter? Wie... Was, 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 was? Wo bist du denn da, Alter? Ja, da hinten ist eine Höhle. Pass auf, das ist alles voll mit Lava. Garbo. Jo, mal hoffen, dass hier... Ob das hier irgendwo was Richtung Diamanten kommt. Ne, da oben, da ist Lazzoli. Wir könnten jetzt halt diesen gesamten... Ah, wir hätten Wassereimer. Was denn Wassereimer? Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie komme ich im Schloss über die Lava? Klar, mit Wasser. So, ist hier unten irgendwo Wasser? Ich habe gerade einen Haufen Wasser weggemacht. Da hast du dich gefragt, wo ist Wasser? Hallo Kilian. Warte mal, hast du einen Eimer bei? Äh, ja. Okay, könntest du mal irgendwo Wasser aufnehmen? Nein, ich habe keinen Eimer bei. Doch, ich habe drei Eimer bei. Drei Eimer, könntest du mal auch einen geben? Ja. Danke. Alter. So, dann suchen wir jetzt mal Wasser. Jo, wir können auch kurz zurückgehen, einfach. Ne, also ich habe noch einen Haufen Burger. Achso. Na gut, dann gehe ich jetzt erst mal zurück. Alter. So. Ich glaube, er ist halt nirgends vor Wasser. Ah, warte. Ich glaube, in die andere Richtung der Höhle zu gehen, wäre deutlich effektiver gewesen. Das, äh, könnte sein. So. Priolite, Alter. So, ich könnte auch mal das hier ein bisschen ausleuchten, so dann. Ist hier oben irgendwas Richtung Wasser? Dann nimm am besten von oben gleich Wasser mit. Ah, Dias. Okay, Dias, Dias, Dias. Ähm. Haha, wie meine ich denn das jetzt? Bist du ein Spanier? Dias, Dias, Dias. Alter, hör mir mit Spanisch auf. So. Kennst du ja meine Meinung zu Spanisch? Ja, ja. So. Ja, nochmal vier Diamanten. Ich werde hier gerade richtig gehen. Ja. Naja. Da bin ich glaube ich letzt. So. Lappi-Slazuli. Was gerade verbrannt ist? So. Alter, wirklich? Alter, wir brauchen Lappi-Slazuli. Ja, ich habe ja noch ein Stack oder so. 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 Ah ja, ich baue jetzt erstmal nochmal die automatische Presse. Das mache ich jetzt. Machst du das? Die Frage ist bloß, wo ich die baue. Weil hier im Haus glaube ich wird das ein bisschen eng. Baust du am besten, dann komme ich da auch nochmal hoch. Dann machen wir das da unten mit dem Keller rein, oder? Beim neuen Haus. Ja, können wir machen. Warte, dann schaffe ich da mal einen extra Raum noch. Warte. Bin gleich da. Jo, du schaffst hier einen Raum und... Ich baue die ganze Schein. Hat jetzt überhaupt kein Mensch gesehen, was hier vorgefallen ist. Das hat niemand gesehen. Die Frage ist bloß, wie genau wir das bauen. Also auf dem Stream... Oh Leute. Ihr habt das nicht gesehen. Ja Leute, ihr habt das nicht gesehen. Wie findet ihr die neue Brücke? Das ist doch schön, oder? Oh, ich würde hoffen, rein ist aber nett. Vor allem, wenn hier noch keine Tür ist. Oh, ich möchte euch unbedingt am Hausarbeiter bauen. So, ich brauche erstmal Trichter. Wie baue man Trichter? So, wir machen das jetzt hier. Ja gut, brauche ich die Ausschreibung. Steht schon da. Okay, fünf Weisen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wie viele Trichter brauche ich denn? Genügend. Natürlich hat es eine gute Frage, ja. Ah, du bist gerade unten, oder? Ja. Bring mal direkt ein Schüssel mit. Also den Schüssel, nicht irgendwie. Schüssel mit Tee. Schüssel. Hier ist noch Marmor, aber den nehme ich jetzt nicht mit. Hm. Zwei Trichter? Warte mal, ich muss mich überlegen. Kannst du noch ein paar mehr Trichter machen, die brauchen wir eh irgendwann. Ich glaube, ich brauche sogar noch automatisch zwei. F, war klar. Ah, ich habe jetzt selber noch ein Schüssel bei. Schüssel. 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 So. Und. Ich hoffe, das reicht. Mann, das ist halt so eine Scheiße, wenn du ein volles Inventar hast, dann sind die Blöcke, die du schüsselst, einfach weg. Die sind weg. Die baggen sich einfach weg. Scheiße ist das hier. So. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das dachte. Schauen wir mal. Also ich brauche auf jeden Fall einen höheren Raum, ne? Also du kannst ruhig einen tiefer so machen. Warum einen höheren Raum? Weil Trichter nur nach unten gehen. Ja, aber das machst du auch, kannst du auch hinter der Wand verstecken, die Technik. Das für die Bohnen. Warte mal. Nein, nein, es geht ja darum, ich muss ja den Trichter hinstellen, da drauf die Tue und da drunter die Presse. Ne, 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 aber den Trichter kannst du doch wie hier praktisch. Ja, nein. Doch. Ähm. Und da ich noch Gitter bei hab, kannst du auch gleich noch Gitter drauf holen? Ja, kann sein. Damit du das filtern... Ne, hä, wo sind denn die Gitter hin? Mh, ähm. Ah, mach ich noch ein paar Gitter, dann kannst du das noch filtern. Ja, ne, filtern brauch ich jetzt nicht. Doch, weil sonst, wenn wir da was Falsches reintun, dann müssen wir wieder alles aufreißen. Da kommt nur Soja rein, was Falsches kannst du da nicht reinpacken. Ja, aber manchmal verrutscht man auch im Inventar, wenn man sowas so schnell macht wie manche anderen Leute. So. Machen wir das auf der Seite. Dann lege ich mir halt übereintrichtend Gitter. Haben wir irgendwo noch Pipes? Wie viel Truhen brauchst du da nebeneinander? Ich hab beide schon meine Truhen. Warte, ne, ich mein... Ich brauch eigentlich... Zwei Truhen. ...wenn dann nur zwei. Eine, wo es reingetan wird und eine, wo es rauskommt, oder? Genau. Okay. Dann brauchen wir nicht so einen großen Raum. Gut, Pipe heißt das schon mal nicht. Das heißt bestimmt... Hoppa. Leitung, oder? Hoppa, 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 hoppa. Ach, hoppa. So. Ähm... Alles klar, was bauen wir denn dafür, oder? Ja, ich nehm jetzt einfach mal... Keine Ahnung, wie ich da... Weiß noch nicht, wie... Ja, zwei, drei, vier, drei... Also das, was man nicht sieht. Wahrscheinlich, wenn ich den Sand jetzt alles wegmache, kommt Wasser rein. Ne, ne, das ist da oben, kommt erst mal Erde. So. 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 So, jetzt freue ich uns mal hier ne Kiste. Ah, die Kiste kommt nach hier, oder? Kommt hier der Trichter hin? Ah, ne, ne, ne. Okay, kannst du mal, ne. Ja, okay. Dann kannst du hier einen anderen Trichter drauf machen. Ah, ne, da brauchen wir ja keinen Trichter. So. 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 Das geht jetzt da rein. Gut identifiziert, Sherlock. Hm. Ähm. Ne, das ist einer zu viel. So, das geht dann... Hier rein. Ja, das ist falsch unten. Ja. Das ist immer kompliziert irgendwie. Die wollen das irgendwie immer ne andere Richtung haben, als man's macht. Ja, das war jetzt komplett falsch. Hä? Du musst es da rein passieren. Den da. Aua. Ja, geht da nicht. Ne. Du horst halt da. Ja, aber das Problem ist, weil die Öffnungen haben. Du kannst sie nur in bestimmte Richtungen einführen. Außerdem ausführen kann man eh immer nur mit Trichter. Gib mal bitte einen Trichter her. Ach so. Na gut, dann geh weg. Ja. Dann kann ich gleich nochmal mein Inventar ein bisschen... Also stell ich jetzt hier einen Trichter hin, oder was? Da drunten? Ne. Da drunter. Ach so, okay. Da hab ich hier irgendwie noch ein bisschen Kohle. Ja, ich... So, und dann muss ich ja noch eins da drunter haben. Ja, richtig. Ne. Hä? Okay. So, und da drunter kommt jetzt das hier. Stell jetzt einfach das hier drunter. Die Pipe. Nein, das hier. Einfach drunter stellen und dann kannst du die Pipe da hochführen. Okay. Gib mal. Hab die denn doch hier. Ähm. Machen wir das mal ein bisschen... Dekorativ. Alter, komm ich hier vielleicht doch nochmal raus, Alter. Dann lass die Pipe mal bitte so vorne sagen. Na, so rum geht das schon wieder nicht. Das ist jetzt komplett der Bullshit, was du gemacht hast. Äh, wieso denn? So hast du's gesagt? Erstmal, weil da drunter noch ein Trichter muss. Ach so. Ausführen geht nur mit Trichter. Und zum zweiten muss man die Rohre immer von der Richtung bauen, wo's hin soll am Ende. Das heißt, du musst mit den Rohren hier oben anfangen. Das heißt, von der Kiste anfangen nach unten ziehen. Also hier brauche ich jetzt einen Trichter hin und dann muss ich unter dem Trichter die Pipe anfangen? Ne. Hier oben an der Kiste musst du dann die Pipe anfangen. Ja, aber die muss dann hier unten unter dem Trichter hin. Richtig. Warum baust du das jetzt nicht schon zu, Alter? Ja, was? Ich hab das noch nicht zu überhaut. Was ist denn deine Message, Alter? Okay, Alter. Ja, bau dich hier, geh doch hier einfach hoch, was machst du denn? Ja, komm da dann nicht hoch, wenn das so ist. Geh mal kurz weg. So. Ja, komm da nicht mehr ran, Alter. Ah, nee, so. So, was hin? Ja. Soll ich das jetzt hier nach hinten bauen? Nein, 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 hier zur Seite und dann runter gehen. Jetzt runter. Ey, warte, nee, nee, jetzt tut er beschissen. Nach hinten musst du gehen. Ja, sag ich ja. Nach hinten. Ja. Ja, warte, dann mach du da weiter, ich... Scheiß. Ähm, warte. Hä? Ich muss mich immer ein bisschen um die dekorative Neuerscheinung kümmern. Äh, so. So. Ja, genau. Was denn? Genau so würde ich sagen. Super. Alles, was du da oben rein tust, kommt jetzt unten raus. So, dann mach ich noch ne... Hol ich noch Glowstone? Äh, ich komm nicht mehr raus. So, wo ist denn Glowstone? Habe ich jetzt alles ins System gebracht, weißt du? Das ist halt beschissen, wenn du einmal aufräumst, dann... Oh, ne. Alter. Was denn? Also für meinen Stream, ihr seht gerade, glaube ich, nichts. Es sind keine Fackeln bei mir. So. Hallo? Doch. Hallo. Achso, pff, lol. Textur war eben schon offen, aber... Die Tür war noch nicht offen, das war total seltsam. So. Ähm... So. Und wenn man jetzt hier ne Sojabohne reinpackt, müsste das funktionieren. Na, dauert aber weiter. Hoffentlich. Äh, schauen wir mal. Ich hole mal ne Sojabohne. So, drei davon und... Was holst du überhaupt? Ich hab das schon zugebaut. Du brauchst dafür nix mehr. Doch, Glowstone hab ich geholt. Und... Und... Was holst du überhaupt? Die Maus hängt mal wieder. Äh... 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 Was brauchte ich nochmal? Kai Frank hat was bei dir in den Chat geschrieben. Ähm... Ja, ich weiß. Ja, du musst doch deinen Chat mal vorlesen. Ach so, ja. Ach so, ja. Ja, ich war grad total fokussed da drauf. Tut mir leid. Äh, ja, hallo. No73793A. Okay, hallo. Hallo, wie geht's dir denn so? Wie geht's denn so? Wie geht's denn so? Ja, geht gut. Also... Merkt man ja auch so vom... spielerischen, ja. Ähm... Ähm... Wie geht's euch Fitnessfreaks, Dancefans und Laufbegeisterte? Okay. Mhm. Äh... War die Frage jetzt an uns oder war das an die Fitnessfreaks und Dancefans und Laufbegeisterte? Die Frage war bestimmt an uns. Die Frage war bestimmt an uns. Ja, gut. Mhm. Läuft absolut ruckelfrei. Okay, danke Frank. Danke. Aber bei mir nicht. Hey! Ähm... So, scheiße. Ähm... An Cisam können wir ja gleich mal Wasser mitnehmen. Perfekt. Mhm. So, hier haben wir noch Eisen. Hier noch Eisen. Da ist jetzt Gold. Diese Feuersteine, Alter. Das sind die dümmsten Dinger, die man haben. Die haben... Die sind da hinten einsortiert beim... Ja, ich hätte irgendwo einsortiert. Was wollte ich denn jetzt nochmal hier unten? Also... Ich wollte eine Soja holen. Und jetzt wisst ihr, wie es bei uns beim Aufnehmen immer abgeht. Mhm. So. Ah, so. Ein pures Geschrei. So, ähm... Wo kommt das hier hin? So. 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 Okay. So. 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 ist halt, wenn du jetzt aus Versehen einen Eisenbahn reinschmeißt. Weil du dich halt vertippst. Dann presst die Presse den Eisenbahn. Nein, nein, dann verstopft es alles und es geht nicht mehr weiter. Ah, es funktioniert. Boom, Alter. Ja, ist doch cool. Ja, da ist das drin. Okay, ähm. Das ist ja geil. Wenn man das Ganze jetzt mal erweitern will, dann könnte man da zwei Pressen dran machen. Geht's doppelt so schnell. Oder wir, nee, dann geht's nicht doppelt so schnell. Man macht's einfach doppelt so schnell. Okay, es geht auch irgendwie in irgendeiner Hinsicht doppelt so schnell. Wir könnten aber auch die Pipe direkt ins Haus legen, da wo wir immer, ähm. Nö, das brauche ich nicht. Ich mach dann die Cheeseburger hier in der Küche, denke ich mal. Okay. Na stimmt, wir wollen ja eh aus einem alten Haus ausziehen. Ja. Der große Umzug. Wahrscheinlich bei Folge 9000. Freut euch hier. Seit der 11. Folge steht das Haus da hinten so. Ist ja halt wirklich krass, wenn es Frau Haus da wirklich seit der 11. Folge so stehen würde. Und wir einfach zu nix kommen würden. Da steht's ja sogar seit der 11. Folge da. Vielleicht ist auch Manuel neu. Ähm. Eins. Zwei. So, ich nehm jetzt hier mal das ganze Zeugs mit. Gehst du nochmal runter das Strip, Mann? Oder? Äh, nee, warte. Ich... Noch nicht. Ich wollte jetzt erst mal alles hier hinpacken. So. Ist halt relativ dumm, dass wir hier nur Glas haben, weil wir können halt nichts irgendwo dran machen. Ist halt schon irgendwie ein bisschen dumm, aber naja. Ich mach das jetzt einfach hier hin. Baust du gerade was? Weil wir haben neun aus. Die komplette oberste Etage ist ja so und so Küche. Ähm. Warte mal, dann könnte ich aber... Ich würde halt ganz... Nachher ganz gern noch ne zweite Etage mit aufs Haus setzen und so. Ähm. Ja, ja, klar. Ähm. Was ist das da? Warum? Achso. Ähm. Wie heißt denn das? Ich mein jetzt einfach mal... Äh, weh. Okay, das war's schon mal nicht. Das ist wahrscheinlich... Genau. ein Schubfach. Ähm. Ähm. Oh, ich mein die Richtung kehr weiter. Sag mal, einmal Diamanten nehm ich noch mit und dann, ähm. Reicht das auch erstmal? Ja, okay. Mal gucken. So, ich bin jetzt kurz off. Ähm. Nicht weglaufen. Ne, wir doch eh nicht. Wir können doch gar nicht mehr... Also, bei meinem Stream geht's weiter. So. Ne, hat jemand bei mir im Chat geschrieben. Ach so. Ja. Oh, ich hab hier so'n Haufen Müll im Inventar. Das ist unglaublich. So, ich glaub, ich geh erstmal hinten nochmal in die Höhle. Mach die nochmal fertig. Da war ja noch ein bisschen was, wo wir einfach nur ein bisschen, äh, Wasser noch rüber schütten müssen. So. So. Ich hoffe mal, dass mir zwischendurch die Platte nicht vollhaut. Prost. Ich geh jetzt erstmal in die Lava-Quelle. Die Pfanne hatte ich die... Ah. Ja, sie hat die Pfanne. Okay, Eimer. Was? Wo ist denn das? Saftpresse? Okay. Braucht man das? Was, ne Saftpresse? Ja, damit haben wir diesen Urin gefertigt. Was? Den Urin. Ach so, ja. Stimmt. Da könnten wir auch mal hingehen. Da sind wir ja auch noch nicht fertig. Ja, aber ich hab... Wollte heute erstmal im Haus weitermachen. Ja, ja, klar. Aber ich mein ja nur. Aber irgendwann können wir da gerne nochmal hingehen. Leute, ihr seht grad was, was man eigentlich noch gar nicht sieht. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Irgendwann im Stream sieht man, äh, im Let's Play sieht man das noch nicht. Ja, also im Let's Play könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Wenn ihr wollt. Adios. Sehr schön. Hatte ich nicht Käse mitgenommen? Ach, der hat sich schon reingepackt. Läuft bei dir bei dir dran. Ich dachte grad kurz zu meinen, die Ausführerin. Nein, nicht jetzt. Alles klar. Nö, ich teile nicht. So. Nö, nö, ich teile nicht. Aber das war nur jetzt ein bisschen wenig, oder? Alles klar. Ähm, so. Kohlebräuche nicht, Weizenbräuche nicht. Ich hau' das jetzt ja trotzdem rein. Das überleckt bei mir gerade ein bisschen gut geht mir. Wir brauchten vielleicht noch hier irgendwo eine Crafting-Bank. Das wäre vielleicht noch irgendwie... Ehm, dein Fähigkeit. Oh, hier sind noch ein. Bäh. So. Leute, wie laut ist denn das Radio, bitte, Alter? Aber man schaut man ja bis sonst wo. Musst du die Musik im Mein Kampf leise schalten. Halt, das hört man bis jetzt nicht. so hier ist erstmal ja keine ahnung ist ja noch so jetzt gehe ich erstmal dahin und schau mal wir könnten auch kartoffeln und so essen also wir hatten ich weiß nicht kann man bratkartoffeln oder so machen ja aber bringen halt nicht so viel wie ein bürger bei weitem nicht so viel so was haben wir hier oben noch ist ja schon irgendwas gewachsen bei live in the woods sind eigentlich wirklich nur bürger nahe wird ja alles andere lohnt sich netze wirklich ich glaube wir ficken gerade irgendwo dann jetzt bei vögel das ist ganz seltsam draußen danke reicht schon durch ein video schicken du stehst was auch nix auch nix auch nix nö nö nix so und da sind die facke noch nicht versprochen ui da war labern sind da irgendwo was jo dank dem radio ist aber bei unserer kompletten dings ja mucke na super das freut mich ja richtig ähm alter warte mal jetzt muss ich wirklich mal mhm bringt halt gar nichts vielleicht gehört das zu blöcken ne ne beim muss schon bei musik blöcke aber musik habe ich auf 9% musik blöcke musik blöcke das musik an in minecraft da bist du selber schuld ja wieso ja wer macht denn minecraft musik an das ist ja ziemlich die schlimmste musik überhaupt ich hab noch nie so schlechte game musik gehört wie die von minecraft so ich glaube ich hab ein bisschen zu lassen weil es tut mir gar nichts mehr ach dir also wenn du gar nix mehr wirst dann hast du lautstärke perfekt eingestellt so ähm oh man oh man oh sind hier dias verbrannt oh man schade manno hey weil du nichts kannst manno man die höhle ist nicht ganz ungefährlich aber ich hab mich für euch reingetraut um diese reportage zu filmen mhm und hab ein hundertköpfiges kamerateam mitgebracht was ganz seltsamerweise auch mit in die höhle reinpasst so d max von kinder für kinder mhm so wo kommt die musik her hui wäre ganz schön wenn hier nochmal dias wären aber ach das war also ne was denn was denn alter ich höre die ganze zeit musik äh hä 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 ich habe ich habe noch ein zweites radio ne ich hab so ne scheiße nicht gebaut da hilft nur eins und so und so jo äh war ein bug jo passiert ist minecraft mein hintern so was mein hintern so mein hintern auch nix Prozent Prozent so diese Aufteilung ist komplett behindert einfach nur welche Aufteilung das ist jetzt komplett hohl Alter ich komme mir nicht klar total dumm aber naja ist egal warum gibt's denn Mensch ja um die Cheeseburger also um die Küche Küche ja ist total dumm aber naja was ist denn daran dumm Mensch Pascal antworte doch mal auf meine Fragen und stell nicht neue ja ist halt dumm keine Ahnung warum dann nicht ein richter Lauch bist du ist halt dumm hat keinen Grund ist einfach so ja Lothar Matthäus ist einfach dumm so jetzt nix warte mal kann man da nicht irgendwie okay jetzt finde ich so einer Kästen davon ach man so wie viel Dias habe ich noch ich habe nochmal fünf gefunden ups schub schubfach hallo so ne das geht nicht ne das geht nicht na schade was denn ah da müssen wir jetzt so eins nehmen ne äh mit hinten tut wir können dünn dünn um gibt es nicht solche Eckdinger ne Nee. Oder weißes Holz irgendwie? Nee. Doch, gibt's, Mensch. Weißes Holz gibt's nicht. Doch. Magrovenholz. Wollen wir Magrovenholz suchen, gern? Nein. War ja fast gar nicht. Ich hätte mir wieder richtig Lust auf so eine Reise. Ja, ich auch. Bin wir da? Hi, Pascal. Äh, nee, ähm, Frank. Schön, dass du da bist. Alter, so. Alter. Oh, Leute, mal nimm mal das Haus rein. Ich weiß nicht. Das lohnt sich richtig mit den Sojabohnen. Das ist mega geil. So, dann baue ich mal am Haus weiter, oder? Baust du mit weiter jetzt? Am Haus. Wollen wir uns irgendwie die untere Etage mal irgendwie so im Bett stellen? So. Ähm. So. Ähm. Wollen wir wirklich den Fahrstuhl als Aufzugsmittel nutzen später, oder wollen wir die Mod rausnehmen und, ähm, lieber hier außen so ein Treppenhaus hinmachen? Also Fahrstuhl als Aufzugsmittel, das ist jetzt so die Wahl. Ja, wir haben halt die Elevator-Mod, aber die hat bei mir auf dem Singleplayer gebackt. Wir können's ja erstmal probieren, das Ding ist, wir brauchen dafür Ender-Mod. Und Diamanten, also probieren würde ich dann halt doch scheiße finden. Ja, das ist schon ungünstig, ja. Warum schläfst du hier, wo soll ich denn schlafen? Du hast doch ein Bett bei. Jo, hab ich. So. Oh, es zahlt schon wieder den Back hier, glaub ich, oder? Jo. Äh! Alter, ich krieg Schaden. Ja, du musst in die andere Richtung gehen, man. Äh, ich kann nicht gehen. Flau. Alter. What the fuck? Gut, dann bauen wir keinen Fahrstuhl und machen davon Treppenhaus. Und bauen dafür zwei neue Glas. Wir bauen, wir bauen ein Treppenhaus. Ja, würd ich auch machen. Wie auch immer wir ein Treppenhaus machen wollen. Okay, ähm. Haben wir noch was? Ach, warte, ich mach erstmal, ich stell hier jetzt wieder irgendwo irgendwelche Kisten hin, um erstmal mein ganzes Zeug da reinzuladen. Nice. Ist ja was. Damit haben wir auf jeden Fall gute Erfahrungen. Scheiß drauf. So. Kannst du wieder nichts mehr aufnehmen? Scheiß Iron, David. Mach mal aber nicht zu viel von diesen Kisten da rein, sonst fängt's in dem Haus auch direkt wieder anzulegen. So. Cheeseburger. So. Oh lol, das sind doch gar keine Cheeseburger. Ich hab' einen Haufen Müll im Inventar, Alter, ist unglaublich. Ja, nice. Ja, nice. Gleich mit dem nächsten Mal. Hallo an drei Zuschauer. Schreibt da mal was im Chat. Fragt ruhig irgendwas, oder schlagt was vor, oder weiß ich nicht. Sagt mir, wie ich mein Inventar leere kriege. Indem du's in irgendwelche Kisten tust, der wieder nervig im Weg rumstehen. Oh, nice. Aber ich hätte ja hier auch, Alter, ich mach das hier zum zehnten Mal an, was, ich hätte hier auch so ne ganzen Dinger hinstellen können. Ja, hör das so. Ich stell' jetzt da ganz viele Dinger hin. Glas, haben wir noch Glas? Und dann kann ich auch hier sowas nehmen. Oder muss ich nochmal neu fangen? Glas, ähm... Boah, weiß ich gar nicht, ob wir noch Glas haben. Brenne ich nochmal ein bisschen Neues. So, was haben wir hier? Sand, perfekt. Wir brauchen ja noch viel Glas, das Haus, dass wir da ein bisschen glasig werden. Wie deine Augen. Ähm... Was? Nix, nix. Ähm, wo ist denn das... Nix, nix, nix. Wo ist denn das lilaner Holz, der Fußboden, wo ist denn der hin? Oh! Das war jetzt ne gute Antwort. Lass mich raten, wie muss ich dafür runtergehen ins Lager? Was suchst du? Das Holz. Holz ist unten. Ich mein, das für den Fußboden ist es auch unten. Ja, ja, klar. Wo soll es sonst sein? Alter, meine Kackmaus und Spaß. So. Welches Holz ist denn das hier so? Wie viele Bürger haben wir davon? 27, das reicht nicht. Ich nehme mal noch zwei mit. Wir müssen dann wahrscheinlich mal auf die Baum fahren und ein wenig Holz holen. Aber jetzt habe ich ja wieder nicht genug Holz, oder was? Oh mein Gott. Habe ich den Schüssel auch unten gelassen? Nein, der Schüssel könnte da drin sein. Wenn ich Glück habe, ja. Ja, nice. Und das war's denn auch schon mit dem Holz? Jetzt kommst du mal mit zur Baum fahren und ein bisschen Holz holen. Ich habe gar null Inventarplatz. Aber, ja. Warte ganz kurz. Muss man hier ganz kurz etwas leeren. Gut, alles klar. Passt nicht mehr rein. Nice. Warte, warte. Ich habe eine Kiste für dich. Oh, nein. Ist gar nicht. Warte. Hier sind noch... Pass auf. Hier nimmst du... Okay. Hier kann ich dich nicht hinstellen. Nimmst... Aha, so kann ich... Ah, ne, die auch nicht nehmen. Alter. Scheiße, hier. Die, die... Und die kannst du nehmen. Und wo ist der Mais all hin? Ähm, zack. Welches Glas hatten wir das hier? Mal testen. Machst du schon mal stehen geblieben? So, dann müssen wir nachher nochmal ins Nether, oder? Äh, was? Warum? Naja, Quarz. Das fand ich gerade wenig. Alter, warum klingelst du denn hier mal? Was denn schlimm? Stört es denn jemanden? Klingel halt gerne. Nö, aber... Ja, jetzt nervt es doch ein bisschen. Wie war das? Da kann man noch warten. Ähm... Ein Verstärker dran. Ne, das war doch... So ganz, ganz simpel. Bei Minecraft simpel? Minecraft ist ja simpel, ja. Ja, okay. Warte, so... Und so geht es noch? Ich weiß nicht. Ja, siehste? Pass auf. Oh, alter, dieser Inventar-Bug, alter. Okay, das ging schon mal nicht klar. Okay, scheint doch nicht zu funktionieren. Ach, keine Ahnung. So, ähm... So, ich geh da mal Holz holen. Do you want to go with me, ähm... Ja, warte. Ich will jetzt hier noch die Cheeseburgers-Ränder machen. Geh schon mal los. Brauchst du auch irgendein besonderes Holz, oder? Warte, ich komm mit. Na gut, dann setze ich mich hier... Auf die Bank, würde ich ja sagen, da vorne, aber... Die geht ja nicht so wirklich. Beziehungsweise kann man sich einmal nicht draufsetzen. Warum kann man sich hier nicht draufsetzen? Warum? So, mhm... Alles klar. Aber hier kann man sich draufsetzen. Nee. Hallo? Okay. Ich kann mich auch hier nicht draufsetzen. Bei mir legt es mal wieder. Super Sache. Ich trinke mal einen Schluck. Ja, mach das. Ah, ein leeres Element. Glaub, die Legs sind weg. Ah, sehr schön. So, und jetzt kann man hier sich hinsetzen und nach da gucken in die Ferne. Und was sieht man da hinten? Einen Baum. Und wo kommt der Baum her? Von der Baumfarbe. Uh, sehr schön. Man sieht die Baumfarbe einfach von hier. Das ist schon cool. Alter, krass. Digga, krass. Na gut. Oh. Ja, einmal zum Sitzen gekommen. Na. Und der hart arbeitende Polen. Wesentlich ist nur zum Sitzen gekommen. So. Da hat er gerade die Sprinter, aber. Die Autobahn ist ja so übelst toll. Übrigens, ich habe eine Mod mit 90er Autos gefunden. 90er Autos. Also Käfer oder was? Naja, so, so, nee. Eher so amerikanische. Mustang? Nee, Toyota und so. Hä? Amerikanische Toyota. Ja, damals war das doch Amerikaner. Äh? Nein, keine Ahnung. Ähm. Auf jeden Fall habe ich so ein paar Autos gefunden. Du wolltest dunkles Holz mitnehmen, ja? Bist du ja falsch? Weil ich so gewöhnungsmäßig. Hier bist du richtig. Hier? Ja. Achso. Ja, bei mir leckt es ein bisschen, deswegen. Ähm, dann nehme ich auch gleich grünes Holz mit. Das sieht einfach mega schön aus. Was grünes? Wir haben keinen grünes Holz. Guck mal, wenn man hier so, doch, das hier ist grünes Holz. Wenn man hier so durchguckt. Doch, das grünes Holz. Nein. Doch. Das ist grün. Guck doch da, da ist richtig grün. Das ist nicht grün, ja? Warte, ne Fackel. Nee, das ist es auch nicht. Warte, ne Fackel. Also ganz ehrlich. Wenn das nicht, das ist grün. Wenn das nicht. Mach mal Shader aus. Mach mal den Shader aus. Mach mal wirklich den Shader aus. Ah. Das ist grün. Das kannst du mir nicht anders erklären. Wenn das nicht grün ist, dann ist das keine Farbe. Ja, okay, das ist grün. Ja, siehst du. Ich hab ohne Shader, das sieht ja scheiße aus. Mach mal meinen Light Shader rein. Ich hab nicht viel Shader, ich hab bloß zwei. Ne, ich hab einen. Nice. Ich hab auch noch ein paar andere, die nicht unbedingt von Live in So Good sind mit drin. Und die FPS sind unten. Ich muss mal die Grafik zurückschauen. Viel kannst du aber in Minecraft nicht machen, beziehungsweise es bringt nicht viel. Nimmst du das Holz mit, dann nehm ich grünes Holz mit. Ich find die Bäume so mega schön, die grünen. Ja, keine Ahnung war ich, aber später war er jetzt nicht. Na, das kannst du aber anders machen. So. Das leckt halt schon grad hart. Warum leckt's denn grad so hart? Alter. Agavendicksaft. Weißt du, was Agavendicksaft ist? Ich soll die Schwarzen mitnehmen? Agavendicksaft? Was? Kennst du nicht? Bis ohne was, ich hab das noch mal gehört. Ähm. Ja, nice, jetzt brauche ich mich mit dem Holz wieder hoch, oder was? Ja. Äh, nee, halt. Kommt vor. Dumm. Ich muss ja mal meine OP-Axt in den, ähm, Spüler tun. Jo. Ja, lol, hier ist einfach alles dicht. Mit Holz. Das Ding ist, ich kann jetzt nicht den Baum so abbauen, weil, ähm, dann ist das komplette Ding hier weg. Was? Dann ist das komplette Ding hier weg, wenn ich das mit dem Ding abbaue. Das Laub. Ja, mach. Nee. Ja, den mach ich's. Ich hab's noch ein Ding gar nicht bei. Was ist denn das? Das war ja ein Diamant. Dann haben wir, haben wir da Diamant. Ja, ich hab Diamant. Ja, ja, ich hab's. Also, ich hab's. Den hab ich doch mal gar nicht gefällt. Ja, wir fällen den ja aber noch. Alter. Warum machst du die ganzen Bäume weg? Ja, wir fällen ja alle von denen hier. Alle? Ja. Okay. Wir brauchen die doch alle fürs, fürs Haus. Äh. Und wir brauchen Agavendicks, aber man sieht im Stream grad gar nix. Agavendicksaft. Anderes Wort für Zucker. Ach so. Daher kenn ich das. Anderes Wort für Zucker. Bzw. so ein, wahrscheinlich eher so, ähm, so ein Ersatzzeug. Ersatzmasse. Ja, sowas wie, wie, ähm, Stevia oder so. So, und wie ihr seht, wir haben hier richtig viel Fackeln hingestellt, sodass man alles perfekt sehen kann. So. Streamen, das macht schon Spaß, ja, wenn man sonst nur dieses Aufnehmen mal gewohnt ist. Jo. Kann mal so ein bisschen freier sein. Und man kriegt erklärt, was Agavendicksaft ist, mhm, da freut man sich doch richtig. Da geht doch das Männerherz auf. Ähm. Ja, das, das, das. Das, das stimmt nicht. So. Als ob das nicht gereicht hat. Ich hasse diese Bäume, die sind ja immer viel zu groß. Ja. Du kriegst halt mehr Holz. Ja, lieber mehrere bauen und dafür nicht ständig hochbauen müssen. Ja. Ja. Kann sein. Muss aber nicht. Weil wir Zuschauer gerade gar nichts sehen, weil wir das auch noch richtig schlau in der Nacht gemacht haben. Ja, läuft bei uns. Ah. Platz für... Also ich hab 42. Ich hab gleich 62, ähm, Marta, ja, ich hab gleich übern Stick. Nehmen wir mal alle mit. Pflanzen denn neu an. Hab schon neu angepflanzt. Okay, super. Ah, der ist mal kleiner gewesen. Ja, manche wachsen gar nicht, weil die zu nah sind, wahrscheinlich. Ah, die grünen sind ja alle gewachsen. Was übrigens sehr schön aussieht. Möchtest du vielleicht an dem Baum weiterbauen? Danke. Äh, nö. Ähm, so. Äh, nö. Ganz an denen, denen ich selbst... Auf die Sache ist, den hier zum Beispiel sehe ich selbst... Selbst ich sehe den nicht, weißt du? Was sollen denn die Zuschauer daran sehen? Aua! Ach, du warst da oben, Leute. Äh, äh. Auf einmal baue ich da so Holz, auf einmal kommt da so Kian runtergeflogen. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Ipin's Derry, please. Ipin's Derry, please. Auch wenn man jetzt so hier streamt, das macht schon Spaß, ne? Das geht relativ einfach, das heißt, ich könnte auch mal irgendwann mal so Rainbow Six oder so streamen. Jo, kann man. Einfach mal so, so. Einfach mal so. Wenn ich einfach mal so spiele, einfach mal streamen dabei. Das ist schon geil. Ich hänge gerade irgendwo in der Luft rum. Wir machen jetzt übrigens alleine weiter, weil Kian wollte gerade gehen. Ähm, es ist schon Agave drin, aber hauptsächlich ist, äh, es wird sogar versetzt. Entschuldigung, Mensch. Bio-Unterricht mit Frank. Äh, nee, ich hab gerade über was anderes geredet. Ich hab da was anderes gelacht. Okay. Okay, okay, okay. Aufklärung mit Frank. Wär ich dabei. Ähm. Was? Würde mich mal sehr interessieren, wie Frank den Aufklärungsunterricht gestalten würde. Ähm. Aufklärungsunterricht. Ja, das ist das Ferdimini-Würstchen. Ich kann da nur von eigenen Erfahrungen sprechen. Oh, ho, 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 ho. Nein, Frank. Ein Joke. Das Ding ist, wozu machst du denn jetzt das grüne Holz, wenn wir jetzt so und so, ähm, das schwarze Holz nehmen? Nein, aber ich wollte ja, ich wollte ja an einer Etage dann mit grünem Holz machen. Ja, aber so viel Etage machen wir doch gar nicht, oder? Ich wollte schon. Oder machen wir dann so richtig fettes Hochhaus machen? Ich wollte ein richtig fettes Hochhaus machen, aber halt vielleicht nicht. Kannst du bitte die Bäume hier noch weghauen? Nee, reicht dann jetzt langsam mit Holz. Nee, die Bäume wenigstens noch, damit die Setzlinge weggehen. Nee, ich hab, ich hab so'n Ding nicht mehr. Achso, na gut, dann brauchst du auch nicht. So. Ich wollte es schon relativ hoch machen, aber vielleicht nicht alle, ähm, Etagen dann besitzen. Oder auch mal irgendwie eine Etage mit Arbeitszimmer machen, das jetzt auch nichts so sinnvolles. Aber halt, dass es denn da ist, sieht halt ganz cool aus. So. Und ich beschäftige mich jetzt mal damit, ein Treppenhaus zu bauen. Jo, mach das. Ich mach Cheeseburger. Okay. Boah, ich hab erstmal ein zweites Etage drauf, um zu gucken, wie das so... Das geht jetzt eigentlich richtig schnell mit den Cheeseburger, oder so. Jo, das ist sehr gut. Das ist nice. Das Ding ist, du kannst da in die Truhe einfach mal so 500 Stacks, äh, Dings machen. Du musst ja nix dabei machen. Das macht eigentlich alles automatisch. Jo. Äh, so, dein Holz. Willst du das Holz haben? Nee, du kannst davon auch ein bisschen noch was benutzen. Du hilfst doch gleich dann beim Haus. Nee, ich brauch das ja jetzt. Ja, ja, aber erstmal mal Cheeseburger. Jo. Ah, warte, ah, okay. Ich geh jetzt erstmal ins Nether. Wer? Ich. Achso. Jo, mach das. Ich nicht. So, und hier... Ich hab schlechte Erfahrungen mit dem Nether. Ja, ich weiß nicht. Ich bin da schon mal gestorben. Nee, ich auch. Ja. Genau. Ich bin da echt schon mal gestorben. Ja. So, wie machen wir das denn? Was machen wir denn hier? Wenn wir hier das so machen... Warte, erstmal planen. Haben wir noch ein bisschen Netherquards? Nee, ich glaub wir haben Ganta. Also hier haben wir noch ein bisschen Marmor. Na, ich hier mal. Zack. Dann kommt da auf der Ecke nochmal eine Säule. So. Mal schauen, wie machen wir das am dümmsten. Ich glaube... Das ist schon die dümmste Ernte, die man machen kann. Ja, das ist recht. Nein, ich glaube, ich könnte auch... Oh lol. Noch ein dagegenüber einfach genauso in demselben Raum machen, wo ich einfach Toast herstelle. Also mit dem Auto-Crafting-Table Weizen halt. Der craftet das Brot und der brennt das. Ja. Da musst du aber aufpassen beim Ofen. Kohle automatisch reinlegen geht nur von der... Recht... Von der welchen Seite? Warte. Äh, nur von der linken Seite. Das Feld ist für Kohle reserviert. Da musst du aber einen Raum größer machen. Da brauchst du dann drei Truhen. Eins für Weizen, eins für Kohle. Und eins... Soll ich dir ein bisschen helfen, oder kriegst du das hin? Nö, nö, ich krieg das hin. Ich muss mal ein Auto-Crafting-Table machen. Gut. Was mach ich denn noch? Ähm, genau. Ich wollt ja noch... Hier ein bisschen Eisen. Oh lol, was braucht man dafür denn alles? Kann man dafür alles nehmen? Gabro, Andesid, Stein. Stein. Das ist schon mal gut. Oh, dafür brauch ich einfach nur ein Crafting-Table. Davon hab ich nur einen. Dann brauch ich Redstone. So, ich probier mal so viel Quarz wie möglich zu holen. Wir brauch eigentlich gar nicht so viel... Doch, Quarz brauchen wir auch. Kannst du mal probieren, wenn du damit fertig bist, ein bisschen Marmor zu holen? Marmor? Ja. Okay. Ich glaub, das dauert noch ein weiter, bis ich fertig bin. Okay. So. Hm, 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 hm. Oh, du Quarz. So. So, Pipes hab ich noch oben. Trichter muss ich noch machen. Ähm, ich würde Plastik, Blümchen und Bienenstofftiere mitbringen. Hä? Nice. Äh, ähm, Frank, worum geht's grad? Hast du irgendwie im falschen Chat geschrieben, oder? Hab ich was verpasst? Hä? Aua. Bin labergerannt. Ah, au. So. Ähm. Ich renne mal irgendwo hin. Ich bin übrigens gleich mal... Ähm, wir machen gleich mal eine Runde Pause. Und ihr seht jetzt auch grad überhaupt nichts. Ähm, genau, wir machen gleich mal ein bisschen Pause. Ähm, ich esse mal kurz was zu Abend und... Könnt ihr so lange gern bei Pascal vorbeischauen. Oh, da hinten ist übrigens eine Netherfestung. Jo, ich glaub, ich mach einfach durch. Machst du? Ähm. Ich mach durch. Also, in der Zeit, wo du... Jo. Äh. Könnt ihr in der Zeit bei Pascal vorbeischauen? Hab ich das schon gesagt? Ich weiß es auch nicht. Ähm. So, aber erst mal hier noch ganz kurz. So. Direkt Netherquartz gefunden. Und nicht gerade wenig. So. Ja. Netherquartz. Wer hat denn meine Pipes rausgenommen? Ah, die hab ich noch einen Rucksack. So, ich weiß, ihr seht gerade überhaupt nichts. Es tut mir äußerst leid, aber... Und ich verhungere gerade. Ähm. Da oben ist noch mal Quarz. Ja, nein. Es war klar, da. Ah. Blöde Verzögerung. Ähm. Aufklärungsunterricht. Ah. Wollte ich das verstehen? Ne, wegen Aufklärungsunterricht doch vorhin. Achso. So. Hat ein bisschen gedauert, ja, bis es angekommen ist. Ähm. So. Genau, bei mir gibt's gleich mal ein Pausenscreen zu sehen. Und, ähm. Ich hab gar keinen Pausenscreen. Stimmt, den hatte ich nur beim alten Rechner. Und das ist klar. So. Da kommt dann einfach der Stream. ist offline. Ne. Aus mach ich nicht. So. Ne. Ne, ich mach nie was aus. Ö. Warum ist denn hier hohl? Hm. Das hat dein Arzt damals auch gefragt. Man versteht mich nicht. So. Ne, verstehe. Will ich auch nicht verstehen. So, hör. Da bin ich ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. Ähm. Ja, mit den Drogen und alles wieder nimmst. Kein Wunder. Ganz, ganz schlimm. Ich hab jetzt zwar nichts zum Ausleiten für den Raum, aber, äh, das macht dann der Kilian. Ich, ich, ich mach das tatsächlich. Oder wer ist denn Kilian? Ähm. So, ähm. Warte mal, wer war nochmal Kilian? Ich weiß da ja auch nicht, wen du meinst. Aber gut. So. Alter, Quarz ist hier echt mangelbar. Genau, ich geh mal essen und, und es wäre echt cool, wenn du in der Zeit irgendwie ein bisschen, ähm, Marmor holen könntest. Wahrscheinlich werde ich das nicht tun. Oder wir bauen das ganze Haus nochmal, ähm, nicht das ganze, wir bauen halt nur unten im Marmor nochmal um, auf den Marmor, den wir, alter, den wir direkt unterm Haus haben. Äh. Äh, was? Ja, direkt unterm Haus, diesen Marmor, beim, beim, beim Lagersystem hinten. Kann sein, doch. Wollen wir nicht lieber auf das Marmor umsteigen, das ist aber halt dieser normale Marmor. Ja, das müssen wir halt dann brennen. Ja, dann machen wir das lieber so, weil, da haben wir dann einiges mehr von. So, aber, ich bin erstmal kurz raus, ähm, so, pass auf, ich mach mal Verbindung trennen, damit ich ihn nicht im Nether verrecke, und ich geh mal auf den Talkbildschirm und würd sagen, bis, äh, nachher, so, was, was kommt jetzt bei mir? Nichts, äh, genau, ich mach Stumm. Bis gleich, tschüss. Tschüssi. So, mein Stream läuft wieder, sehr schön, und, ähm, wir spielen direkt Minecraft weiter. Ähm, warte, ich, äh, krieg Minecraft grad nicht im Vollbild, also, so, doch jetzt. So. Wie lang war ich denn jetzt weg? Oh, keine 10 Minuten. Achso, warte, ich komm schon aus dem Nether, und dann können wir das klären. Ich brauch halt bloß noch die Kohle-Einführung für den Ofen. Ja, warte, ich... Das Ding ist, es, es geht ja nicht, also. Also, du hast jetzt drei Kisten, oder eins, ne, wo du Weizen hattest? Ja, ja, drei Kisten. Genau, super. Funktioniert doch bis jetzt alles bloß mit der Kohle, funktioniert's nicht. Also, wie viel Quatsch hab ich eigentlich jetzt mitgenommen? Ah, 32, das darf ich natürlich bei Weitem nicht. So. Na, unten ist das Portal. Jo, also, es funktioniert auf jeden Fall mit dem Toast. Da hab ich doch eine WhatsApp bekommen. Der jetzt ist bloß die Cola. Ich hab 88 WhatsApps bekommen. Äh, so. WhatsApps. WhatsApps bekommen. Das leckt immer ein bisschen, wenn man aus dem Ether wieder hochkommt. Also, bei mir zumindest, aber gut. Ich bin da auch keine Relation mit meiner super Internetleitung. So. 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 Hm. Ernst, zeig mal. Oh, der sieht aber schöner auszuhauen. Ähm. Also, das funktioniert von keiner Seite. Von hinten nicht, von der Seite nicht. Ja, Mensch, weil du hast mal wieder von der falschen... Warte, damit mach ich Eis kaputt. Du hast mal wieder von der falschen Seite angehen lassen. Muss immer von denen, wo es rein soll... Pass auf. Ja, hab ich ja. Die ist ja von da, wo es rein gehen soll, gebaut. So, geht doch. Und jetzt? Ach, da, wo es rein gehen soll. Ja. Ne. Immer von da, wo es rein gehen soll. Ach, da, wo es rein gehen soll. So. Dann hoffe ich mal, dass die hier richtig ist. Ja, geh doch mal weg jetzt. Jetzt testen wir das mal. Warte mal, warte mal. Guck mal in den Ofen und sag mal, ob jetzt... Sag mal, ob jetzt eine Kohle ankommt. Ähm. Ja, ist eine Kohle drin. Okay, nice. Dann funktioniert alles. Super. Dann, äh, kannst du jetzt zubauen. Bauen wir zu. Ähm. Habe aber gerade gar nichts bei. Das ist nice, dass das funktioniert. So. Haben wir jetzt sozusagen fast eine automatische Cheeseburger-Fabrik hier. Jo. Äh, warte, einmal... Und das vor Gronkh. Ne, Gronkh ist damit schon fertig. Ja, aber... Aber Gronkh ist ja vollautomatisch. Ja, er hat auch schon Folge 500, muss man dazu sagen. Ja, aber Gronkh ist auch vollautomatisch, ja. Das haben wir nicht. Naja, er hat ja auch ein paar Probleme, muss man sagen. Nö, also inzwischen funktioniert das eigentlich alles ganz gut. Ja. Ich weiß ja nicht, bei welcher Folge bist du aktuell? Bei der neuesten. Ja, da bin ich auch. Beziehungsweise, ne, warte, ich hab's ja im Stream gesehen. Und da war's... Warte mal. Eigentlich alles schon super. Brand aktuell. Äh, Frank, okay, na dann bist du jetzt hier genau richtig, ne? Also, äh, viel Spaß. Was denn, wo ist denn, Frank? Glückwunsch. Er hat grad bei mir was geschrieben. Was denn? Er hat, weil er gefragt hat, ob das hier ein Premiere-Stream ist. Weil es ja mein erstes Stream ist sozusagen. Ja, eigentlich schon. Eigentlich. Und da hat er gesagt, ich wollte schon immer mal dabei sein. Bei einem Premiere-Stream. Oh, kannst du ihn ja gleich als Mod machen. Oh. Mach ihn als Mod. Nein. Ja, kann ich machen. Wenn du mir sagst, wie das geht, kann ich das machen. Einfach, oh, war das so? Ich glaub, einfach Slash-Mod und dann, ähm, den Namen von denjenigen eingeben. Dann kannst du denen, glaub ich, gleich Mod-Rechte geben. Okay, warte, dann muss ich ganz kurz mal mein Kauf hier verkleinern. Es ist voll dumm, wenn man bei meinem Kauf hier irgendwie nicht rausgehen kann. Naja. So. Also in den Chat, ja? Ja, einfach Slash und dann Mod- Slash-Mod und, äh, warum macht der kein Slash, Leute? Ah, komm. Slash-Mod, äh, F, F. Ja, warte, muss ich mal da kopieren. Dann ist ja wieder super hübsch hier. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, unregnized-command. Okay, dann ging das nicht so. Ja, dann gucken wir nachher nochmal, wie es ging. Vor allem, du kannst gerne schreiben, wie es geht, wenn du es weißt. Ja, da bist du auch nicht. Ähm. So. Hallo? Oh, scheiße. Jetzt kommt Wasser rein. So, sorry, hat gerade kurz geleckt, weil immer wenn ich, äh, mein Kauf neu starte, leckt es. Beziehungsweise nicht neu starte, sondern einfach nur groß mache. Ist irgendwie total dumm, aber ist so. Jo, war bei mir früher auch so, aber inzwischen... Wuppt das alles. So, dann hol ich jetzt mal ein bisschen Weizen und dann, ähm... Läuft das. So, bring gleich, äh, ne, Glowstone hab ich, oder? Ne, bring mir halt gleich Glowstone mit. Ich geh nicht runter. Achso. So. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ich könnte das kleine Feld hier vorne aufweg machen, aber ich finde das ganz niedlich und deshalb lasse ich das jetzt einfach mal. Bringt halt Weizen. Von daher. So. So. Und 16 Stück reichen die? Ich weiß nicht. Aber 16 Stück doch, das könnte so... Ach ne, sind ja 64 sogar. Ah. Ja, das reicht. Glaube ich, ich ernte nicht das Komplette, weil das ist ein bisschen viel Weizen. Aber naja. So. Also das da drüben lasse ich. Sonst, ähm, ja. Ja. Überarbeitet sich die neue Maschine noch. Aha. Alles klar. So. Könntest du auch mal eine Runde schlafen legen? Jo, können wir mal. Wenn der Server nicht gerade so abnormal bei mir legen würde. Ja, ich krieg gleich ein Disconnect. Echt ja? Nee, okay, geht ja. Nee, okay, geht doch. Wolltest du nicht schlafen gehen? Tschüss. Leg dich mal schlafen. Ich gehe mal kurz schlafen. Ja, sag, wenn du wach bist. Ja, ich bin wach. Sehr schön. Hi. So. Wo sind Hi? Ich war jetzt nicht so lustig. Ähm. Ich krieche die Kiste irgendwie auf. Äh, beziehungsweise Tür. So, vielleicht müsste ich noch ein bisschen Kohle reinlegen. Hast du zufällig noch ein bisschen Kohle? Äh, gerade nicht, ne. Natürlich ungünstiger. So. Ja, ich mag unser Lagerhaus. Jo. Das ist vielleicht nicht das Praktischste, aber... Es tut gut aussehen. Um ein bisschen Ordnung hinzukriegen, reicht das völlig aus. Genau. Genau. So. Was? Freunde. Ähm. So. Ähm. Ich sag, es ist bei Melekzeit immer noch so doll, dass egal, was ich gerade mache. Okay, jetzt ist gerade was passiert. Jetzt habe ich den Schaden bekommen von vorhin. Von vor drei Stunden. Aber ich kann das ja alles auch, glaube ich, hier machen, oder? Ja. Ähm. Wo ist denn... Ja. Jo. Dann bräuchte ich da gar keine Workplace. So. Man merkt, es läuft ja alles richtig premium bei mir. Hier, wo ist... Ich brauche auch Gysi. Gysi. Oh, alle Schlubbertasche. Was? Beune. Ähm. Beune. So. So, ähm. Ich warte einfach mal auf das Brot. Soja. Ich hätte vielleicht noch ein Fels-Oja anpflanzen sollen. Soja. Mhm. Soja. So, Marc. Soja. Oh, jo. So, Marc. Hier haben wir noch einen Nether-Block. 16 haben wir jetzt noch. Okay. Drei Glowstone. Ne, ich brauche nur zwei. Ne, ich brauche nur zwei. So. Alles, was da ist. Ne, ich brauche nur zwei. Warte. So. So, jetzt geht es mir wieder besser. Meine Anfälle sind auch vorbei. Ich kann wieder ins Leben starten. So, hier haben wir... Was haben wir hier? Marmor. Hat ja ohne Spaß, wenn diese Lecks auf dem Server nicht bald nachlassen. Dann wäre ich flippig. Na, du lagst bei mir bei Discord auch ein bisschen. Ja. Ja. Ich bin grün, weißt du. Das ist halt so eine Sache. Das ist halt Telekom. Es laggt halt alles, aber... Aber es ist grün. Die wollen halt nicht schuld sein. Das ist einfach. Was, sie haben noch nie ein so... Sie sagen einfach, bei uns war alles grün und fertig. Ich habe halt wirklich noch nie einen so schlechten Internetanbieter gesehen. Ja, aber was willst du denn sonst nehmen? Vodafone. Ich bin ganz echt lieber Vodafone. Bist du schon lieber bei Telekom? Nee. Nee. Echt lieber Vodafone als Telekom. Frank hat auch Vodafone. Er ist ja jetzt auch nicht 100% mit zufrieden. Ja, gut. Wo kann man auch schon 100% mit zufrieden sein? Nee, weißt du. Das ist halt das, was mich stört. Ich bezahle... Also ich nicht. Meine Eltern bezahlen da halt eine Menge Geld für einen Monat. Also ich... Aber man ist ja am Ende denn doch mit nichts zufrieden. Wenn man dafür Geld bezahlt, dann verlange ich eigentlich vom Hersteller auch, dass ich damit zufrieden bin. Ja, gut, aber... Und wenn ihr Telekom in der Werbung immer mit 100% Zufriedenheitsgarantie kommt. Ich habe noch nie einen Telekom-Nutzer gehört, der mir gesagt hat, dass er 100% zufrieden ist. Weil es halt Telekom ist. Die Leute, die da bei Telekom vielleicht nochmal sagen, also ich bin super zufrieden, die werden wahrscheinlich mit 50 Euro danach bezahlt oder so. Nee, reicht ja nicht. Naja... Ey, für 50 Euro würde ich nicht sagen, dass Telekom gut ist. Ich schon, ne? Da brauche ich mindestens das Zweifache. Das Million, das Zweifache. Da brauche ich mindestens das Halbe. Ich brauche nur 25 Euro, um das zu sagen. So. Ach so. Alter, diese Lags. Warte, ich gehe nochmal runter vom Server. Ah, Mann. Es tut mir leid. So, was sagt hier das Mobilfunktelefon? Alter. Weißt du, Klassenchat schon auf 10.1 umbenannt. Welcher Armleuchter war denn das? Ja klar, das ist Mariba. Entschuldigung, dass ich jetzt einen Arm sage. Aber wir sind noch nicht 10.1. Wir sind offiziell erst ab dem ersten Schultag 10.1. So, deswegen nenne ich den jetzt wieder Neutag. Nein, bist du bescheuert? Und was, das wird gleich kommen. So, äh, und den höh. Und dann gehe ich aus dem Klassenchat wie immer raus. Alter. Das ist mir einfach viel zu blöd, weißt du. Weil solche... Ich fülle Rico dich wieder hinzu und schmeiße. Nein, weil solche minderbemittelten Menschen einfach behaupten, ja, nee, wir sind schon 10. Klasse. Nein, wir sind nicht 10. Klasse. Wir sind offiziell erst 10. Klasse, wenn wir den ersten Schultag durch haben. Dann sind wir 10. Klasse. Aber das versteht halt kein Mensch, weißt du. Schreibt in die Comments, welche Klasse ihr gerade so seid. Ja, genau. Schreibt mal. In welche ihr kommt. Genau. Frank, hier, du bist ja bald mit der Unterstufe durch, oder? War's nicht so? Unterstufe erfolgreich habe ich. Mal gucken, wie lang es dauert, bis hier irgendeine minderbemittelte Nachricht kommt. So. Ich habe ja ein bisschen Zeit hier, wo es gerade übelst bei mir leckt. Übelst auch schon Jahre nicht mehr gesagt. Ist ja auch Fallout. Bist du, der sagt schon noch Übelst. Übelst hat er. Was? Alter, ich kriege es kotzen, wenn ich schon wieder auf WhatsApp gehe ohne Spaß. Ich frage mich, warum ich diese Kack-App noch habe. Geh kacken. Ich sage halt immer, wie doll mir diese App auf den Sack geht, aber ich tue halt auch nichts dagegen. Ich bin doch selber schuld, aber es heulen wieder alle rum. Damals, wo die das Status-Update hatten bei WhatsApp. Ja, früher war alles. Da habe ich dann ja WhatsApp installiert, Telegram. Haben alle rumgeheult. Du hast kein WhatsApp mehr, man kann die nicht mehr erreichen. Ohne Spaß. Hätten sich damals alle für... Für... Ich fand Telegram eigentlich ganz... Ja, ich fand Telegram auch nicht. Hätten sich damals alle für Telegram und nicht für WhatsApp entschieden, dann wird halt kein Schwein jetzt über WhatsApp reden. und wir hätten halb so viele Probleme. Entschuldigung. Du hättest das Ganze eingeleitet. Ja, nee, ist klar. Habe ich doch nie gesagt. Verdreh mir doch nicht wieder die Worte im Mund. Ich kotze gleich auf den Tisch, du Huren. So. So, ich glaube, die Cheeseburger-Factory ist ein bisschen übertrieben, weil wir haben jetzt schon üble viele Cheeseburger. Ja, nee, lass doch. Ist doch gut. Guck mal, wie viele Cheeseburger wir haben. Ja. Ja, läuft. Das reicht ja erstmal. Ähm, weißt du, was wir anstatt den Schrank, äh, das hier nehmen könnten? Ah, nee, war... Na, nee, okay, egal. So, hilfst du mir vielleicht hier unten? Ja, ja, ich komme. Wollen wir jetzt das Hausweiter bauen, oder machst du noch ein bisschen mehr Cheeseburger? Ja, wollen wir das Hausweiter bauen. Okay, bauen wir das Hausweiter. Weiß nicht, wollen wir das hier unten so lassen? Das Marmor? Warte mal, ich muss ganz kurz erstmal die Milch reinhauen. Ich würde sagen, das Marmor hier an der untersten Etage lassen wir jetzt und ab der zweiten beginnen wir dann mit anderen Marmor. Ich habe halt kein Holz, oder... Warte mal. Ah, doch, hier. So, sonst nimm Agavendicksaft. So. So, äh, oh. Machen wir die Decke jetzt eins höher, damit wir so ein... Naja, die Decke würde ich ab hier so rüberziehen. Das wären drei hohen Raum. Also, dass wir, dass wir, warte mal. Geh mal, äh, dass wir hier die Decke haben. Genau. Dann mache ich das mal. Aber hier, weiß ich ja nicht, wollen wir hier lieber einfach Marmor normal reinsetzen, oder wollen wir hier diese... Stangen machen? Ich weiß nicht, wir gucken jetzt mal, wie es aussieht von außen, wenn das dann fertig ist. Ja, aber ich würde halt lieber, ähm, einen Marmor-Stang oder was machen. Weil es halt besser zum Gas... So. Habe ich noch Holz, oder habe ich das alles... Habe ich das in Gysi reingesteckt? Ja, hier. So, und da muss jemand ganz gewalt... Okay, man sieht gerade nichts im Stream. Da muss jemand ganz heftig niesen. Okay. Entschuldigung. Alter, ich habe noch nie so Leute genießt wie eben. Doch. Genossen. Gestern. So. Meine nicht, wir könnten auch jetzt gleich nochmal eine Runde schlafen. Das könnten wir tun, durchaus. Oh, lol. Ja, dann gehen wir mal, ne? Ja, oder? Muss kurz was testen. Teste. Okay, jetzt können wir schlafen. Ich gehe ins Bett. So. Ah, WhatsApp hat sich tatsächlich noch nicht gemeldet. Keine minderbemittelnden... Warte mal, jetzt muss ich auch mal gucken, was... Doch, doch, wer hatte... Ach, nee, nee, privat. Ach, privat, okay. 75 Nachrichten, Alter, sind wir hier. Ja, also, das ist einfach... Einfach traurig. Soll ich ein Kommentar gekommen? Nee, nee, aber ich habe Rico was geschrieben. Okay. Und ich habe ihm ein Ding, man konnte teilen, ich habe, wer wird Millionen gespielt? Okay. Auf dem Handy. Und habe eine Million gewonnen. Und habe das sozusagen ihm geschickt, man konnte es teilen. Und er dann so, okay, und was machst du mit den Millionen? Ich habe geschrieben, na, ich kaufe meinen Heimatort. Hat er geschrieben, und was machst du mit den Rechtsrichten, 950.000? Ja, gut, sie gehen raus, wenn du das hier siehst, ich glaube nicht, aber trotzdem. Cooler Dude auf jeden Fall. So. Warum ist hier eine Lücke? Ja, warte, ähm. Jetzt verschieben wir im Pfeiler. Einen nach hier. Ist für die Treppe günstiger. Aber soll ich das zumachen? Ja, ist mir egal. Kannst du machen. Musst du nicht machen. Nein, warte. Der Pfeiler muss da jetzt hoch. Achso, achso, ja, sorry. Beziehungsweise, nee, musst du auch gar nicht hier zumachen. Beziehungsweise hier, ja, aber hier, auf die Seite, da kommen doch dann, kommt doch dann Marmor rein. Beziehungsweise hier kommt dann Marmor rein. Geil. Hier kommt... Dann wird der Durchgang ja nur ein, Dick. Er ist auch kacke. Ah, warte, wir können ja Zimmermannsblöcke nehmen. Ähm, Zimmermann... Gustav Zimmermann... Ähm, Zimmermannsblöcke... Haben wir Zimmermannsblöcke irgendwo? Aber irgendwo schon wahrscheinlich. Frag es, wo? Ah, hier hab ich welche. Hahaha. Hat er echt zufällig welche in Bruchsal? Ganz zufällig. So, ähm... Ich wollte halt mal hier... Was kann man denn hier so machen? Ah, den Flügel, Alter. Den stellen wir da oben hin. Boah, mach das. So. Mit dem Stuhl. Warte mal, haben wir dafür noch so einen Hocker oder so? Warte mal, dann muss ich mal... Okay, Hocker gibt's nicht. Möchten wir das vielleicht großschreiben, aber kann ich mit... Nee. Okay, dann gibt's keinen Hocker. Dann machen wir mal Stuhle. Okay, es gibt keinen... Tach. Gibt's keinen... Was nimmt man denn dafür? So. Ja, ich glaub, ich nehm da einfach so'n Stuhl von Normal. Das gibt es ja auch so'n... Oh, ein Stuhl von Normal? Das ist ja so'n Hocker. So. Ein Stuhl von Normal. Alter, der Flügel, Alter. Das ist einfach das geilste Ding der ganzen Welt, oder? Wir müssen, wir müssen... Alter, den Stämmer. Pascal, du musst helfen. Nein. Alter. Wir müssen den gesamten... Den gesamten Marmor hier austauschen. Guck dir den Flügel an, Alter. Das ist das geilste Ding der ganzen Welt. Die Frage ist bloß, ob man hier einen Stuhl hinstellen kann. Naja, der wird dann unter der gleichen Kategorie stehen. Nee, da gibt's... Nee, dann gibt's keinen Stuhl dafür. Nee, nee, ich mach einfach hier so'n. Warum steht hier ein Stuhl? Dann hab ich da mal provisorisch hingestellt. Ja, war nice. Jetzt hab ich nämlich einen Stuhl. So. Ja, diese kann man nämlich gar nicht. Hab ich mir gedacht. Genau. Weil hier ja das Ding noch da ist. Hm. Ja, dann halt ohne Stuhl, ne? Jo. Oder... Ach, das sieht doch kack aus. Muss man auch ohne Stuhl machen. Du bist so ein Affe. Warum hast du das jetzt weggebaut? Hättest du mir... Oh Mann, ohne Spaß. Das fand ich jetzt echt nicht lustig. Kannst du mir vielleicht wenigstens mal wiedergeben? Das geht mir grad richtig auf den Sack. Ohne Spaß. Wie so'n kleines Kind. Alter. Ja. Läuft, oder? Scheiße. Ich weiß nicht, was sollst du denn in die oberste Etage, so in die jetzt? Also nur das Klavier, oder? Kann man denn da noch so reinstellen? Etzstein, ne? Wollt ja nicht. Ein Gramophon. Gramophon. So. Äh, das ist vielleicht hier ein bisschen dumm. Wie sieht's denn mit diesen Geländern aus? Achso, das müsste man... Obwohl, nö. Das wird schon ein bisschen dumm, ne? Aber... Hm. Naja, lassen wir's mal stehen. Hätt ich mir acht von diesen... Boah, das ist halt... Hier muss irgendwo ein Hammer drin sein. Ich find da so'ne Lichterkette mega geil, Alter. Können wir nicht so'ne Lichterkette ans Haus machen? Nee. Nee, 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 nee. Echt nicht. Magische Tafel, okay. Ein Tutanbraten, Alter. Na, Harfe. Nee, ich will nicht, ob wir da noch ein Instrument hinstellen würden. Wie gesagt, das Haus bekommt noch einige Etagen, also. Ein Teleskop, Alter. Ja, dat ist geil. Dat können wir noch hinstellen. Kannst du jetzt vielleicht mal helfen, das ganze Marmor da unten rauszuziehen? Ja, lol, ist einfach falsch. Ja, warte. Äh, wo jetzt genau? Was rauszuziehen? Ja, hier alles praktisch unterm Glas. Das ist alles ein Marmor. Ach du Scheiße, wie willst du denn das machen? Dann musst du das ganze Glas kaputt machen. Nee, du kannst einfach die Blöcke, die davor sind, beziehungsweise die Erde halt wegnehmen. Achso, ja. Kannst du es gleich offen lassen, dass ich denn da den Quarz... Der Quarz sieht eh besser aus, der ist smoother. Achso, ich hasse schon, ja. Ja, du nimm es aus, ich mach auf. Okay. Ich mach auch wieder zu, du musst bloß, ähm... Reinstecken. Du musst da erst bloß dein, ja. So. Sieht halt geil aus, auch der ist halt ein bisschen... Ja, der ist halt nicht so grob. Ja, und heller ist der. Das macht es ein wenig edler. So. Warte. Zack. So. Okay, Serverleck. Ah, ich weiß da was an, aber das sieht man sonst auch nicht. Ja, Lola, alles klar. So. So. Ähm. So. und die beiden noch oder dann warst du es doch der war nicht so schlimm ja ich hab da ja so so ja sieht auch ein bisschen heller aus so dann kommen wir mit wie machen wir das denn jetzt ja wir besetzen ja auch ganz normal oder was denn ja wir könnten hier entweder dem marmor so hinsetzen oder so eine holzding sein dass das sieht von weiten hat mega geil das hat für die abwechslung hat es geht aber nicht das ding dahin selbst der ecke hier hinten geht es dann halt nicht doch da kannst du auch das so setzen so geht es nicht doch sagen wir an dem ding staus setzen dann machst du so schräg nach hier und dann schräg nach hier und es wird genauso zack ich halt wie die dings das kriegt ja keine das geht ja keine kurven machen nee aber es wird zackig hä wie meinst du es na du fängst doch ich habe nur holz gemerkt gemerkt fängst da hier an und dann gehst du hier nach innen und dann fängst du hier ach so du meinst nicht solche rollen da du meinst ganz normal holz oder wie nee sondern rollen ja aber solche rollen die hä weil da lassen sie erstmal schlafen vielleicht verbinden die sich ja die verbinden sich nicht das geht nicht ja dann nehmen wir dann nehmen wir marmor warte ganz kurz noch mein bett so haben wir schon irgendwelche unqualifizierten nachrichten nee ähm nee tatsächlich dauert heute richtig lang ja vielleicht was passiert meint ihr storben oder so jetzt wirklich jemand die storben und wir machen uns drüber lustig ähm so bei so kannst du vielleicht hier drumherum mal noch wegnehmen was ja dass wir da auch marmor einsetzen können ach so um die treppe oder was ja so generell genau um streppenhaus können wir das gramophon nicht auf den tisch stellen irgendwie ich habe noch nie ein gramophon auf dem boden gesehen das machst du das ja doch weg also das hier steht ein wenig im weg das können wir vielleicht eine etage oder drüber auf die ecke stellen das fernglas das können wir vielleicht eine etage darüber auf die ecke hier stellen naja ist egal hauptsache beim fenster weil hier ist ja gar kein fenster so so hast du irgendwo glas schon gebrannt ähm ja im ofen da vor der tür wo die erdblöcke sind so oh nice hast du auch ein schüssel ja warte wo bist du da unten um hoch okay warte bitteschön so kann ein paar fps probleme abbrechen nein ich äh es stehen schon auf twitch ich möchte das nicht nochmal machen das muss wegstehen ok ein paar performance probleme woran könnte es liegen das geht auch nicht oh mein gott was denn oh nein da muss das klavier irgendwie äh so mal gucken stellen wir vielleicht dann doch lieber hier hin oder so machen erstmal den kompletten raum so und dann lassen sie erstmal alle räume machen und dann von der einrichtung dann einrichten hier da kannst du auch noch glas rufen hier an der wand hier auch ja ich dachte oder ja ja das sieht eigentlich ganz leise aus deshalb aber dann mach ich mal vielleicht erstmal unten fertig unten fehlt auch noch glas so wir müssen halt echt nochmal kommst du gleich nochmal mit ins nether so ein bisschen ja ja quarts holen ja scheiße ähm ich bei drei so das sind nächste etage mal gucken wie die aussiebende fertig ist man kann halt irgendwo auch eine etage mal diesen vorsprung da hinten auslassen und dafür halt einen balkon hinsetzen verstehst du ähm ja ein überdachten balkon halt das in der etage da drüber denn das ganze nochmal weiter geht genau auch wenn wir so ein richtig fettes hochhaus bestehen aber halt haha würde halt geil aussehen das passt halt auch zur autobahn da hinten und so ja eigentlich schon machen wir noch einen berliner flughafen ach der wird ja nicht fertig tschuldigung ich weiß nicht wie oft ich den gag jetzt schon in let's play gebracht habe ja will ich auch nicht wissen will ich auch nicht wissen schreien so oft dass man inzwischen schon klingeln muss dafür ähm so ja so äh gehen wir ins näher ja warte ich würd gern hier noch die ähm kannst du bitte mal noch den marmor von unten holen dann bauen wir hier noch ähm den ähm ring da rum fertig ja unten in den ähm ah den muss man erst brennen oder ne ne der ist schon fertig gebrannt im ofen im ofen ja genau aber die ecken wie gesagt freilassen da kommt ja noch marmor fehler auf äh nicht marmor ähm okay hab ich noch einen quartsblock so äh in welchem ofen unten mhm in der mitte so ziemlich achso da so oder halt die mittleren ich benutze erstmal nur die mittleren mhm da hat minecraft mal wieder richtig mitgedacht und mir irgendwelche blöcke nachgegeben hm ich baue so mit diesem lilanen in holz klar hier Birkenholz hm alter ey was wo ist der marmor im ofen ja im ofen bei welchen öfen bist du denn nach unten mhm die haben äh gegenüber von einer seife oder wo ach lol du meinst die öfen ja hm haut das hin ich weiß nicht ob das hinhaut so ähm wir müssen die gesamte treppe hier ja eh hab ich noch marmor ah ne das ist der falsche marmor ist noch ein bisschen marmor in den öfen oder ja achso ich geh erstmal hin warte dann teilen wir uns den oder der drin ist wie viel ist drin was steht denn bei dir bei verworfene frames wo steht denn das ähm bei obs unten neben live äh 163 geil 163 ist ne echt guter wert was hast du denn da 19.173 wirklich ja es ist echt wenn internet ist echt scheiße so aber achso kleinere ist besser ja umso kleiner umso besser achso im idealfall steht da null ideal wahl wuh ein wahl ähm so ähm oh bei mir leckt es gerade überhaupt nicht so ähm äh ist da ein Pfosten? achso ja da ist ein Pfosten ne stand da doch eben noch ähm ähm so da ist ein Kilian haha schon oh leil der braucht einfach die Treppe ab haha ja entschuldigung ähm die muss nämlich nach hier man ist hier ein bisschen im Weg richtig das ist schlimm ja also aber ich finde es gut wenn sie mal so einen Trettenaufsatz kann man von hier auch leicht drauf gehen ok machen wir das so weil dann kann man so hier so lang und dann versteckt versteckt hm ja warte ich brenne nur noch mal ganz kurz ein bisschen Sand wir müssen nur gucken wie wir hier denn hochkommen denn äh haben wir überhaupt noch Sand irgendwo? ähm das geht schon aber kann man nur Sandstein nicht auch irgendwie Sand machen? ähm ne ist aber blöd oder Sand kann man den irgendwie craften aus rissiger Sand und Wasser kann man Sandstein machen aber das würde jetzt nicht kurz weiterhelfen ähm äh eigentlich müsst ihr hier doch auch noch Holz hin oder? wo? hier? ne da ja stimmt ja und dann kommt da auch noch ne Treppe hoch dass wir immer auf beiden Seiten ne Treppe haben echt? ja weil ich würd hier noch Freiraum lassen dann können wir noch was hinstellen und so können wir auch mal ja können wir auch mal mal so nen kleiner Nebenraum so komm die sind auch Marmor ran? wie hier unten eigentlich oder? na na gut wenn wir das so machen dann würd ich lieber hier hinten die Treppe hin bauen ja dann aber dann können wir dann halt nur hier was hinstellen ist es okay wenn wir nur hier was hinstellen können mal guck mal dann würd ich halt sagen wir machen die Treppe holz so wo ist das hier so und dann muss die ach so dann geht es hier sozusagen so hoch ne? ja aber ich glaub ein zweiter aber noch einen nach hier ja hier denn oder? ja jo das können wir auch mal so ich guck mal ob das strategisch richtig ist ey die Ecken die müssen halt auch wieder frei sein da kommen ja dann noch Quarzstämme nach oben so jo man sieht grad überhaupt nichts jo bei mir auch nicht ich würd sagen wir gehen schlafen genau Frank bist du denn noch da? ob bei Pascal oder mir keine Ahnung schreib mal mal in Chat ob du noch da bist und ich steh schon im Bett ähm beziehungsweise sind überhaupt noch Leute da ihr könnt gerne mal in Chat schreiben wie geht's euch was macht ihr so seid ihr noch da jo schreib dann mal mal wie lang sind eure Glieder was? ne ähm die Kettenglieder ach so ja ist klar mal wieder gut gerettet so ähm aha und das so genau und dann kann man hier so rumgehen und dann machen wir aber mir riecht grad voll lecker nach Essen du bist halt hier ganz allein in komplett leeren Raum sieht schon ein bisschen behindert aus ähm aber warte aber der Agavendicksaft schmeckt hier geh mal weg wenn du jetzt TNT oder so gehörst hey wie bei Sheldon ähm in der einen Folge wo der den das komplette Haus leer räumt und dann da nur diese diese Campingstühle und ein Fernseher stehen Alter reicht eigentlich an Hauseinrichtung oder? das war's ja wir ziehen aus so ähm hier oben könnten wir wirklich so Wohnzimmer machen ja klar Wohnzimmer muss auch noch gehen und dann irgendwann noch ein großes Schlafzimmer ja Wohnzimmer machen wir hier oder nicht alter ja und Spielzimmer müssen wir noch machen Spielzimmer 1,2 Zuschauer so ich habe noch ein bisschen Marmor läuft bei uns auf jeden Fall jo ähm so so perfekt mal gucken wie es vom Weiten aussieht er sieht einfach geil aus halt da so ein paar Etagen in die Höhe ziehen haben wir ein echt schönes Haus der Grund der Grundriss ist halt auch geil so mit dem Glas und so ist halt schon cool gemacht so halt sehr offen sehr lichtdurchlässig und dann kann der halt beim Kacken zugucken ist halt schon geil das muss man auch machen ein komplett offenes Bad man wirklich einem beim Scheißen zugucken kann ähm warte der Block hier ne das muss eigentlich da bleiben weil das hier der Weg ist sozusagen ja so ja ne ich habe da ich habe ja nur ähm Treppenstubengang gemacht damit das achso ahja okay ja so und dann kommt hier ab wo warte tatsächlich geht es ja noch einen Block weiter und ich habe mal wieder Birkenholz nachgeliefert bekommen super Sache Birkenholz Birkenholz mit Öl Birkenholz so dann gehen wir ins Nässe oder und gucken ja ich habe auch noch Platz im Inventar umso besser hast du ein paar ich nicht Eisenhämmer mitgenommen nö super so wir müssen wir müssen uns Obsidian auch noch holen und dann gibt es so mega geile Lampen die kann man halt an und aus machen und die leuchten halt richtig cool warte wie heißen die ähm gib mal Furniture Mod ein und dann sind da die Siling Siling Light oder wie auch immer das heißt brauchst du halt ein Siling Light ein Stein ein Obsidian und einen kannst du halt an und aus machen das ist halt richtig cool und die sehen halt auch geil aus mit dem Schalter auch oder ne da klickst du rauf auf die Lampe aber dann hat die halt dann scheint die auch so richtig dann hat die so einen richtigen Leuchtradius das ist geil so eine Dinger hauen wir da rein so ab ins Nässe mal gucken da reicht dann wahrscheinlich sogar eine pro Etage wir müssen aber die untere Etage auf jeden Fall dann also wenn wir ein bisschen weiter mit dem Bauen sind auch ein bisschen aufräumen das wäre vielleicht warte mal ganz kurz aber das wäre vielleicht diese ganzen ich muss mal diese ganzen Bausachen wie diese Werkbank und so diese Deko-Craft Bank und so dass wir die dann vielleicht ein wenig ein wenig mehr in den Außen also in den Garten rein verlegen so dass die untere Etage das dann schön einrichten können man kann die Hammer nicht upgraden sozusagen also nicht wieder fertig verbessern doch verzaubern kann man die aber nicht verbessern wieder volles Leben oder so machen doch wie denn wenn du da ein Buch aufzauberst warte hier warte mal ach ich habe meine Lesebrille gar nicht auf wo war denn achso hier kann ich ja Schärfe Stärke ne was haben wir hier Effizienz so ich nehme mal Effizienz gib mal her gib mal gib mal und für zwei Level ach ne ok ja nicht nicht machen nicht machen ach ok ja ne ok voll aufgewertet würde dann nicht mehr ja aber gib mal her das wäre ja doch ein bisschen OP irgendwann ja gut der bleibt jetzt noch ja soll ich es trotzdem machen ne mach nicht ne mach ich nicht lohnt sich wenn du im vollen Hammer hast ja so bevor ich irgendwie sterbe ich tu mal lieber die Diamanten noch weg warte mal warte mal meinen Rucksack würde ich auch wegpacken warte mal ich habe ja nichts wertvolles im Rucksack haben wir schnell leer gemacht ja ich habe auch nichts wertvolles aber ich würde sonst Sollweig verlieren ohhh ohne Sollweig ist das Leben halb so schön ich würde sagen wir setzen uns aber nicht 100 Fackeln oder weil ist halt das Nether da muss da halt eine Fackel die strahlt halt so zwei Blöcke weit gefühlt krass deswegen lohnt sich das ja nicht so und alter die Legs im Nether sind echt nicht ungefährlich gehts jetzt wirst du schon im Nether? ja ja ich bin hinter dir ja gut bei mir ich stehe noch irgendwie im Portal ich werde aber ein bisschen zurückgepackt alter du stehst bei mir hier schon ne ich würde mal interessieren ne ich stehe schon im Nether im Portal aber ja ja ich weiß ich seh dich ja was ist denn das hier an der Decke kannst du mal gucken was das ist? mal hoch bauen oder so einmal gucken was denn ich seh dich grad nicht Leute du stehst bei mir an einer Stelle jetzt bewegst du dich ja warte ja jetzt gehts ja das ist da an der Decke was das ist wo welche? diese Riesenbälle das ist dicke fette Ding da oder was ist die Kugel ja das ist einfach nur ein Stein denk ich mal ja na gut dann komm komm mal ganz kurz mit ich hab vergessen mir was zum Essen mitzunehmen das heißt ich werde nicht mehr reinmachen oh lol ich brenne ja die Blöcke da darfst du nicht rauf gehen Flaube so siehst du das da hinten wie machst du das? aber ich seh hier nichts aua ich brenne schon wieder oh lol siehst du das da hinten? ja was seh ich? zoom da mal ran diese großen Pfeiler das ist ne Netherfestung können Dias und so drin sein äh ey ich würde trotzdem nochmal schnell zurück gehen und mir was zum Essen mitnehmen ja dann hol dir noch was zum Essen ich bin schon hier und bauen bevor wir da jetzt hingehen ja aber warte mal ne da hingehen brauchen wir nicht unbedingt weil Quarz und so werden wir da eh nicht groß finden ja ja aber Diamanten ne aber das sind höchstens 5 Stück oder so mehr ist das nicht dafür müssen wir uns aber nicht extra rüber bauen das ist ja noch was anderes ne also besonders ist das Ding da nicht na gut warte ich setz hier mal aus Protest eine Fackel hin und hier und ich weiß wo ich herkomme so so hab auch direkt wieder Quarz gefunden das heißt ich jetzt 100 Jahre wieder kein Quarz finden Oh lol Alter was leckt denn hier so Alter wirklich ist immer wenn du die Welten wechselst dann leckt's das ist eigentlich nicht so gut wenn du 10.000 mal hintereinander vom Nether in die richtige Welt gehst am besten einmal rein und dann ein bisschen drin bleiben ja tut mir leid tut mir leid ich höre jetzt schon wieder Lava das heißt dass ihr gleich wieder was sehen werdet im Stream so ich seh das optimistisch ich seh das optimistisch so ich glaub ein bisschen was sieht man im Stream oder? Frank wenn du noch da bist sieht man was im Stream Uhhh Uhhh Lava so nochmal Quarz und zwar nicht grad wenig wie viel Level hast du eigentlich? 20 ok und du? mh 43 warum hast du nur so viel Level? da war ich die ganze Zeit im Nether im Dings holt ah ja ich bin ja gestorben letzte Folge letzte Folge ist schon ein bisschen länger her mhm so mhm jaja weil ich seh ja ja mit der kack Sonne da nicht mehr auf meinem Bildschirm ist eklig wo bist du denn überhaupt? was Sonne auf deinem Bildschirm? wo bist denn du? im Nether? warte ich komm nochmal zurück Richtung der Festung dann bin ich da runter gesprungen achso und dann stehen da irgendwie zwei Fackeln dann kommt ein Gang wo am Ende Lava ist ah das steht dein Name I'm singing in the rain so dann kippst du mal mit in etwa so mhm ah ne das ist nicht hier wo ich gestorben bin oder? nein ganz woanders nein so da ist das hier Nein. Seh ich doch. Wir sind ganz woanders reingegangen, wo du gestorben bist. Ich kann dir aber auch zeigen, wo du gestorben bist. Nee, will ich. Du darfst dir halt nicht so nah an der Wand aufhalten. So, wir können erstmal hier unten gucken. Ja. Hier zum Beispiel, was haben wir? E-Vala. Ach, du hast das DIA-Ding, oder wie? Oh gut, selber schuld. Ja. Wir sollten vielleicht nicht beide an einer Quelle abbauen. Das ist ein bisschen uneffektiv. So. Alter, das ist eh gar nichts. Nicht mal auf meinem Bildschirm sehen ich was. Alter, hier ist, hier ist Ziegel. Ja, hier ist die Netafestung. Pass auf, pass auf, wir bauen uns rein. Ui. Okay. Wir sind drin, lol. Ja, die ist halt ziemlich gut. Fackeln rechts setzen. Hier vor. Ja, stimmt. Das wird sogar sinnvoll sein, hier Fackeln zu setzen. Ah, Nether. Netherwarzen. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Das sind auch wieder Netherwarzen. Ja, kannst du auch mitnehmen. Weiß nicht, inwiefern die sich vermehren. Gut, ich geh hier schon mal weiter. Gut, hier ist es vorbei. Ähm, so, ähm. Sehr geil. Hätte ich nicht gedacht, dass wir im Stream die noch erkunden können. Sehr nice. Ich hoffe immer so hart im Nether, dass meine Tastatur nicht irgendwie einen Geist aufgibt. Ist halt wirklich so, ja. Sag mal nichts gegen Rocket, aber, ähm, was die Maus angeht. Ja gut, ich hab sie auch ein wenig überstrapaziert, muss ich sagen. Gib es ja zu. Lol, ich hab was gefunden. Lol. Oh lol, Alter. Was denn? Diamanten hab ich gefunden. Wie viel? Drei. Also, siehst du? Und ne goldene Pferderüstung. Aber auch ne goldene Pferderüstung. Und nochmal zwei Diamanten. Oh lol. Ey, was ist denn das? Nethersteine. Wo sind denn Nethersteine? Alter, geil. So. Dup. Dup, 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 dup. So. Was haben wir hier? Ein Bäumchen. Ein Bäumchen mehr ein Träumchen. Höhöhöhöhöhö. So. Mh. Alles klar. Na gut, aber wir wollten ja jetzt eigentlich was ganz anderes holen. Jetzt sind wir wieder hier in so einer Festung. Ah, ne Kiste. Aber da warst du... Ne, da warst du... Ne, ne, da hinten war ich nicht. Wow. Wow. Ich nehm's noch trotzdem mit. Ein Goldschwert. Wow. Ein Goldschwert ist da bei mir auch drin. Ja, kannst du da lassen. Das ist echt Platzverschwendung. So. Sattel nehm ich immer mit. Oh, hier geht's überhaupt nicht irgendwie dezent tief nach unten. Das ist halt mega geil. Ich find diese Netherfestungen sind halt die geilsten Bauten in Minecraft. Das Ding ist, ich bin grad hier übel weit weggegangen. Und hier steht ein Grabstier. Okay, aber hier ist nix. Es ist halt... Ich find das halt wirklich mega krass. Diese... Weil... Diese Netherfestungen, die... Sind halt die einzigen Bauten so in Minecraft, die wirklich so so ne... Wirklich so... Auch so ne bisschen ne gruselige Stimmung... Oh, ich hab dich gesehen. Kern, ich bin hinten. Hallo. Ist halt schon cool. Hey. Waren wir da unten schon? Hallo. Alter, wie groß die noch ist, die Festung. Da waren wir garantiert noch nicht... Siehst du mich? Ah, da, hi. Ich seh, ich wollt grad sagen, da waren wir garantiert noch nicht überall. Aber okay, anscheinend doch. Ähm. Ne. Ne. Ups. So. Okay, da hinten... Ne, ist aber nix. Führt ins nichts. Achst du hier schon? Mh... Das führt auch ins nichts. Ne, da hinten, hier unten, ist auch noch. Aber, richtig. So, fünf Fackern, hab ich noch irgendwie Kohle bei? Kohle, Kohle. Ich kann nicht auf welche geben. Ich hab noch... Ah, meinen Rucksack. Ja. Musst ja wohl selber hier machen. So. Hier unten. Hier musst du halt aufpassen. Vorsicht, hier ist ne Spalte. Ja, ja, hier ist auch eine. Ich wollt's grad sagen, hier musst du aufpassen. Hier können Spalten sein. So, ähm, da unten ist nochmal Blut. Tot. Hörst du schon... Ich weiß, ihr seht grad kaum was, aber... Ich behalte einfach mal die Fackel in der Hand, damit ihr, ähm... Wenigstens ein wenig was sieht. Ich bin einfach fast grad runtergesängeln, äh, gesängeln. Oh, da vorne ist ein Spawner. Es wär halt alles wirklich ne Herausforderung, wenn wir Monster an hätten, aber so ist es halt. Ah. Das Ding ist, wir wollen ja jetzt auch nicht sterben. Ich dachte, dass dadurch, dass es ein Server ist, wir können irgendwann einfach mal, ähm, auch ein neues Nether, ähm... Läuft das abbauen. Wow. Ich dachte grad so, ja, hier kommen wir gar nicht in der Frage. Toll, Alter. Geil. So. Mal gucken, wir können auch gerne irgendwie woanders nochmal ein Portal bauen. Mal gucken, inwiefern es effektiv ist, wenn wir da noch ein paar von bauen und dann vielleicht mal woanders spawnen im Nether. Beziehungsweise im Nether ein anderes Portal bauen und dann... Aber da sollte ja immer nur einer reingehen, weil wenn es nicht gut ausgeht, können wir uns im Notfall noch wiederfinden. I'm singing in the rain. Und, ähm, Frank hat was geschrieben, das hab ich vorhin schon gelesen, aber ich lese es gern nochmal für Zuschauer vor. Ähm, jetzt geht es wieder dieses, ähm, fair gelbe Dreieck. Ich hoffe mal, da soll verfickt stehen, weil das wird bei mir nicht ganz angezeigt. Aber ich denke wohl, da steht eher verdammt oder so. So anständig bist du ja noch, oder Frank? Oder? Hm? Ah, bin ich mir doch nicht so sicher. So. Jo, 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 jo. Mein kleiner grüner Kattisch. So, was haben wir da? Kackbursch, genau. Huuu! Alter. So. Bist du tot? Bist du tot? Dann würde der im Chat stehen. Im Chat? Okay. So, ich würd sagen, wir probieren mal's, äh, zurückzufinden. Warte mal, ich muss noch mal ganz kurz, haben wir hier oben schon? Oh, hier ist, äh, Quarz. Hier waren wir da, ja, ja, Mensch. So. Doch, hier waren wir schon. Also, ich bin da, wo es zurückgeht. Du kannst doch auf meinen Namen gucken. Okay. Wenn du den siehst. Musst du auf jeden Fall noch nach oben. Äh, siehst du meinen Namen? Ja. Stehst genau vor mir, sollst du sagen. Lol. Ich seh dich nicht. Bin ich jetzt auf... Ja, ah, hi. So. Cool. Haben wir sogar noch was mitgenommen. Rückwärtsgehen im Netter sollte man vielleicht auch nicht übertreiben. Nee, nicht unbedingt. So, ähm. Hab eben noch ein bisschen Netherquarz gefunden. Ich, äh. Gucken wir uns die Höhle hier mal noch fertig an. Also diese Höhlen, Anführungszeichen. Okay, das sieht einfach so aus, als wäre kein Shader drin. Ja, ohne Licht. I'm singing in the rain. Guck mal, geh mal da hin. Da? Da? Geh mal da hin. Und geh mal durch. Ja, ich würd's wie gesagt... Dann können wir uns schwimmen. Ja, ich möcht's jetzt aber auch nicht auf die Probe stellen. Ich denke, ich kann... Ja. So. Äh, ein bisschen mehr lang. Mich würde mal interessieren, im Nether gibt's... Ja, es gibt ne Höhe im Nether. Und auf Null ist wahrscheinlich Lava. Das fand ich grad wenig. So, baust du dir einen eigenen Gang? Das ist vielleicht effektiver. Ach, weil mir jetzt jetzt drüben meine. Oh, Lava. Tschüss. Du bist eingesperrt. Ja, das ist halt geil, wenn man schlechtes Internet hat. Dann bemerkt man es erst 10 Minuten später, wenn der Lava ist. Ja. Äh, ich... Ich geh nach Hause. Ich hab keinen Bock mehr. Dann bemerkt man es nicht mehr, wenn der Lava ist, wenn der Lava ist, wenn der Lava ist. Ja, so ein bisschen weniger. 0,00. Oh, hier ist schon wieder Lava. Leck mich, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott, geh! Oh, oh. Alter, wieso rennt ihr denn nicht? Alter, ich hab grad schon gebrannt. Du feuerst praktisch. Ähm, Ficky, Alter. Ein, ähm, Charakter an, der auf dich hört. Hm. Ich versteh, was du meinst. Hm. Ah, Alter. So. Ah, sehr schön, ich hab noch was gefunden. Oh, nicht grad wenig. Es gibt zwar weniger Nesserquarts in, ähm, Life in the Woods, aber größere Quellen. Also, wenn da mal was da ist, dann ist es häufig, äh, zu häufigst. Ah, ich hör schon wieder Lava irgendwo. Gar keinen Bock drauf. Ja, hier ist Lava. Sehr schön. Grandios. Sehr schön. Alter, lohnt sich das überhaupt, Alter? Hier ist nur ganz netter Quarts bei mir, Alter. Normalerweise lohnt sich das schon. Ich hab noch nicht ein einziger Netterquarts wie von mir. Oh! Nichts passiert. Ähm. Oh, ich nehm hier mal Seelensand. Oh, ich nehm hier mal Seelensand. Auf jeden Fall gut gesetzt hier, auf jeden Fall. Oh Mann, ich will hier nicht weitermachen. Kleiner Feigling. So. Ja, hier sind 100 pro Salva, Alter, unter mir, auf jeden Fall. 100 pro. Ja, ich hör die schon ganz Zeit. Ja, du... Das ist eigentlich überhaupt nicht gefährlich hier. Ne. Ne. Gesagt, schon kommt Lava. Ja, wenn Lava kommt, dann renn halt zurück. So, kein Problem. Ne, das Ding ist, wo soll ich denn hier noch graben, Alter? Also, ich hab jetzt... Wo kommt denn die Lava hierher? Ach, von mir, okay. So, ich mach jetzt hier meine Diamant, äh, Hacke, äh, Diamant. Mein Diamant haben wir noch kaputt. Also, hier ist auch Lava. Können wir eh nicht reparieren. So, hab ich noch irgendwie was in die Richtung dabei? Nö. So, ich, äh, mach mal alles, was ich habe, zu Blöcken. Ich hab jetzt 27... Ne, da, Quarz, Blöcke. Ich habe einen. Ja, das ist doch, äh, schon mal ein Erfolg. Dann haben wir nochmal was. So, hab noch ein bisschen was. Er ist halt nix, Alter. Komischerweise grabe ich immer da, wo nichts ist. Ja, das nenne ich Kunst. Die Kunst des Versagens. So. Hier ist halt wirklich nix, Alter. Also, ich finde hier... Nicht wenig. Also, jetzt auch nicht unendlich viel, aber... So. Hier auch nichts. Und ich weiß, meine Zuschauer sehen gerade überhaupt nix. Meine Schauen. Also, jetzt wieder. So, da hinten ist nochmal welches. Ah, toll. So. Sag mal, mach ich irgendwas falsch oder so? Du gräbst dich doch auch bloß irgendwo rein, oder? Ja. Warum finde ich dann nix? Nein, geh hoch, also... Ist jetzt nicht so, dass ich so wenig hab, dass es jetzt nicht reichen würde. Ich hab jetzt nochmal einiges gefunden. Ist halt echt nix. Ein Neterquartz. Ja, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Lavatot. So. Oh, Neterquartz. Ich hab Neterquartz gefunden. Das ärgert mich ja total gerade für dich. Alter, Alter, leck mich. Alter, jetzt ist der komplette Neterquartz gehabt. Echt jetzt? Ja. Ich hab mir voll mit den Dias auch passiert. Alter, Mann, ey. I'm singing in the rain. Na, der Maul. Das sind so die Lieder, die modern waren, als Frank jung war. 1952. Das ist echt von 1952, das Lied. Aber Frank ist doch nicht von 1952, oder? Nein. 53. Nein. Frank ist, äh... Ich weiß, war noch Geburtstag, aber ich weiß nicht, in welchem Jahr. So. Also dieses Jahr hat er nochmal Geburtstag. 52, hallo? Dann wäre der ja schon über 60. Denk doch mal mit. Naja, hab ich da gerade gesagt. Frank, wie alt bist du? Kannst du mal ganz kurz auf die Sprünge helfen? Es ist nicht so, dass ich es nicht weiß. Ich will es jetzt nur nicht sagen. Ja, weiß es aber. Ich trau mich nicht. Ich kann solche hohen Zahlen aber nicht aussprechen. Nein. Meinst du, alles die mit? Alles ab 2, ja. Hm, das ist recht. Hm, ja, ja. So. Dann mach ich mal hier die Spitzhacke noch kaputt. Beziehungsweise den Hammer. Ich find heute auch nicht, Alter. Fett. Blätter sind mir total einfach voll mit Netersteinen, Alter. Oh, Laber. Na 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 na. Ein Baum. Na 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 na. Eine Johannisbeere. Und. Ähm. Agathendicksaf. Ne, wie hieß das? Agavendicksaf. Agathen. Agathen. Alter. Agathen. Agathen. Du die Spier holen. Agathen ist kein Journalist-Name. Ein hässlicher Ansicht nach. So, ähm. So, was haben wir da? Oh, 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 oh. Nein, ich find Agathen ist ein Name. Ich find der geht sogar voll. Vielleicht nicht ganz heiß. Aber ist als Uschi. Boah, Uschi. Ich hab ja lange Erfahrungen mit diesem Namen. Nein, mein Hammer ist kaputt. Oh. Dein Dierhammer. Ja. No. So. Ja, das kann ich nicht mehr abbauen. Also, ich bin nochmal weg. Wie viele Stacks hast du? Was? Ähm, äh, Nethercouts. Wie viele Stacks? Du müsst das in Stacks? Ja. Zwei. Zwei Blöcke. Das ist zwei Blöcke? Ja. Ja, ich kann das in Stacks messen. Ja, ich nicht. Ich weiß ja auch nicht, wo es hier zurückgeht. Kylian, hilf mir. Ich weiß ja auch nicht, wo du reingegangen bist. Ich weiß ja auch nicht, wo ich hier bin. Hä, eigentlich hier lang. Ah ja, hier. So richtig. Ah, lol. So. Na ja gut. Ganzes Deck hab ich nicht. Hab 51. Blöcke. Nein, wo geht's denn hier zurück? Agathen, Dicksaft. No, 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 no. Nein. No, 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 no. Nee, hier war ich doch. Ich weiß ja jetzt persönlich nicht, wo du bist, aber... Ah, ich hab's. Entschuldigung, aber mein Stream. Das war gerade echt eklig. So. Ich sehe ja nichts in der Kacksonne da, Alter. Welche Sonne, Mensch? Welche Sonne, wir sind im Nähdach. Ich weiß echt nicht, von welcher Sonne du die ganze Zeit redest. Wie komm ich denn? Ja, ist klar. Da. Da hätte er jetzt auch Lava drüber sein können. Aber no risk, no fun. Wie viel Netherquartz Einzelne hast du noch übrig? Gar keine. Zwei Blöcke hab ich. Okay. Ja gut. Hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Da reicht ja, wenn einer gut ist. Das beschränkt sich aufs ganze Let's Play. Oh, du Arschloch. Nein, du Arschloch. So. An alle Zuschauer, die gerade dabei sind. Hallöchen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet bitte wieder ab. Wie geht's euch? Was macht ihr so? Jo, schreibt das mal auch bei mir in den Chat, ne? Wie geht's euch? Was macht ihr so? Wie viel Zuschauer hast du noch? Nicht das, sondern, wie es euch geht. Was ihr hier macht. Äh, äh, drei. Drei. Sehr schön. Ähm, wo kommt der Netherquartz hin? Ja, gib mir, wenn nicht. Der Netherstein. 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 Ja, der kommt oben mit. Ah, warte, und ne Kiste tun. Oben, ja, alles klar. Ne, also nicht oben, also. Ah, hier. Die oberste Reihe, da wo das ganze, ähm, näht, da, ja, wo das ganze Netherstein ist. Wenn, äh, die Wand voll ist, dann, ähm, schmeißen wir den Rest immer in den Müllheimen. So viel können wir davon nicht gebrauchen. Ja, lol. Ich stehe in irgendeiner Wand. What do you do? So. Mmh. Jo, fünf Diamanten, alter, nice. Wie late ist es denn? Oh, okay, geht hier noch. Gold sperrt. Ah, okay. Ne WhatsApp, Leute. Ich weiß, das ist inzwischen schon ein bisschen altes Thema, aber. Ähm. Was steht hier denn so schön? Ich muss ja erstmal den Haufen wegwischen, damit ich nicht... Oh, fuck, 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 fuck. Alter, ich wäre fast so lange drin geblieben, dass es mich nochmal weggeteleportiert hätte. Oh, ich habe heute extra geduscht für den Stream, damit ich das hier machen kann. Ja, Kamera an. Aber jetzt habe ich mich doch dagegen entschieden, weil... Wissen Sie nicht. Oder, Leute, Zuschauer, soll ich die Kamera anmachen? Ich könnte ja so... Wollt ihr wirklich das Gesicht sehen? Wollt ihr wirklich? Ich müsste halt Lichter machen, dann würdet ihr mich sogar sehen, aber aktuell die Kamera ist sogar... Aus. Aber man sieht mich ja nicht. Ähm. Wollt ihr mich echt sehen? Das ist halt... Das ist halt die Frage. Einmal an die Zuschauer. Schreibt ja bei Pascal in Chat. Ne, schreibt ja bei ja irgendwo. Oder nein. Schreibt ja bei mir, schreibt ja bei Kilian, schreibt ja überall. Über... Kilian's Nacktauze sehen, halt. Das ist klar. So gemein. Miau. Alter. So, da unten ist voll, ist voll. Jetzt, ob das alles voll ist. So. Ich, 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 verbaue erstmal hier. So. Ne, da sollen. Was habe ich denn hier noch so? Da juckt es mir an den Armen. Äh. Wie wäre es, wenn du hochkommst und schlafen mit mir gehst? Sorry, das war ein bisschen... Warte. Sofort. Ich würde gerne nur schnell meinen Helm entzaubern. Beziehungsweise den Namen von meinem Helm runternehmen, damit ich den mal waschen kann. Trinken die Würmer eigentlich im Wasser? Ja, klar. Ja, klar. Ja, 39 Level, damit ich den ohne Verzauberung habe. Alter. Ohne Verzauberung? Ne, nicht ohne Verzauberung, sondern ohne, ähm, ohne Namen. Aber... Da kann man den Namen nicht normal ändern? Ne. Du musst, du musst den Namen da unten rausnehmen und dann kostet es 39 Level und das... Mache ich aber wahrscheinlich. Weil wenn der... Mach ich. Nein, die Sache ist, wenn der Helm... Pass mal auf, die Sache ist, wenn der Helm kaputt ist, weißt du, wie viel Level ich brauche, damit ich wieder auf die Verzauberung komme, die ich jetzt habe? Ja, das stimmt schon. Also refinanziert... Also, es ist halt nicht lustig hier Sachen. Alter, ich back in der Tour. Mit diesen Tür zu machen und so. Alter, ich krieg's kotzen, wenn ich dich sehe. Speit meine Seele, wie ein Affenhirn. Ne, okay. Ähm, lol. Lol. So, wir können weiterbauen im Haus, oder? Oh. Ähm, äh... Willst du vielleicht noch ein bisschen Marmor holen? Oh, 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 oh. Äh... Der ist voll schön, der Kranz. Ja, ich weiß. Können wir... Pass mal auf, können wir den nicht... Weghängen? Ne, ähm... Können wir den... Der ist voll schön. Können wir den nicht wegmachen? Warte. Meinst du, du kannst den Schalter da reinmachen? Ja, klar. Eh doch. Das ist... Nein, aber ich würde... Können wir das denn nicht lieber hier hinhängen, oder so? Ja, können wir auch mal. Das sieht besser aus. Ja. Okay. Wollen wir nicht langsam nochmal eine Tür hier einbauen? Ne, noch nicht. Das fügt sich noch nicht ins Gesamtbild. So, mhm... Alles klar, dein Maul. Waaah. Äh, äh... Achso, mein Glas. Hatte ja Glas. Nice, dass du die Truhe hier zugebaut hast. Ah, hab ich das? Äh... Naja, nee. Ich find das Haus voll schön. Ist halt was ganz anderes als das alte. So eine... Ja, ist halt ein neumoderneres. Moderne... Moderne... Ja... Ich hab ne richtig geile Idee. Wir machen... Nen Bad... Ja... Wörst du zu? Wir machen nen Bad. Wir machen nen Bad. Wir machen nen Bad. Was von unten nen Glasboden hat. Nein. Doch. Oh. Doch. Machen wir. Pass auf. Von unten ein Glasboden. Das ist doch... Das ist doch... Kann den Leuten mal im Kacken zugucken. Was? Alter. So. Pff. Das ist ja so. Hochziehen hoch. Hm, ja. Hm, was ist denn hier? So. Okay. Ähm. Hier haben wir noch ein bisschen Marmor. Wir brauchen halt Sand. Kein Sand. Doch, ich hab noch Sand im Inventar. Aber nicht so viel. Wollen wir nochmal in die Wüste gehen? Nee. Aber da könnten wir dann halt gleich so viel Sand holen, dass es halt wirklich lange reicht. Ja, wir haben ja noch nie ne Wüste gefunden. Doch. Wir haben einen auf dem Atlas markiert. Echt? Wir waren schon mal neiner. Auf der Reise. So. Wuhu, so. Dann müssten wir halt ein Stück segeln. Nö, müssen wir nicht. Müssen wir nicht? Ist hier in der Nähe? Nö, in der Nähe nicht, aber reisen auf jeden Fall. Wo war denn die Wüste? Warte mal, jetzt muss man ganz kurz... Die war ja... Wo sind wir denn hier? Hier. Müsste ja hier oben gewesen sein. So. Ja, nee, fällt aus. Hm, dann müssen wir das ganze Wasser, oder? Ja. Aha. Oder wir machen mal ne Reise in die Richtung, ne? Vielleicht ist da ne Wüste. Wo? Da, in die Richtung. Da, wo wir halt noch gar nicht waren. Naja, gar nicht, kannst du nicht sagen, also... War noch nicht für die Karte aufgedeckt. Doch, in die Richtung eigentlich schon. In die Richtung. Warte. Äh. Welche? Da. In die Richtung. Die da. Was ist in die? Da waren wir noch nicht. Doch, da waren wir auch schon. Aber da kommt doch Wasser denn. Ja, nee, da kommt ja wieder Berg. Gib mal her. In die Richtung Haus, da. Oh, wir fahren zur letzten U-Bahn-Station und gehen über den chinesischen Palast hinaus. Nääää. Aber da waren wir noch überhaupt nicht. Ja, wir waren... Überall, wo die Map endet, waren wir noch überhaupt nicht. Aber guck mal, chinesischer Palast, da waren wir dann ein ganzes Stück noch nicht. Und ich glaub, da ist irgendwie ne Büste oder so, was da zu sehen war. Und so. 1, 2, 3, 4, 5. Reichen 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5, so. Und dennoch einmal den hier. Okay, hat mein ganzer Rucksack, ist halt voll mit Scheiße schon wieder. Ja, hat sogar wirklich gereicht. Ähm. Sieht doch voll geil aus. Jetzt mach ich da doch noch so ein Ding über Wasser, Alter, Mann. Ey. Ey. Hier die Säule, da oben kommt dann das Bad drauf. Dann machen wir ab der Etage danach größere Zimmer. Findest du das? Was, größere? Ja, komm mal. Ne, warte mal. Die Beule hier hinten fällt dann praktisch weg. So. Ja, wissen ich nicht, wie wir das mit dem Sand jetzt machen. Oh, einfach nur mich hier hinsetzen. Das schlägt ja auf die Niere, wenn man hier so krumm ersetzt, sag ich dir. Rainer. Niere? Niere. So. Kian? Ja? Was passiert, wenn ich das hier auf die Brücke mache? Nein. Ja, ich kann sie machen. Mach. Ja. Mach. Richtig sinnvoll. Also richtig sinnvoll. Aua. Du Lauch. So. Ähm. Guck mal hier, die Säule. Da oben grenzt dann das nächste Zimmer drauf. Also, das sieht nice aus. Sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Ich würde halt dann den Block hier wegmachen. Den hier? Ne, ne, der bleibt da. Aber dann sieht man die Säule gar nicht so richtig. Ne, bleibst du trotzdem. Von hier sieht man die Säule. Ne, mach mal die weg. Sieht kacke aus. Aber ohne den Block ist hier so offen. Ja, nice, Alter. Bauholz mit einer Spitze. Sieht noch beschissener aus. Ja, jetzt sieht man aber die Säule. Die Säule ist ja gerade unten schön. Ja, guck mal nach oben. Da sieht es genauso aus. Ja, mach ich. Gib mal her, gib mal her. Nein, gib her. Gib her. Gib die beiden Steine her. Danke. Machen wir das so hier, dann siehst du deine schöne Säule. Okay. Müssen wir das auf der Seite aber auch so machen. Toll. Hat der irgendjemand noch eine Spitzhacke oder so? Jo, ich. Was willst du damit? Ne, das hier mal abbauen. Okay. Okay. Oh, lol. Danke. So. Du hast noch den Soundpfeiler. Danke. Ja, jetzt ist es ein bisschen offener hier hinten. Jetzt kommt man ja auch direkt in den Garten rein, der hier ist. Wenn die ganzen Kisten hier nicht stehen, weil die schon wieder voll gemüllt sind. Ja. So. Was wir eigentlich vermeiden wollten. Irgendwie haben wir an jeder Baustelle immer Kisten. Verstehe so. Ja, weil es halt praktisch ist einfach. Es sieht voll geil aus, das Haus. Hat auch mal eine schönere Form. Wollen wir nicht mal die Bank hier vielleicht weg machen und mal draußen hin machen? Ja, die wollte ich halt auf den Steg stellen. Dann gibst du mir. Dann stellen wir die erstmal so lang hier, wo das Bird Bash ist. Ja, nee, warte mal. Die würde ich halt woanders hinstellen. Ich würde, guck mal, wenn wir das ein bisschen hier, dann kann man beim Kochen so. Ach, die können wir da gar nicht hinstellen. Den Vögeln zugucken. Warte, hier oder was? Nee, die, nee, warte, hier wollte ich die hinstellen. Und dann nehmen wir das hier weg. Nimm das mal weg. Ich kann das doch, oder kann ich? Danke. Kannst du mal hergeben? Was? Und das Vogel-Ding. Dann setzte die Bank von der Richtung hier. So, dass man auf die Tür erstmal guckt. Erstmal vorüber geht. Und wir hier. So. Jetzt komme ich auch nicht mehr rüber. Perfekt. Das ist ja geil. Echt, kann man da nicht rüber? Doch, klar kann man da drüber. Ja, von der Seite, klar. Aber von der anderen nicht. Na klar. Du bist ja ein dummen Beutel. So. Hä? Ja, du bist ja... Screenshot. So. Gerade, wo es Nacht wird. So, hier müssen wir noch irgendwelche Lampen anbringen. Was für Lampen bringen wir hier denn an? Irgendwelche schönen... Gibt es von Deko-Craft-Lampen? Mann, ey. Das ist voll kacke. Ja, nee. Die Bank kann da nicht stehen bleiben. Warum nicht? Ja, wenn man da nicht mal durchkommt. Das ist voll scheiße. Ja, wo gehst du denn hier lang denn? Oh, Mist. Wann bist du denn das letzte Mal hier lang gegangen? Hier durch? Wo gehst du denn hier hin, wenn du hier lang gehst? Willst du dich irgendwo anders hinstellen? Stell doch hier hin. Oder wo musst du denn da hin? Wofür brauchst du denn diesen Weg? Danke. So. Das ist halt voll dumm eigentlich. Kann man gar nicht ums Haus rumgehen. Lampe. Es gibt ja Lava-Lampen, die wollt ihr halt auf die Nachttische stellen. Ja, klar. Lava-Lampen. Ist klar. Ich baue mal so eine An-Aus-Lampen. Ah, nee. Können wir noch nicht. Wir haben kein Obsidian. Hier Lava-Lampen. Find die hübsch. Wie gehen die an? Ach so. Lass mal, lass mal. Find die voll hübsch. Alter, die ist voll hässlich. Ich find die voll... Doch. Was ist denn da drinnen? Irgendwelche Steinchen. Halt wie bei Lava-Lampen. Regenbogen. Kann man die auch an die Decke machen? Ja. Ja, kann man auch lassen. So. Die kannst du hier unter die Treppe stellen. So. Oder im Keller einschließen. So. Kannst du unter der Erde verbuddeln und das Erde wieder drüber machen. Und das Erde wieder... So. Oh, da hat wer geklingelt. Oh, wer wohl. Hat den Erfolg Ding, Dong, Ditsch. Scheiße. Ähm, so. Also, ich hol jetzt mal noch ein bisschen Marmor. Und was... Bauen wir jetzt als nächstes noch eine Etage rauf. Eine größere. Oder holen wir... Ja, wir holen erst mal Sand, oder? Nee. Nein, ich dachte vielleicht machen wir diese Insel hier. Weil der Sand hier, der kann eigentlich weg. Ich würde hier lieber eigentlich Gras haben, damit wir Beete oder so machen können. Können wir den Sand hier wegnehmen? Im Wasser vielleicht ein bisschen Sand weg. Machen wir es so? Ähm... Aber... Was? Na hier, ich dachte wir können... Was ist der Lenz da mit seiner Schüpp? Äh, du kannst einfach den Sand hier von... Von... Von hier nehmen. Ja, aber ich finde den Sand hier auf der Insel hässlich. Ich finde, der passt überhaupt nicht... Nein, das ist voll die gute Abwechslung. Ja, der passt überhaupt nicht in das Grüne Abj... Ähm, ähm... Klar. Wir fragen den Chat. Leute, seid ihr dafür, dass der Land wegkommt, oder soll er da bleiben? Ha? Start es jetzt mal. Ja? Jetzt. Ja, schreibt es in den Chat. Da oder weg? Hier ist übrigens noch... Es sind noch... Sieben Sand. Geil! Und hier sind auch noch 56. Hier sind auch noch 3. So. Ähm, wollen wir jetzt mal schlafen legen? So, ich hab jetzt 35 Sand. Wollen wir uns schlafen legen? Ja, muss zum Haus gehen. Wo sind denn die Betten hier hin? Die da standen? Ja, weg. Ja, wo? Kannst du mir mal wieder gehen? So. So. Hm. Hi. Alter, was? Ich... Was ist denn das für ein Bug, Alter? Ich bin schon wieder fast in einem Glasschei, wie ich spawnte da. Ja, du darfst es halt da nicht ans Glas stellen. Ost. Hast du irgendwie Kohle? Nö. Nice. So. Ich brauch mal so ein paar Zimmermannsblöcke. Wie hat man die denn gemacht? Sticks und einen Block in der Mitte. So. Oder? Ja. Okay. So ein Hammer. Uh. Wer war denn das? Da hat er geklingelt. So. Was? Hab ich nicht gesagt. Hi, Nö. Hi, Nö. Ähm, mäm, mäm, mäm. Ach so, gut. Hier fehlt was. Ja, Mensch, das. Meine kacken Maus. Ja, hm. Hi. Ich kann mir halt nicht von... Du gehst denn sogar so seitwärts. Der ist ein Idiot, weil meine Maus nicht geht. Ich kann mich nicht drehen. Alter, das sieht das geil aus. So. Oh, ich muss mal was trinken. Was wollte ich noch machen? Ähm. Ähm. Was mach ich denn jetzt in der Zwischenzeit? Cheeseburger. Ich mach Cheeseburger. Das kann ich am besten. Wir brauchen nicht noch mehr Cheeseburger, Pascal. Doch. Doch. Wir brauchen Cheeseburger. Cheeseburger. So. So. So eine Spitzhacke wollte ich mir machen. Ähm. Da brauchen wir Cheeseburger. So. Wie lange ist her, dass ich mir eine normale Spitzhacke gemacht habe? Ach, Jahre muss das sein. Ja. Käse haben wir natürlich nicht mehr. Nö, hat auch niemand erwartet. Salz haben wir natürlich nicht mehr. Muss man dazu sagen, haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Also beschweren kann ich mich da jetzt. Gehe ich erstmal Salz. Beschweren kann ich mich da mal... Ja, lass uns. Na, lass uns. So. Der sagt das komplett in der falschen... Naja. Beschweren kann ich mich da normalerweise ja weniger. Was sagt der? Beschweren kann ich mich darüber ändern, aber leider eher weniger. Der Junge ist eh komplett dumm. Ja, das kann sein. Habe ich so dummen Menschen gesehen, wie diesen Danny... Wie auch immer der weiter heißt. Yes. Oder so. Was? Ja, der schreit ist immer total, als wäre es was Besonderes. Als wäre eher was Besonderes. Da wäre es ja behindert, ein Stück Scheiße. Ähm, so Leute. So Leute, kommen wir wieder auf den Boden der Tatsachen. Er ist behindert. Hier muss noch... Ah, wir haben gar kein Marmor mehr, oder? Mamer. Ach doch, der ist... Toll. Hast du gerade Neger gesagt? Ja. Deine Aufnahme. Ich glaube, ich nehme gar nicht auf. Nee, ich auch nicht. Äh, doch. Ich nehme schon auf. Aber ich lade später nicht hoch. Ich lade immer... Ich nehme immer mal alles auf und... Tu so, als wäre ich dir der wichtig. Brauchst du eigentlich gar nicht. So. Warum kann er die denn nicht da reinpacken? Also das ist richtig behindert. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch... So, ähm... Jetzt kommt der mir hier mit so einem behinderten Quarzblock. Das ist echt nicht dufte. Ja. So. Dann mache ich erst mal die Treppe. Ins Jenseits. Hab ein paar Cheezys über. Passen nicht mehr rein. So. Das Haus ist jetzt schon relativ hoch. Hm. Mach ich denn jetzt mit den Cheeseburgern? Komm, mein Rucksack. I'm seeking in the rain. So. Brauchst du noch ein paar Cheezys? Aktuell kann ich mich... Äh, nö. Echt nicht? Nee. Aber kannst du welche auch haben, bitte? Nee. Weil sonst... Das klatscht mir wieder das Inventar voll. Du musst mir echt damit aufhören. Aber ich mach die doch so gerne. Ist doch sinnlos. So. Brauchst du hier ins Keksklotz. Boom. Boom. So. Salz hab ich noch. Fuck, wo pack ich das? Salz hin, Alter. Mhm. Naja. So. Ich muss mal... Gut, warte mal. Was ist denn das? Ah, Rohrmarmor. Okay. Ich geh gleich wahrscheinlich doch nochmal ins Nässer. Tu noch ein wenig Quarz. Quarz. So. Und dann... Lässt du das hier als Terrasse oder was? Nee, da kommt das Klo hin und hier unten kommt Glas am Boden. Dann scheißt man sozusagen ins Leere. Ja. Geil. Weiß gar nicht, oder? Warte mal. Ich geh mal ganz kurz auf die Singleplayer-Welt. Ich möchte mal gucken, ob die Toiletten irgendwie was Bestimmtes benötigen. So. Ich glaub, man kann mit denen noch spülen, oder? Ja, aber brauchen die deswegen Wasser? Na, wenn dann ja. Furniture. Hier, Toilette. Wo ist er denn? Jo. Okay, man muss F zum Spülen drücken. Nee, hä? Ja, aber F ist bei mir doch was ganz anderes. Ähm... Steuerung. Ist F grad doppelt belegt? Nee, könntest du ja gar nicht benutzen. Hier F... Wenn ich das auf G lege... Ich weiß nicht. Ich lege das auf jeden Fall mal wieder hier auf F. Nee, die brauchen kein Wasser. Okay. Aber machen wir dann nur eine Toilette? Ja, wir haben noch eine Dusche. Ja, aber wenn wir die Toilette ja schön mittig machen... Also, wir machen das so. Warte. Achso. Ich geh wieder auf die Singleplayer-Welt. Ähm... Warte mal, ähm... Kohle brauche ich und... War das Sand? Wir haben doch hier in der Sand. Ich kann mich da dran erinnern. LP-Test. Was steht hier? Da haben wir da Sand. Oh, nicht wenig. Achso, ich muss ja auf den Mehrspieler. Alter, mein Gehirn schaltet lang... Mensch, nee, sag an. Ja, es ist schon alles... Ja, ich glaube, ich mache um 23 Uhr auch Schluss. Um 23 Uhr? Ein bisschen. Ich mache vielleicht dann noch ein bisschen länger. Ja. Um 23... Ja, wir schauen. Ähm... Halleina, Jona... Halleina... Machst du morgen? Hast du was vor? Ja, morgen kann ich nicht. Also... Aber ich streame auch, dann denke ich mal, jetzt regulär vielleicht. Ich denke mal, ich kündige es jetzt einfach mal an. Ich streame jeden Donnerstag um 19 Uhr noch. Und zwar, äh, Rainbow Six. Wollte ich, äh, streamen. Jo, mach das. So. Ähm... Ja. Vielleicht auch mal dann mit dir vielleicht, ähm... Äh, vielleicht Payday oder so, oder... Ja, Rainbow Six. Wenn du dir POBG holst, dann vielleicht auch POBG. Pupke. Pupke. Vielleicht spiel ich auch mal eine Runde Ghost Week in White Lands. Ähm... Schauen wir mal. Da ist... Sind die Möglichkeiten groß. Das hört sich ja vorzüglich an. So. Jo. Hast du noch ein bisschen Glas? Äh, ja. Tatsächlich, ja. Dann komm damit mal nach oben. Ich, ähm, mach die ganzen Dings so voll. Okay. Ich muss aber erstmal unten weitermachen und dann mach ich oben weiter. Weil unten ist ja auch noch nix. Jo. Hier fehlt übrigens noch auf der zweiten oder ersten... Auf der zweiten Etage fehlt noch Quarz. Wo? Äh, der Balken in der Mitte da. Wißt du, wo dran das liegt? Wo dran das liegt wäre? Hallo, dass Flit People hier Marmor übersetzt hat. Ähm. Da machen wir... Nee, da steht ja schon Quarz. Stand ja schon Quarz. Hier steht ja schon Quarz. Ja, nee, aber da hat, ähm, obendrauf stand ein Block Marmor und deswegen dachte ich, da wäre schon was drunter. So. Fährt ja auch noch. Und hier auch noch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gesamte Etage hier fehlt noch. Nice, der Schüssel ist gleich hin. Ja, das war ein Neumann. Hä? Mhm. Für irgendein anderer Quarz hingesetzt, aber nicht das, was ich möchte, weißt du. Ich feiere Minecraft für diese Logik. Äh, ja, ja. Paddy. Ein Hoch auf Minecraft. Nee, danke. Nee, danke, danke. Das reicht schon. So. Da haben wir ab hier oben, wenn der ein bisschen größer ist. Nehmen wir eine Eisentür? Nee, ich wollte so einen nehmen. Oder so eine dunkle? Nein. Ich wollte eine nehmen aus Glas. Komplett aus Glas. Äh, also Zimmermann? Ja, Zimmermann, klar. Okay, dann mache ich mal. Ja, also zwei. So. Äh, Tür des Zimmermanns. Macht man mit Zimmermannsblöcken und Zimmermannsblöcke macht man mit Kacke? Richtig. Alles richtig. Reden so weiter. Prozügliche Prognöse. Prognöse. Ach, keine Ahnung. Ja, nice. Das ist schon mal falsch. So, das ist jetzt auch falsch, oder? Ja. Ich weiß, ihr seht gerade, wie ihr da nichts habt. Kannst du mal kurz schlafen legen gleich? Äh, ja, gleich. Okay, ja, ich lege mich. Jetzt. Okay. Ich lege mich ja schon mal forever alone ins Bett. Und, wo ist ein Mainz? Warum hast du ein Mainz schon wieder abgebaut? Ich hab das nicht abgebaut. Das ist unten wahrscheinlich irgendwo. Ist das dann weg gewesen? Ich weiß ja nicht, ob das hier alles so stimmt, wie ich das denke. Ach, da. Ach, da. Hast du Schaden gekriegt? Ja, ein bisschen. Nice. Ist. So, das sieht doch voll geil aus. Man hat halt voll offen im Blick auf so ziemlich alles. Negativ. Und doch irgendwie fühlt sich so an, als wäre man in den Raum drin. Ist voll gut gelungen. Gut, das hier oben. Da fühlt man sich eher so, als würde man von einer schwebenden Decke umgeben sein. Aber das ist jetzt was anderes. So. Ist ja eine andere Sache. Was haben wir hier? Einmal noch die Säule. Die Toilette. Wie hat man die gemacht? Toilette. Alter, sieht das scheiße aus. Was denn? Guck mal, das ist eine Glastür mit dem Fenster drin. Nein, nein, du kannst sie doch... Geil, oder? Eine Glastür mit dem Fenster, Alter. Das ist doch nice, oder? Ja, wir nehmen ja... Ich finde eine Glastür mit dem Fenster gar nicht mal so schlecht. Ja, aber ich würde dann... Ich hab da gestern auch mal überlegt, aber ich würde dann eher hier sowas machen. So eine Tür. Ja. So was ist das? Jetzt hast du es wieder weggemacht. Jetzt. Das sieht nice aus, finde ich. Dann machen wir hier unten aber Druckplatten hin und nicht. Jo, können wir die Stone Path... Können wir da Druckplatte irgendwie... Nee. Warte mal, ich mach mal eine. Druckplatte. Ich würde hier unten eh lieber einen anderen Boden hinlegen und hier nicht... Warte. Genau, und das waren schon mal die falschen Druckplatten, weil wir brauchen Druckplatte des Zimmermanns. So. Und da muss ich doch gleich akut mal... Niesen. Entschuldigung. Ja, nice. Kies. Wo ist denn mein Meißel? Denn wer Meißel denn... Nee, nicht auf... Ja, aber ich will da drunter keine... Dann möchte ich da drunter aber blanke Erde, wenn schon haben. Diese geschüsselte, blanke Erde. Ja, warum, hä? Das sieht voll schön aus mit dem Grund. Naja, aber mich stört es so, dass das dann so durchkommt, das Gras. Hä, das ist doch normal. Ja, aber das fühlt sich dann für mich so anderswürdig auf Dreck rummachen. Ach, du hast... Ja, Dreck auf Dreck. Wir können es doch mal probieren kurz. Kurze, Mane, Uschi. Ja, was suchst du denn, du? So. Mh. Ich was kann ich hier denn weg tun, Mensch, hier, weg. Nee, das nicht, das hier weg. Alles weg. Scheiße. Alles weg. Aber hier das so machen... Das sieht ja kacke aus. Na, aber... Setz da mal die Platten rauf. Ja, das kannst du ja... Was probierst du denn du jetzt? Das geht nicht. Pflaume. Ich würde davor schon sagen können. So kann man es machen. Das sieht absolut kacke aus mit den Rantern. Das war nicht so schlecht. Also mir gefällt es ja auch nicht. Was versuchst du denn da? Du musst rechts... Links liegt drauf haben. Ja, ne, ich hab nur die Dings rausgenommen. Ja, man kann das auch so machen. Und dann allen auf den Sack gehen. Also, oder was? Geht die Tür zu. Echt? Hm. So. Aha, ich hänge nach der Tür. Oh, scheiße. Nur wir Spielern. So, Monster können die Tür jetzt nicht öffnen. So, und hier würde ich dann hin tun, ähm... Na, Stein oder so. Ja, mach da erst mal... Was? Hä, was? Na, die Platten. Die Bodenplatten. Ja. Achso, unten. Entschuldigung, ähm... Der packt da einen Stein hin, Alter. Na, was mach ich denn? Alter, Entschuldigung, ich bin grad... Scheiße, ich brauch das aber. Entschuldigung. 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 Entschuldigung, ähm... Entschuldigung, ähm... Entschuldigung, ähm... Entschuldigung, ähm... Entschuldigung, ähm... Hey, alles zurück. So. Ja, genau. Dann tun wir... Genau. Dann machen... Tun wir machen. Ne, das ist falsch. Doch, man, bitte. Können wir nicht unter alle... Die denn... Warte, wir können es ja mal testen. So, pass auf. Ähm... So. So. Jetzt leg mal... Da wird jetzt über so einen Stein drauf machen. Muss da nochmal haben, ich hab nicht... Ja, wo nix mehr. Ja, klar, du musst da so einen Stein drauf machen. Nee, halt nicht. Hat die irgendwie mal mit Orten da... Dings aufgenommen, oder wie hier so eine Acht. So. Und die hier muss man noch zur Erde machen. Ich wollte die, ähm... Warte, wenn wir die, ähm, zu... Warte, äh... Ist ja wie perfekt getimt. Bitte hier, Glas. Hier hab ich auch noch zwei. Und hier ist der Schüssel. Hier, dann passt es nämlich zu den Steinen, wenn wir das so machen. Ja, dann zeig mal. Ja, sieht auf jeden Fall mega scheiße aus. Echt? Ja, dann gucken wir mal von beiden. Ja, dann lassen wir es erst mal so. Ja, dann lassen wir es erst mal so. Wir können es ja im Nothören erinnern. Machen wir zwei Ehen hier. So. Ich möchte mal eine Laberlampe irgendwo zu stehen haben. Mann, oh. Die steht da da schon. Aber die steht da scheiße. Im Mülleimer. Im Mülleimer. So. Ich hol mal... Steht nicht nur scheiße, die ist scheiße. Mamo. Mamo. So. Alter. Ich hol mal noch ein wenig. Ich hab mir so richtig voll im Kindergarten. So, nein, ich will mit der Lokomotive. Nein, ich... Mamo. Ich, äh, mal... Oh, lol. Noch ein wenig Marmor. Oder Quarz. Was soll ich holen? Holst du Marmor, ich Quarz? Ich hol Glas. Ja, das ist hilfreich. Ja, das ist auch schön. Ja, okay. Ich geh dann mal Marmor holen, okay? Äh, Quarz holen, okay? Ja, ich hol Glas. Ah, warte. Ich, ähm, tue hier noch gleich. Ja, tu mal. Ich tue mal machen tun, ey. Oh, mein. Warte. So, ich mach mal so einen ganzen Stack Holz zu Sticks, weil ich hier immer wieder Sticks suche. Aber nur aus Eichenholz. Ja. Das denkst du ja nicht. Ja, ja. Ne, ich nehm jetzt so Kirschholz, was wir zwei haben. So, das sind jetzt vielleicht ein bisschen vier Sticks, aber man gebraucht es vielleicht irgendwann noch. So. Man gebraucht es. Man gebraucht es irgendwann vielleicht noch. Naja, irgendwann raucht man alles. Ja, ähm. Ja, eine solide Leistung, also. Dann mach ich hier mal noch. Vier Stück reichen die? Ne, vier reichen nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. So. Dann sollte es auch reichen. So. Achso, ich muss ja noch hier mein Inventar von Neta-Steinen befreien. So. Neta. Neta-Steinen. Tjo. Dann geh ich jetzt mal online hier rein. So, ähm. Heine, ihr sagt. Heine, ihr sagt euch nicht. Oh, no. So. Heine, ihr sagt Heine. So. Also mit so einem schwarzen Dach sieht das auch geil aus, wenn wir nicht irgendwann mal zu schwarz übergehen. Ja, auf ein Dach können wir, wie gesagt, zu schwarz übergehen. Aber ich möchte, das Dach kann gerne so schwarz sein, aber halt nicht. Ja, es ist das weiße Haus. Richtig. Du hast es ganz gut zusammengefasst. So, ähm. So, ab jetzt schmeiße ich den Rest, was ich an Neta-Zeug finde, weg in den Müll. Okay. Kann ich jetzt nicht verstehen. Die gesamte, also nein, nur an Neta-Steine, weil die gesamte Wand ist voll. Natürlich und günstig, ja. Wir haben übrigens über 16.000 Erde. Nice. Wollte ich noch mal für die Zuschauer sagen. Pascal wusste es schon. Über 16.000 Erde. Weit über 16.000. Weit über 16.000. Wir können ruhig sagen, es sind 20. Sag mal was. Es geht Richtung 20, wenn alles ohne ist. Dann geht es Richtung 20, ja. Also Leute, wenn ihr Erde braucht, wir vermieten die. Nee. Das glauben wir doch nicht. Erdvermietung einfach. Wollen wir mal einen Stand aufmachen? Einen Stand auf. Auf der Games. Ja, mitten auf der Wiese. Mitten auf der Wiese. Erdvermietung. Aber eine Wiese auf der Games kann, oder? So. Kern ist übrigens auf der Games. Komm, also könntet ihr alle ein Autogramm holen, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich komme da auch nicht mehr weg. So viele Leute stehen da. Ja. Ja. So. 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 Oh, ein Lavasee. Mache ich das jetzt? Gehe ich nach hier oder wie? Und noch einer. Ja, wo soll ich mich denn jetzt hinbauen, wenn der über Lava ist? Wollen wir nach hier oder wie? Muss ich mir raten, das ist Lava. So. Ja, ist schon geil, so ein Haus jetzt hier so neben fahren, was so geil aussieht. Dann können wir das alte Wald komplett außer Betrieb nehmen. Aber ich würde es trotzdem da lassen. Ja, ich würde es da lassen, aber nicht mehr benutzen. Vielleicht finden wir irgendwann ja noch eine Anwendung für das Häuschen. So für... Vielleicht haben wir irgendwann noch eine Mod und dann stellen wir da so eine riesen Maschine rein. Obwohl, wenn am Tag so ein Zuckerrohr rauskommt. Ein Zuckerrohr, Alter, das ist richtig wichtig. Ja. Eins am Tag ist richtig wichtig, da hast du recht. Ja, ach ja. Ja. Das ist ja schon cool, wenn man das Haus dann einfach mit einer riesen Maschine füllen würde. So Eingang. Und dann kann man da gar nicht mehr rein, weil da einfach eine riesen Maschine drin ist. Oh ja, nein. So. Ein Lavasee und lasst mich raten, auch hier kein Quarz. Aber diesmal habe ich nicht so viel Glück mit Quarz. Aber es muss ja jeden mal treffen. So. Gerechtigkeit. Oh, fuck. Ja, ich werde das Feld auf jeden Fall noch vergrößern nach hinten. Weil das reicht ja ja nicht. Bist du gerade am Feld? Also, Soja auf jeden Fall muss ich nochmal anmelden. Und ich hoffe, wir, beziehungsweise, also ich habe schon mal darüber überlegt, ich habe es gerne auch schon gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es gut fand oder nicht, dass wir vielleicht noch so eine Mod installieren, wo wir vielleicht noch ein bisschen mehr Zeugs haben. Ja. Also jetzt wie mehr Getreide oder so halt, dass wir noch Mais oder so haben und Gerst und Roggen vielleicht oder so. Dass man da halt noch ein bisschen mehr machen kann, dass man vielleicht ein paar mehr Brot dort machen kann. Dass man vielleicht so eine Mod installiert, wo man vielleicht nochmal andere Burger machen kann oder so. Das wäre nice. Warum gehe ich jetzt eigentlich hier hin? Naja. Kannst du vielleicht nochmal ein bisschen Marmor holen? Das wäre nicht nice. Ich habe, also welchen Marmor? Äh, den ungeschüsselten. Wo soll ich den herholen? Ähm, hinterm, wie heißt das? Hinterm Lagersystem. Hinterm Lagersystem? Ja, da ist. Rechts oder links? Äh, links. Da ist ganz groß alles voll mit diesem Marmor. Aber den muss dann erst brennen. Eigentlich wollte ich ja jetzt streamen Schluss machen. Ein bisschen geht noch. Weischt schon, ne? Aber naja. Ich würde noch so bis ungefähr 0 Uhr machen. Ne, so lange mache ich nicht. Ne, aber ein bisschen kannst du ja noch. Jetzt bringt dich ja auch niemand. Aber ich würde vielleicht noch ein bisschen Quarz und so dann holen. Damit wird es dann in der nächsten Aufnahme, beziehungsweise unsere nächste Aufnahme, wir streamen ja eher, bevor wir nochmal aufnehmen. Das ist ja die derzeitige Lage. Was? Nö. Wir haben so viel vorproduziert bis streamen erst und dann nehmen wir wieder auf. Wir haben das da jetzt so eingepegelt, dass wir am Dienstag streamen und dann so aufnehmen, dass wir am Samstag die ersten Folgen wieder hochladen. Wir nehmen auf jeden Fall erst nach dem nächsten Stream wieder auf. Ja. Das heißt, dass zum nächsten Stream überhaupt nichts passieren wird. Also vielleicht Kleinigkeiten, die ich mal daneben beimachen oder was kann. Weil ich bin ab übermorgen auch im Urlaub, deswegen... Ja. Aber leider nicht im Bayern. Und wie viel Marmor hast du denn da so gedacht? Äh, so... Naja, drei, vier Stacks. Alles klar, wie läuft das hier? Wenn du hier... Ich hol mir jetzt erst mal so einen Hammer. Ja, meine ich. Ich hab mir jetzt erst mal so einen Hammer. Ich hab mir jetzt schon nie verlangt, dass du es ohne so einen Hammer machst. Hey. Hi, Nüranian. Schön, dass du dabei bist. Moin. 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 So. Oh, eine... Eine... Was ist das? Ich weiß, man sieht im Stream wenig, aber... Wir sind normalerweise auch mehr an der Oberfläche. Wie man so einen Hammer macht... Warte, ich hab's schon... Ob du schon wieder vergessen hast. Ich hab mir erst einen so einen Hammer gemacht. Ach so, erst einen... Das ist ja ein Luxusproblem. So. Ah, Quarz. Sehr schön. Warte, dann baue ich hier mal irgendwas hin, damit ich das wiederfinde. Oh. Nee, Alter. Au. So. Hallo. E-P- Noob-Plays. Ach nee, E-P-K. Da kam wieder so richtig die Lese-Rechtschreib-Schwäche raus. E-P... Ich kenn doch übrigens eine Lese-Rechtschreib-Schwäche. Ja. Kann man nicht offen... Danke, dass du es nochmal so sagst. Ich brauch doch immer eine gute Ausrede hier, wenn ich... Wenn ich... Wenn ich so unheimlich toll die Namen vorlese. So. So. Mhm, mhm. Ähm. Lol. So. 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 Ah, nichts passiert, alles im Grundbereich, so, baue ich mich denn jetzt mal hin, baue mal hier weiter, so, habe ich irgendwie eine Werkbank, ne, ich habe auch kein Holz mitgebracht, so, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen Quarz finde, 63, alles klar, so, ich habe jetzt genau vier Stacks, okay, super, jetzt müssen wir es bloß noch brennen, da bringe ich mal ein Stack Kohle mit, und dann läuft das, so, okay, der Nightbot hat gerade irgendwas blockiert, ich weiß nicht was, würde gerne mal wissen, was ihr da geschrieben habt, auf jeden Fall, ähm, ah, ein Link, okay, ihr dürft keinen Link anscheinend reinschreiben, wenn ihr keine Moderatoren seid, wusste ich auch nicht, so, Ach, ihr Opfer, nein, ich darf's, so, brennt unten, brennt, scheiße, wollen wir auch noch Feuerlöscher in so ein Haus hängen, wir haben ja jetzt schon so ein modernes Haus, können wir Feuerlöscher, machen wir jetzt die Frage, könnten wir an die Decke hängen, oder so, Also, nicht mit der, wie heißt es denn, Deko-Quarfeuerlöscher, Alter? Ähm, gib doch einfach Add Furniture-Mod ein, und dann, Ach, Furniture-Mod ist das? Und mit einem Redstone, ein Notenblock, und, äh, ja, also eigentlich relativ simpel. Quarz, 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 na, 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 so, hier hab ich, ah, zweieinhalb. Wo ist denn ein Feuerlöscher? So. Feuermelder, meinst du? Ja, mein ich doch, genau. Ja. Na, unser Feuerlöscher löscht auch. Ja, wir brauchen für jede Etage. Ja, aber ein normaler Feuermelder löscht ja nicht. So. Da, machst du gleich für jede Etage ein, oder? Ja, ich meine, jetzt mal vier Stück oder drei. Ja, oder drei. Mal, 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 erst mal fünf. Alles klar. Mal, es war 21.000. Mindestens. So. Aber gerade finde ich auch nicht so viel hier an. Quarz. Okay, na, wir gehen mal ein Speck raus, Alter. Ja, ein Speck. Notenblock, Holz. Okay, das ist nochmal Quarz. Nein, Mann, ey. Ein Notenblock ist relativ simpel zu machen. Naja. Und daran sollte es jetzt eigentlich nicht scheitern. Haben wir hier irgendwas? Hab ich schon wieder so einen Ausweg gefunden. Mal, da hinten irgendwie... Äh, nö. Oder doch, 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 doch. Okay, da hinten. Ich hab noch eine, ähm, Neta-Festung gefunden. Neta? Ja. Neta. Gut. Können wir vielleicht mal in der nächsten Aufnahme oder so reingehen. Wollen wir so einen Fire-Alarm-Ding noch mal testen, ob der geht? Nein, ey, ich weiß, dass der geht. Ich hab das schon mal auf das Ding... Ich würd gern mal Feuer legen. Wollen wir mal testen, ob das geht? Ist mir auch egal, ich würd gern mal Feuer legen. Oh, Haustack. Naja. Ne, sehr, echt vorsichtig. Das kann dann wirklich mal außer Kontrolle geraten, so ein Feuer. Das sieht ja mal mega scheiße aus. Was sieht scheiße aus? Wo packen wir den denn hin hier? Warte mal. An die Decke am besten. Ja, mach. In der Mitte des Raums an der Decke. Über den Tisch, über den Esstisch. Wobei, man macht eigentlich in die Küche keinen Feuermelder. Ja, stimmt schon, ne, aber... Naja, ein Pärchen. So. Man sieht überhaupt nichts aus. Weiß nicht, ob das immer wieder derselbe Block hier ist, aber ich denk mir das einfach mal. Hinten... Da ist nicht... Würde ich auch mal so gucken können. Das ist hier in der Mitte. Das ist in der Mitte. Das ist in der Mitte. Und hier ist es in der Mitte. Ja, passt schon. Da ist noch was. Und lol, genau, jetzt ist meine Spitze kaputt. Ähm... Mache ich noch eine bei? Nö. Können wir auch noch eine machen, aber mach ich nicht. Ich geh jetzt zurück. Ich hab ja noch ein bisschen was geholt. Mal gucken, ob ich zurückfinde. So. So, ähm... Und man sieht absolut gar nix. Gar nix. Dun dun nick-dun dünyun. Und dann dün annoying, dür啊. Wie das grob derरiee? Geht etwas weg. Dünnt 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 dünnt. Dünn dün int dünnt dünn. Warte, Kai, bitte noch wenigstens schnell nach Hause. Nein. Ich würde wenigstens noch schnell gerne nach Hause finden. Ja, ja, mach ich. Ah. Wenn wir noch Glas haben, setze ich noch schnell das Glas hin. Warte mal, ich bin schon wieder im Kreis gelaufen. Kacke. Kannst du mal bitte ins Nether kommen? Nein. Wo läufst du denn hin, Nether? Scheiße. Keine Ahnung, wie ich hier wieder rausgekommen. Die Richtung nicht, in die Richtung nicht. Dann kann es nur in die sein. Dachte ich mir ja schon, aber hier... Komme ich ja nur noch hier. Ach so, stimmt ja. Jetzt fällt es mir wieder ein. So. Leute, ihr habt es ja gerade gesehen, der Nightbot hat gerade durchgegriffen und jemanden getimeoutet. Für, ähm, 600 Sekunden. Äh. Für 600 Sekunden? Alter, kann man das nicht irgendwie anders angeben? Naja, 10 Minuten, das kann man ja wohl umrechnen. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Ah ja, stimmt. Ähm. Na gut, ähm. Auf jeden Fall, ja. Also war dann verdient. Ich sag's auch gerne noch mal so für, ähm, für Leute, die das nicht unbedingt verstehen. Ähm, Privatgespräche könnt ihr gerne über WhatsApp, E-Mail-Verkehr oder sonst was klären. Aber bitte nicht bei irgendjemandem im Livestream, im Chat, das ist einfach sinnlos. Ähm, muss jetzt nicht unbedingt sein. Und es kommt mir auch nicht so vor, als würdet ihr irgendwie Wert auf meinen Stream legen. Es kommt mir ja so vor, als würdet ihr einfach nur eure privaten Angelegenheiten hier gerne im Stream ausdiskutieren. Ähm, ja. Ja, also kann ich jetzt nichts für, dass der, ähm, Nightbot euch getime-outet hat, aber, ähm, beziehungsweise nicht. Genau, ähm, Frank hat's auch nochmal gesagt, bitte keine Beleidigung, vor allem noch sowas. Also halt, also sowas möchte ich nicht sehen. Ähm, ich sag mal so, Leute in Zukunft, die beleidigen und Leute, die ihre Privatangelegenheiten hier mein Chat äußern, äh, beziehungsweise mir anscheinend das Vorhaben haben, WhatsApp durch mein Chat zu ersetzen, äh, werden entweder getime-outet oder wenn's sich wiederholt, ähm, halt komplett gebannt. Ja, ja. Meister. Und danke ja an Frank, der, ähm, seine Mod-Aufgaben seit Ende 2000, Oktober 2015 echt gut macht. Ja, äh, fast zwei Jahre. Äh, 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 moddet er hier wie ein Weltmeister. Danke. Mhm. Danke dafür, Al-Blali. Ja. Ich seh den Namen. Gott. So, Kian, ich, äh, bin jetzt weg. Bist du weg? Schade. Äh, äh, ja, ich, 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 ich baue dir nur noch so eine Etage rauf aufs Haus. Ja, ja, mach ruhig. Äh, äh, nimm mich auch weg. Die guten alten Worte sag ich immer, mach nicht zu viel. Ähm, aber sonst... Ich doch nicht. Ich doch nicht. Ich doch nicht. Haus ist fertig. Ich doch nicht. Ja, schuldigung. Kommt vor. So. Ähm, yo. Kannst du nochmal kurz hoch? Ja, warte sofort. Ich, äh, schmeiß noch hier alles in den Büldeimer. Weil ich aus dem Nether mitgebracht hab. So. Naja, aber sieht doch jetzt schön aus, das Haus. Gerade mit der Säule und so. Jo. So, ich hab nochmal... 30 Säulen. So, dann komm ich einmal hoch. Der Baum ist echt groß von der Baumfarm da, Alter. Ja, den sieht man einfach besonders. Aber wir machen oben, ich weiß nicht, wie viele Etagen das Haus hat, vielleicht so... Neun. Zehn. Neun? Ja, ich würde das schon relativ hoch machen. Warte. Okay, das hier ist ja... Na gut, sagen wir sieben Etagen, so ungefähr. Ja, ja, mal gucken. So, roundabout. Und dann kommt noch eine schöne Dachterrasse rauf. Eine richtig schöne Dachterrasse. Oder? Was hättest du davon? Jo. Oh. Dann beendest du deinen Stream, oder wie? Jo, ich bin jetzt mal ein Streamer, also vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Bei dem Stream hier... Ich hab's nicht aufgenommen, das heißt, es kommt auch nicht bei YouTube hoch. Also, das ist hier ein Insider der Stream-Leute, die zugeguckt haben tatsächlich. Ja, der wird aber im Nachhinein noch angezeigt auf Twitch. Ja, ja, bei Twitch auf jeden Fall. Also, könnt ihr auch noch angucken, wenn ihr wollt. Aber nur für so eine Woche, zwei Wochen. Ja, ja. Und sonst könnt ihr jetzt auch gerne mit Kirjan mit reinhauen. Reinhauen. Ja, er macht noch ein bisschen. Und, äh... Ja. Sonst war's das hier. Ich hab ja gesagt, ähm... Ich werde donnerstags jetzt vielleicht immer Rainbow Six so ein bisschen machen. Oder... Ja, mit Kirjan vielleicht nochmal... Ja, mal schauen. Was wir da so hinkriegen. Also, vielleicht nicht jeden Donnerstag, vielleicht auch nicht diese Woche Donnerstag. Ich guck mal genau, wie es läuft, aber... Schauen wir mal. Äh... Also, haut rein. Kirjan, viel Spaß dir noch. Gleichfalls. Und, äh... Bis denn. Jo. Na? Hau's da rein. Tschüss. So. Das Spiel ist auf jeden Fall beendet. Ich bin ja bei dir jetzt noch drin. Also, ich find's immer geil, wenn man M4 drückt, geht man aus dem Stuhl raus. M4. Ich versteh's nicht. Ja. Ich versteh's nicht. Ich empfiehle, manche Tassen. Dann kommt mein Passwort automatisch eingegeben. Also, ich drück das jetzt mal lieber nach. Ne, äh... Ne, weh's ich nicht. Also, keine Ahnung, was ist es. So. Naja. Ja, keine Ahnung. So. Muss ich mal gucken. Hast du noch ein bisschen Glas? Oder dann geh ich jetzt vielleicht einfach nochmal in eine glückliche Glas. Ne, ich hab gar nichts mehr im Inventar. Aber unten ist Glas in der... Ne, pass auf. Dann kannst du noch einmal kurz auf den Server kommen und mir einen Atlas da lassen. Ne, ich hab grad leider schon Spiel beendet. Kannst du bitte nochmal ganz kurz raufkommen. Oh... 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 Danke. Das wär so gut. Du bist dein... Du bist dein Schatz. So. Ja. Ja, dauert dann ein bisschen. Ja, ne, ist kein Problem. Weiß nicht, sonst noch irgendwas, was, 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 ähm... Ich gebrauchen könnte. Weiß nicht. Ich hab nichts mehr im Inventar, also... Na gut. Glas brennt unten nicht mehr, tatsächlich. Äh, aber wir haben noch Glas, äh, also Sand im, ähm, Dings. Okay. Im Lager da. Da sind noch drei Stacks oder so. Okay. Und sonst bringt vier, vier Stacks Marmor brennt unten. Ah, sehr schön. Im neuen Haus da mit den vielen Öfen. Wir können auch eine Etage zwischendurch, wenn wir so viele machen, dann vielleicht auch mal eine zwischendurch offen machen, ohne Glas anwenden. Jetzt vielleicht nicht den größten Dutzend, aber... So. So, ähm, ja. Guck mal, danke. Ich mach mal, ich hab den Atlas tatsächlich nicht. Doch, du musst den irgendwo haben. Nee. Äh, okay. Ich hab den nicht. Dann, äh, äh... Hä? Äh, du hast mir vorhin zugeworfen, hab ich den da behalten? Nee, oder? Du musst den... Ah, nee, okay, das ist ja unten in der Kiste. Oh, oh, oh. Entschuldigung. Entschuldigung, dein Ernst, Alter. Äh, so. Na gut, dann. Danke. Gut. Ach. So, jetzt sag nicht nochmal. Ich hab das Spiel jetzt wieder beendet. Ja, nee. Kannst du mir vielleicht noch ganz was... Okay. Gut. So. Hat er hier schon wieder ein Viech im Haus? Wo kommt denn das her? Das ist ein Keller, oder? Ja, die spawnen einfach überall, Alter. Kannst du machen, was du willst? Kannst du Zäune hinstellen? Sonst sagen was. So. Was wollte ich jetzt noch machen? So. Also dann, ja, viel Spaß und, äh, hau rein, ne? Gleichfalls. Morgen, weiß ich nicht genau. Ja, mal gucken. Also übermorgen fahr ich in Urlaub. Ähm. Morgen kann ich eigentlich gar nicht. Also wenn ja nur nicht abends. Abends find ich nicht da. Ah, was heißt denn morgens? Ja, morgens so ab 13 Uhr oder so. Ist für irgendetwas okay. Ja klar, da stehe ich auf. Das ist kein Problem. Wenn dann. Also wenn, wenn dann. Aber es bringt eigentlich nichts, wenn wir nicht vorpolizieren müssen, müssen wir eigentlich... Ja, mal gucken. Privat will ich dich jetzt auch nicht unbedingt sehen, also von daher... Ja, stimmt. Ja, stimmt. Nee, also... So. Nee, nee, dann... Wenn nicht, dann nicht. Machen wir einen spannenden Tag. Außer rein, ne? Schönen Urlaub denn noch, ne? Du fährst gar nicht, oder? Fährst du nochmal weg? Nee, ich fahr nicht. Ich fahr vielleicht noch so ein, zwei Tage an Ostseema so. Ja, nee. Über das Wochenende vielleicht so, aber sonst... Ja, viel wäre auch nicht. Ist ja jetzt nur über das Wochenende von Donnerstag bis Sonntag. Naja, ist ja auch bald wieder vorbei und dann... Leider. Heute ist ja schon Montag. Nee, Dienstag. Ach, du Scheiße. In einer Woche schon was Schule. Aber, äh, Stundenplan steht da ganz schön nah. Hab ich geguckt. Nee, ist auch besser. Die vollen Säcke haben es noch nicht gemacht. Der wird dann so eine Woche, nachdem wir in der Schule wieder sind, so... Oh, hier euer Stundenplan. Oh, Mann. Wie macht man das mit den Nachrichten an, Henk? Alles klar. Also, hau rein. Bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss. So. Pascal ist weg. Ähm, weiß nicht. Haben wir noch irgendwie... Irgendwen, den wir mit reinholen können. Also, Frank könnten wir mit reinholen, der hier eben sehr gut moderiert hat. Habe hier super gemacht. Ähm, ich weiß nicht. Will Frank dazukommen? Also... Wenn ja, trau dich. Komm kurz auf den Discord. Musst ja auch keine Stunde da bleiben. 59 Minuten reichen. Ich mach aber auch nicht mehr so lang. Ich geh jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen Sand holen. Und dann mach ich hier noch Glas rein. Setz vielleicht einmal noch ein paar Etagen aufs Haus. Also ohne Pfeiler an den Ecken. Weil, naja. So. Ein bisschen doof. So. Sieht doch schon mal ganz schnuckelig aus hier. Das hier noch. Ne, scheiße. Hier kommt ja eine Säule hin. Hat mir jemand wieder nicht mitgedacht. Na, kack drauf. Möchtest du mal schnell mit der Faust? Na, 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 na. Ich könnte mich mal schnell ins Bett legen. Jetzt, wo wir alleine auf dem Server sind. Ist ja tatsächlich kein Problem. So. Und Frank, wenn du Lust hast, kannst du auch kurz auf den Discord kommen. Wenn es nicht, ähm, zu spät ist oder ähnliches. So, was wollte ich machen? Genau, ich wollte mich ins Bett legen. Ja, im Bett, wo habe ich das denn jetzt hingetan? Gehe ich mal ganz kurz nochmal nach unten. Ach, wir haben ja oben ja. Ich brauche ja eh. Ich muss ja eh mitnehmen. Das Bett auf die Reise. Ich glaube, da muss man ein ganzes Stück sogar mit dem Boot fahren. Ah, hier war Wasser, 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 Wasser. Und eine Wüste war wo? Das ist ja keine Wüste. Ähm, Brunnen. Ich weiß nicht mehr, wo war denn die Wüste? Irgendwo hatten wir eine markiert. Da oben war es auch nicht. Schlucht des Todes. Oh, hi, Frank. Frank. Geht der Mikro mal wieder nicht von irgendwelchen Geräten? So, ich gehe mal ganz kurz hoch. Ich weiß nicht mehr, ob er fragt mal, wie das Mikrofon nicht funktioniert. Auf jeden Fall höre ich ihn gerade nicht. Ähm, aber er ist im Discord. Ja, er ist im Discord. Was wollte ich noch machen? Genau, ich wollte... Ähm... Schon wieder vergessen, was wollte ich machen? Ähm, Holz holen. Was wollte ich noch machen? Sand holen. Ich wollte jetzt noch auf den Atlas gucken. Wo hier denn Sand ist. Ja, hier ist eine Wüste, so eine ganz kleine. Ah, hier ist eine Wüste. Dann gehen wir da mal Sand holen, oder? Können wir ein Stückchen, ähm, ähm, mit dem Kutter rüber? Ah, ich weiß nicht. Frank, hörst du mich? Irgendwie. Scheint es hier gerade ein paar Probleme zu geben. Hm. Dann nehmen wir mal noch ein paar Burger mit, die Pascal ja so grandios in Massen produziert hat. So. Perfekt. Gut, dann gehe ich erstmal Holz holen und dann nehme ich mal hier so einen Haufen von diesen Megaschaufeln mit und dann gehen wir los. Da muss ich mir glaube ich noch ein paar von machen, oder? Ja, ich könnte jetzt glaube ich auch, irgendwo liegen glaube ich noch welche rum, aber. So, nehme ich erstmal die Sticks hier. Habe ich noch irgendwo Holz. Was ist noch Holz? So. Meine Maus hängt mal wieder, super. So. Elf davon. Okay, acht davon sollten reichen. Okay, super. Nehmen wir jetzt aber noch ein wenig Eisen mit. Deinen Rucksack möchte ich auf jeden Fall vollhauen. So. Okay. Gehen wir los. Frank, was ist los? Ich höre dich nicht. Musst du vielleicht erst noch ein anderes Gerät umsteigen oder so? Oder habe ich irgendwas falsch eingestellt? Auf jeden Fall höre ich dich nicht. Hm. Da vorne. Endscharf. So. Einmal auf den Atlas gucken. Wo müssen wir hin? Wo sind wir? Okay. Wir müssen ein ganzes Stück weiter in die Richtung. Hoffen wir mal, dass das Essen reicht. Ich glaube, in kalten Videos kriegt man mehr Hunger. So, da habe ich mal ganz kurz hier eine Nachricht bekommen vom Frank. Ich kann nicht hören, es kam aber ein Update, was das Mikrofon wieder mal stumm schaltet. Es ist nicht mal das Symbol da. Okay, kannst du vielleicht über das andere Gerät reinkommen? Ist das möglich? Oder, ähm... Na, weil sonst hier rumsitz macht jetzt auch keinen Sinn. So, wartet. Zack. Und dann... Ne, mal gucken. Hallo, hallo. Ja. Jetzt müsstest... Boah, erschreck mich doch nicht so. Hallo, genau. Hi. So, ähm... Jemand hat was in den Chat geschrieben und zwar Lara... Warte mal. Lara? Ach so. Mara? Lara mag dich auf jeden Fall. Ah. Hi, guten Abend. Schön, dass du am Zuschauen bist und, ähm... Ja, ich möchte erst mal ein ganz, ganz dickes, äh... Fettes Dankeschön an dich ausrichten. Ähm... Ja. Also, wie gesagt, in Zukunft da durchaus härter durchgreifen. Also, wenn Leute hier irgendwie anfangen, ihre Privatgespräche zu führen, den... Und was überhaupt nichts mit dem Stream zu tun hat. Beziehungsweise, es geht ja aber, wenn... Wenn es so eine Nachricht ist, so irgendwie... Was sich vielleicht sogar ein bisschen auf ein Thema bezieht oder so, aber... Wenn es dann anfängt, sowas, die haben komplett daneben, dass die einfach anscheinend so Skype oder WhatsApp-Ersatz halt suchen. Ähm... Denn, wie gesagt, wenn der Nightbot da nicht durchgreift, durchaus selber mal was sagen. Einfach... Nicht machen und wenn es dann doch weitergeht, dann... Ähm... Hast du ja das Recht, die zu bannen. Also, dann auch nicht timeouten oder so, einfach gleich bannen, weil... Gleich bannen. Das muss jetzt echt nicht sein, dass hier Leute... Nein, klar, ich finde es gut, wenn Leute mit mir reden und so, oder wenn Leute auch untereinander kommunizieren, aber... Das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Stream zu tun gehabt. Das war einfach, als ob die einen WhatsApp-Ersatz gesucht haben. Also... Ein paar private Worte gehen ja, aber wenn man das überhand nimmt... Also, das ging überhaupt nicht. Also, da hast du gut erstmal hier, dass du gegen die Beleidigung was getan hast. Aber wie gesagt, da kannst du auch härter durchgreifen. Also... Beziehungsweise, wenn... Ich sag mal, wenn wir wie damals, wo wir... Vielleicht, ähm... Der andere wurde ja gleich getimeoutet vom Nightbot, aber den anderen hätte man vielleicht auch gleich... Nee, der wurde aber getimeoutet, weil der in Caps geschrieben hat. Aber wie gesagt, erst mal Warn, bitte keine irgendwie so einen Text, bitte keine privaten... Das waren ja erst mal die Warn... Gespräche hier führen. Genau, und wenn da nichts passiert, auch kein Timeout direkt an. Wie geht's dir so? Ja, mir geht's sehr gut. Ähm, ich bin sehr erfreut. Und mein Mod, Frank, wie geht's dir? Hm? Ja, ähm... Ja, nein. So. Nee, aber... Hast du gut gemacht. Freuen mich immer wieder, dass ich hier so Mods habe, die mir da auch Tatkräfte unter die Arme greifen. Weil, wenn ich hier im Spiel bin, klar, ich könnte da jetzt auch selber irgendwie dann rausgehen und die Timeouten, aber ich sag mal, es unterbricht halt den Stream und ich hab da jetzt halt schon was angesprochen. Ich fand, das war schon ein bisschen, ähm, unterbrechend. Das war schon gut, dass du da, ähm, eingewirfen hast. Ähm... Boah, ich, ich... Bei mir werden die Nachrichten nicht komplett angezeigt. Ähm, das ist ja schön, dass es gut geht oder so wahrscheinlich, oder? Weißt du, was im Chat steht? Ja, genau. Super. Ja, und, und, und wie geht's selber? Habe ich das schon gefragt? Ich weiß nicht. Ich vergesse immer alles. Ähm... So. Nee, aber das, das geht für mich überhaupt nicht, also... Fallen dann auch so mit Beleidigungen und so. Und auch zweimal vom Nightbot, ähm, blockiert und halt trotzdem weitergemacht. Das ist... Hm. Es gibt halt so grundsätzliche Sachen. Mir geht's auch gut. Super. Was machst du denn gerade so? Ja, der Nightbot ist da schon ziemlich gut. Ja, der, ähm, greift schon ganz ordentlich durch, aber, ähm, der ist halt nicht auf menschlicher Ebene. Der kann Beleidigungen und so, der kann halt bestimmte Wörter erkennen, wo der Nein sagt, aber er kann zum Beispiel nicht, was jetzt, ähm, hier der Fall war, ähm, halt so Privatgespräche, das kann er natürlich nicht unterscheiden. Und klar, ich finde solche Privatgespräche durchaus... Also Privatgespräche, was heißt das? Ich meine so, wo wir damals über diese Revolution von Apple und so und was die so früher Revolutionäres und so geschafft haben, ähm, da war halt durchaus, dass die Zuschauer dann untereinander, ähm, kommuniziert haben. Das hatten wir ja durchaus, dass die dann untereinander Gespräche halt über das Thema geführt haben, vielleicht auch ein bisschen abgewichen sind, aber die sind hier reingekommen und haben einfach komplett am Thema vorbei und, wie gesagt, du kannst ja, glaube ich, wenn du auf den Namen klickst, hast du die Möglichkeit, denjenigen zu bannen. Ja. Genau, und das macht dann einfach. Also, im Notfall entbannst du danach, aber wenn's jetzt nix. Ja, das ist ja auch ein Unterschied, ob, äh, ob sich in dem, im Chat, äh, im Chat diskutiert wird oder eben halt über ein Thema gesprochen wird oder eben geschrieben wird oder ob eben wirklich nur private, private Dinge geschrieben werden oder irgendwelche Dinger, die man posten soll oder irgendwelche Links, die man anklicken soll. Genau, und ab dem Moment, wo es dann beleidigend wurde, ähm, war eigentlich, ähm, da hätte ich auch nicht mehr über, also, dadurch, die ich auch schon angesprochen hab, dass die das bitte unterlassen sollen, ab dem Moment, wo es dann beleidigend wurde, da hättest du auch gleich schon wannen können, also da hätte ich ja noch nix dagegen gesagt. Man sollte nicht gleich die Keule auspacken. Nein, klar, aber ich sag mal, ich sag mal, das, was die gemacht haben, war schon ein bisschen kackfrech, also, die, die kommen rein, reden über sonst was und, klar, im Grunde genommen waren, musste auf jeden Fall, aber, weißt du, die hatten ja eh keinen Bezug zum Streamen, also, da, ich sag mal, das war wie damals, also, da, ähm, als wir Rocket League gespielt haben, noch auf dem alten Rechner, was dann nicht so ansehnlich war, ähm, als da einer gekommen ist und sich dann beschwert hat, ja, Rocket League ist ja schon ein cooles Spiel, aber wenn man das so spielt und so, ja, hat er sich sonst was darüber aufgeregt, da hatte ich auch keine Lust noch irgendwie vorzuwarnen oder so, da hab ich einfach direkt Bann und das war's, weil, Das war's einfach für mich, wenn jemand da überhaupt nicht, wenn da jemand sagt, ja, Rocket League ist schon ein cooles Spiel, aber mir macht's jetzt persönlich nicht so viel Spaß, ähm, wenn, wenn du jetzt nicht so eine Auflösung hast, vielleicht kannst du irgendwie was dran ändern, vielleicht nicht unbedingt mit einem neuen PC, sondern mit irgendwelchen Programmen oder so, also irgendwelche Vorschläge, denn, ja klar, kein Problem, dann, äh, bespreche ich mich auch gern mit denen, dann leide ich den auch gern auf den Discord ein und rede ein bisschen mit denen, aber, ich sag mal, wie damals und dann kommt der so und das ist ja alles absolut scheiß und so, dann guck dir einen anderen Stream an und wenn du nicht selber auf die Idee kommst, dann spinkt man dich halt dazu, weißt du, äh, denn, beziehungsweise so ein Bann, der schließt sich ja nicht vom Stream aus, ähm, der schließt sich ja erstmal nur aus dem Chat aus und, da kann man ja im Notfall dann noch aufheben, aber erstmal, das ist erstmal so Bann und das kann man ja wieder aufheben, aber ich sag mal, das ist mal so ein Schreckschuss. So, ich gucke, ne? Nein, man muss da bloß eine Liste machen, ich weiß nicht, ob man diejenigen sieht, die man da hat. Ja, ja, ich hab, also ich als Admin kann tatsächlich, ich hab eine Bannliste, da steht derzeit einer drauf, aber, äh, da kann ich halt alles sehen, die ich in meinem Leben gebannt habe. Also, hört sich viel an, wenn man das so sagt. Kann man sich da auch eine Notiz machen, weswegen wir in der Bann wurde? Ähm, nö, aber bisher sind es ja noch nicht so viele, da kann ich mir das durchaus merken. Ich sag mal, wenn es denn 200 Stück sind, dann schreibe ich es mir auch irgendwann selber auf, aber, äh, nein, ich sag mal, wenn es halt einer ist, ganz ehrlich, normalerweise, ich banne ja nicht sofort, aber sowas geht mir dann halt, klar, ich kann mit Kritik umgehen, aber wenn die so kackenfrech werden, dann geht es mir einfach auf die Nerven. Dann bräuchte ich es nicht, weil dem werden ja Alternativen geboten. Meistens kommen ja diejenigen dann sowieso nicht wieder. Ja, vor allem ist gucken, wie viele Leute, wie viele Leute, äh, streamen auf Twitch, wie viele Leute streamen gerade Minecraft. Also, es gibt genug Alternativen. Man muss mich nicht schauen. Ja. Also, dann muss man da auch, und wenn man es selber nicht versteht, dann ist man selber schuld, also. Mal sehen, ob Pascal bemerkt, dass ich mir einen Follower gelassen habe. Ja, das wird er schon bemerkt. Hat er nicht bemerkt. Ja, da hat noch keine Alerts drin, und, ähm, ja, generell, ich hab ja, ich hab ja Alerts drin, ähm, also, dass das angezeigt wird, wenn mir jemand folgt. Aber, ähm, aber die funktionieren derzeit nicht. Irgendwas, ähm, haut mit, ähm, Twitch Alerts nicht hin, ähm, die werden nicht angezeigt. Du siehst ja auch, Shatter und so werden nicht angezeigt. Ich weiß nicht, vielleicht hat euch schon jemand gefollowed. Ich gucke Netflix erst mal, ähm, cool, was für eine Serie, irgendein Original oder so. Also, wir haben, wir haben vorgestern, ähm, Max Dome deabonniert, ähm, nach, ähm, anderthalb Jahren. Und werden, sobald das Abo ausgelaufen ist, auch Netflix abonnieren. Und, ähm, kannst du vielleicht irgendeine Serie oder irgendeinen Film oder so, was es da so gibt, empfehlen. Ähm, und, also, ich find euch sympathisch. Vielen Dank. Ist nett. Äh, ist immer wieder schön. Es gibt halt, es gibt halt wirklich Zuschauer, die sind zuvorkommen, keine Ahnung, wie wir da mit 12 Stunden streamen, was dann jetzt von 15 Stunden streamen irgendwie ausgeartet ist. Die meisten davon sind zwar nicht wiedergekommen, aber man hat halt ein Stream mit dem Spaß und das ist halt, ist halt, das sind halt so Menschen, es gibt halt Menschen, die sieht man einmal im Leben und die schließt man ins Herz. Und auch wenn, wenn man sie nicht wieder sieht, man, man denkt trotzdem immer an sie. Und solche Leute sind es, mit denen hatte ich echt Spaß. Also wir hatten mit denen echt Spaß, kann man schon sagen. Das war ein, das war echt, das war echt cool. Ja, war ein echt schöner Stream. Machen wir bei, ähm, 100 Followern, hab ich eigentlich gedacht, machen wir dem 24-Stunden-Stream, wo, ähm, Frank jetzt wahrscheinlich nicht die ganze Zeit dabei ist. Man wartet auch niemanden von ihnen. Äh, niemand von ihnen, aber, ähm, ja. Oh, ich höre mich übrigens ein bisschen doppelt. Aber, nicht schlimm. Ähm, ne, und, ne, das war damals, manche Leute sieht man nur einmal, aber dafür schließt man sie sofort richtig ins Herz. Und, manche Leute sind so, die kommen einmal im Stream und man denkt, warum, ne, ich verstehe nicht, sind solche Leute einfach nur obs Beefen aus oder merken diese Leute nicht, dass es auf, auf Twitch praktisch sogar ein Überangebot an Streams gibt und man so viele Ausweichmöglichkeiten hätte? Manche lassen sich halt eben nur aus. Ja. Ne, aber, ähm, ja, wie gesagt, ich finde, du machst deine Mod-Arbeit sehr gut und, ja, wir gucken gerade, ähm, ja, und ich kann den Chat mal wieder nicht komplett lesen, wartet, ich muss einmal aus, ähm, wir gucken gerade, was wir gucken können. Wir gucken gerade, was wir gucken können. Okay. Sehr schön. Sehr gut. Ich kann nur empfehlen, eigentlich, ähm, ich hab zwar noch keins der Originals geguckt, aber ich hab nur Gutes gehört und das ist auch das erste, was ich anfangen werde, wenn ich, Netflix habe, die Originals, weil die sind, also, was ich gehört hab, die sind echt stark. Ich hatte mir mal jetzt von, ähm, Prime hatte ich mir mal, Lara, ich weiß nicht, ob du das kennst, The Walking Dead, mal die Originalversion angehört, im Moment ist er schon wieder auf Bezahlbasis, um mir mal die Originalstimme anzuhören, also echt gut ausgesucht, muss man sagen. Ja, The Walking Dead wollte ich ja auch irgendwann mal gucken, ich bin eher so, also, ich hab ja Breaking Bad schon so ein bisschen was gehört, da bin ich, glaube ich, eher so der Fan von. So, weil, ich bin eigentlich, ich bin so mehr, ich bin eigentlich so extrem der Fantasy-Typ, aber mit Zombies kann ich einfach nicht so viel anfangen, ich weiß nicht, so, diese gesamte Zombie-Sache fällt einfach überhaupt nicht so in meinen Genre. Eigentlich geht's, nee, eigentlich geht's bei The Walking Dead nicht so richtig, also, klar, es dreht sich um die Zombies, aber es dreht sich eigentlich auch darum, ähm, wie ist der Zusammenhalt, da ist man, da taucht man wie in eine andere Welt ein, wie verhält sich die Menschheit, geht es weiter, ist es ein Für- oder ein Gegeneinander, ähm, das ist wirklich, das hört sich, pass auf, wenn du es jetzt so beschreibst, hört sich gut an, aber man muss schon sagen, die Trailer und so, die es gibt, die, ähm, die beziehen sich hauptsächlich auf die Zombie-Sache, ne, als ob es nur das geben würde. ähm, klar, also, aber wie, wie geht's weiter, wie, äh, es wird immer schwieriger, Ressourcen zu sammeln, und, oder Vorräte zu sammeln, und, ähm, es geht eigentlich, äh, dass, zum Teil, dass die Überlebenden mehr Angst vor den Menschen haben müssen, als vor den Zombies, und, ähm, also, es ist, es ist echt gut gemacht, meine, das ist völlig unlogisch, ja, also, ähm, die, die könnten eigentlich gar nichts mehr machen, die könnten weder laufen, noch gucken, noch riechen, noch irgendwas anderes, ähm, ähm, Frank, ähm, Entschuldigung, ich dich unterbreche, kannst du irgendwie einen Streamer ein bisschen leiser machen, oder muten, oder so, wenn das geht, ach so, weil, ich hör das ja die ganze Zeit ein bisschen doppelt. Ich war die ganze Zeit nicht zu hören. Ne, aber pass mal auf diese Trailer und so, die ich bisher gesehen hab, worauf ich halt beziehe, ob ich eine Serie gucken möchte oder nicht, die beziehen sich halt hauptsächlich auf diese ganze Zombie-Thematik. Und die tut mich halt überhaupt nicht an. Ob eben, ob es, dann ein Gegenmittel gibt, oder, ähm, also, es ist schon, es ist schon echt gut. Ja, sowas, sowas finde ich halt auch gut, aber, aber was mich halt echt nicht so, Zombies generell interessieren mich nicht so, aber wenn, ähm, aber wenn halt noch sowas halt mit Großüberleben und so, aber diese Trailer, da geht's halt nur darum, dass allmöglichen Zombies hin und her rennen und, ja, viel mehr ist da denn noch. Ja, es gibt, es gibt, es gibt sinnlose Zombie-Filme und Serien wahrscheinlich, aber hier, The Walking Dead ist also eben wirklich, wirklich, richtig gut gemacht. Okay. Und das geht auch inzwischen in die achte Staffel, ja, in Amerika ist das absoluter Kult, in Deutschland auch, da gibt's riesengroße Anhänger davon, auch die Protagonisten sind, äh, mega berühmt geworden dadurch und werden gehypt und werden in, oft, äh, sogar mit den Seriennamen angesprochen. Okay. Und, also geht einem auch der Stoff da erstmal nicht so schnell aus? Da gab's seit, da gab's jetzt leider einen Vorfall, dass eben bei den, äh, Dreharbeiten nach dem Staffel ein Stagman ums Leben gekommen ist und das ist jetzt nochmal die Dreharbeiten erstmal eingestellt worden, aber, sowas krieg ich aber mit. Wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, so Breaking Bad, das ist halt eher so, ähm, ist halt eher so ein Thema, was mich halt eher interessiert, ähm, aber hab ich halt auch noch nicht geguckt, also, äh, weiß nicht. Vor allem, weil auch die, weil das Casting auch wunderbar gemacht wurde, also, die passen da wirklich wie die Faust aufs Auge, die Charaktere, das ist unglaublich, wie gut die das gemacht haben. Hm. Ja, wie gesagt, also, wenn's das auf Netflix gibt, dann werde ich auch hier ein paar mal reinschauen. Allein schon, allein schon die Titel, ähm, die Titelmusik, äh, nimmt einen schon mit in diese andere Welt, man versetzt sich da mit, wie würde man selbst reagieren, äh, wenn man in diese Situation kommt, und, ähm, ähm, also, da ist schon, ähm, ähm, und es wird auch, es wird auch nicht langweilig, ja, also, auch in der achten Staffel wird das manchmal, die siebte Staffel ist ja gerade in Deutschland zu Ende gegangen, die achte Staffel läuft noch nicht, ja, ähm, es wird nicht langweilig. Klar, es dreht sich immer um die Zombies, äh, und, und überleben, aber es werden immer wieder Geschichten gebaut, und, ähm, dass es eben nicht, nicht langweilig wird. Okay. Na, mal gucken. Vielleicht, weiß nicht, wenn es das auf Netflix gibt, dann werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Freunde werden zu Feinden, und zu erbitterten Feinden, zu Konkurrenten. Mhm. Und, ähm, es geht nur noch darum, dass der eine den anderen übervorteilt. Hört sich auf jeden Fall besser an, als das, was die Trailer aussagen, Entschuldigung. Mhm. Ja. Also, die Trailer geben das nicht wieder, was, äh, in welche Welt man da versetzt wird. Oh, kannst du mal ganz kurz den Chat vorlesen? Ich kann den halt nicht mehr lesen, seitdem das Dashboard hier aktualisiert wird, wird der Chat nicht mehr komplett angezeigt. Ich bin nachtaktiv, schreibt sie. Jo, und davor irgendwas mit, ähm, ich kenne The Walking Dead. Ähm. Ich kenne The Walking Dead. Ich bin nachtaktiv, ja, ähm, ich überhaupt nicht, also, kommt halt drauf an, ich gehe halt dann ins Bett, wenn für andere der Tag beginnt. Ähm. Da, also, ich bin tagaktiv. Ne, warte. So. Ne, aber, ähm, na. Ne, mal gucken, weil ich da alles so gucken kann, wenn es soweit ist. so. Wir können auch gerne irgendwie demnächst mal nochmal so ein, ähm, Mod-Meeting machen. Ja, wir haben eben Glück, dass, ähm, dass die Zombies immer blöder werden. Ähm, in der ersten Staffel nehmen sie sogar noch Steine und, und können rennen. Äh, Steine, um die Scheibe einzuschlagen oder können eben halt rennen und die dann dann in den, in den nächsten Staffeln immer blöder. Da haben die echt Glück. Boah. Kannst du dich nochmal ein bisschen lauter irgendwie machen, wenn du es hinkriegst? Ein bisschen lauter sprechen? Ich versuch mal. Ähm. Versuch mal das Mikro. Das Mikro, das Mikro ist eben halt nicht das Beste, ja, weil das eben wirklich, na. So. Wie gesagt, wir müssen demnächst irgendwie vielleicht mal so ein, so ein Mod-Meeting machen, wo wir vielleicht mal ein bisschen, ähm, darüber im Reden, was so ein Banngrund sein könnte und was vielleicht noch durchgehbar ist, weil... Ja, das ist ja im Prinzip die, das härteste Zuchtmittel, sage ich mal. Der Bann, der Bann ist das härteste. Ja. Ähm, ich sag mal, man kann ja auch darüber nachdenken. Du kannst ja als Mod auch timeouten, indem du auf den Namen klickst, aber ich sag mal, in manchen Fällen ist halt der Bann so das Letzte. Wir können ja auch mal gern über, über... Zum Teil, zum Teil wird da gar nicht drüber nachgedacht, äh, was die da schreiben, weil es eben auch manchmal erst, äh, Kinder sind, oder, ähm, heranwachsende. Ja, weil es Leute, die nicht über ihre Aussagen nachdenken. Also, vielleicht kommt es den Leuten nicht so vor bei mir, aber, äh, äh, denken vielleicht nicht viele drüber, äh, warte, viele, viele sagen immer zu mir, dass ich immer erst rede und dann denke, aber, ist überhaupt nicht so. Ich sag halt wirklich viel Scheiße, aber ich meinte die Scheiße halt auch so. Das ist halt durchaus mein Ernst, also, ähm, ob die Leute es jetzt gut finden oder nicht, keine Ahnung, aber, ähm, nee, es ist halt durchaus mein Ernst. Ähm, normalerweise muss man immer erst warnen und dann, es sei denn, es ist wirklich ein so gravierender, ähm, Verstoß oder eben wirklich so, dass man eben dann gleich wirklich Bann auspackt. Aber es gibt halt wirklich Dinge, ähm, kommt halt drauf an, ne. Da können wir ja nachher nochmal drüber reden, was dann so Bann, was Timeoutgrund ist und für welchen. Dann kannst du vielleicht nochmal so eine Liste machen, für was für ein Vergehen man, was für ein Timeout geben kann, weil, ich denke für, ähm, es gibt halt Dinge so, sag ich, so Leute, die, die dann hier ankommen und, ich sag mal, wie bei Gronk oder so, dann im Stream die ganze Zeit so tun, als wüssten die alles über das Spiel, aber halt nichts davon funktionieren würde, dann gibt man denen halt mal einen 10-Minuten-Timeout oder so, also halt sowas. Sexy Gaming. Ja. Genau, oder halt, bei solchen Spielen, falls wir irgendwas spielen, wo man halt spoilern kann, nicht damals wie bei, ähm, Star Wars The Old Republic, wo dann der Uwe dabei war, der wirklich gut geholfen hat, das war ja Hilfe, ich wollte die Hilfe ja auch, aber, äh, wenn ich die Hilfe halt nicht habe. Genau, das ist ja was anderes. Genau, wenn die dann anfangen, ja, dies und jenes und, ähm, oder du musst, du musst das und das, du musst das und das. Genau, dann wird gewarnt und wenn, ähm, nicht drauf eingegangen wird, dann gibt es ein Timeout und Beleidigung generell. Also es kommt drauf an, wenn ich die Leute kenne und ich weiß, dass es Humor ist, aber, sag mal, Leute, die mich nicht kennen und in meinen Streams zu gucken, bei denen wird eine Beleidigung nicht unbedingt gleich Humor sein, weißt du, da wird es halt ernst gemeint sein, weil jemanden, den man nicht kennt, beleidigt man nicht, jemanden, den man kennt, beleidigt man aus Humor. Das, ähm, unter uns beiden da. Ja, ist auch je nachdem, ähm, ist irgendwie, äh, ein Smiley dahinter oder ein Zwinker oder. Da ist halt die Mod-Arbeit, ähm, gefragt, also, ähm, dass man das halt auch gut einschätzt, aber ich glaube, das kriegst du ganz gut hin. Genau, da können wir nachher. Weil nicht alles ist, nicht alles ist wirklich ernst gemeint. Ja, klar, aber. Aber das ist, das ist natürlich bei einem fremden Streamer, ähm, meistens nicht der Fall. Ja. Genau, gucken wir mal. Aber, ähm, du machst dein Mod-Job echt gut. Freut mich, dass ich dich so aktive und gute Mods habe. Kriegst du mal einen Mod-Ordem? Ja, wenn ich dabei sein, wenn ich dabei sein kann, dann bin ich natürlich dabei, ist klar. Ich finde ja erstaunlich, du bist fast bei jedem Mod einer Streams eigentlich. Also, da, wo du nicht dabei bist, das ist ja meistens so, ähm, so klein, so, so ein 5-Minuten-Streamer. Ja, wenn ich wirklich mal nicht, ja, wenn ich wirklich, genau, wenn ich wirklich mal nicht da bin, oder, wenn wirklich mal, zum Teil kam auch keine Streaming-Nachricht. Ja, oder, oder halt, bis ich anfange zu streamen, und dann nach 2 Minuten wieder aufhöre, weil irgendwas eh nicht funktioniert hat. Ja, das gab's auch schon. Auf immer stand da offline, offline, offline. Ich denke, wieso steht denn hier, antwär doch mal, allein? Hast du ja gerade eine Streaming-Nachricht bekommen. Na, aber, sag mal, ist auch nicht zwingend, ja, kriegst du auch kein Geld dafür, dass du dich hier hinsetzt, und das ist ja, das ist ja, alles freiwillig, und das ist, äh, unheimlich schön, wie du es ja freiwillig so gut machst, weil, halt, dass du auch von allein dann drauf eingehst, und so, also, genau, das, ähm, das freut mich. Und, ähm, ja, und das ist halt auch, ich, ich, könnten ja die Streams, also, ich sag ja eh nie eine Woche vorher, ja, nächste Woche, das stream ich, und kannst ja vielleicht Zeit nehmen, oder so, und wir haben ja auch keine WhatsApp-Gruppe, wir streamen einfach, wenn wir Lust haben, und hoffen, dass irgendein Mod, also, ich hab ja noch ein paar andere Mods, aber, sag mal, du bist der Einzige, der wirklich aktiv, immer da ist, und der halt, bei dem man halt immer auf Unterstützung zählen kann, und das ist halt echt was, ähm, was ich, äh, dir sehr zugute lege, kann man das so sagen? Ja, kann man. Das ist, ähm, das freut mich durchaus. Naja, wenn man da sein kann, dann kann man, dafür sind ja Mods da, ja, dass sie einem so ein bisschen den Rücken frei halten. Ja, und ich sag mal, so, klar, ich geh auf den Chat ein, aber, wenn, wenn ich hier spiele, und dann irgendjemand irgendwelche Scheiße im Chat labert, denn, dann hab ich auch nicht so, für die, die halt zuschauen wollen, hab ich dann nicht so, das Verlangen, den Stream dann in irgendeiner Hinsicht dadurch, äh, Schaden nehmen zu lassen. Also, das ist dann ja scheiße, wenn ich den Stream dann irgendwie, äh, in denen ich halt mich um sowas kümmere, dann hinken lasse. Ach cool, ihr habt ein, ja, das steht schon eine ganze Weile, Entschuldigung. Und, äh, Mädchen oder Junge? Ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Ich muss, den muss da gleich mal, den muss da gleich mal gucken. Und? Aber herzlichen Glückwunsch. Warte, ich guck jetzt mal, wie die Hunde aussehen. Ja, im Moment spielt die Technik hier so ein bisschen verrückt bei mir. Ja. Vorhin ging's überhaupt fast überhaupt nicht mehr. Oh, wie süß. Da kam dann das Dreieck und... Putzi, putzi, putzi. Und wie habt ihr ihn genannt? Ein Rüde. Hoff ich ist endlich Rüde, der Rüde. Genau, genau, wie heißt das? Eine gute Frage. Und, und wie alt ist er also? Was heißt denn Welpen? Weil, 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 weil irgendwie... Man holt ja jetzt nicht unbedingt schon nach zwei Wochen Spike. Spike ist ein süßer Hundenname. Cool. Also auch nicht für jeden Hund, so jetzt für so eine... Für so einen Dackel ist das... Wobei, ein Dackel geht sogar noch hier... Für einen Pudel. Pudel geht vielleicht auch noch. Wie heißt denn diese ganz kleinen, diese... Chihuahua. Ah, nee, da geht zwei... Chihuahua oder Shih Tzu. Shih Tzu ist noch kleiner als ein Chihuahua. Nee, ich weiß nicht, wie... Werde ich nicht mehr an, aber auf jeden Fall ist das Spike. Zehn Wochen, oh, wie süß. Und, okay, bei mir hängt gerade das Internet. Oh, jetzt geht's ja. Zehn Wochen, wie süß. Spike ist ein echt schöner Name. Passt, glaube ich, auch, wenn ich so den bei Google sehe. Heißt der nicht auch so bei Tom & Jerry? Heißt der nicht auch Spike? Als wenn ich das letzte Mal Tom & Jerry geguckt habe. Alter. Als du noch ein ganz kleiner Junge warst. Aber da immer. Mit meinem Vater habe ich immer Tom & Jerry geguckt. Aber... Na, wer nicht. Aber die Sache ist, wenn, dann würde ich es heutzutage online gucken. Und Tom & Jerry gibt es leider online, klar, bei YouTube, aber jetzt halt nicht so das große Angebot. Und... Und das, ähm... Ich hab's neulich mal, ähm... Ich hatte neulich mal reingesappt oder über, als ich es gesappt habe, gesehen, das wurde überarbeitet. Also das hat nicht mehr den Charme von... Ja, wie Bine Maja und so, meinst du? Oder wie diese... Das jetzt also... Digital remastered oder irgendwie komplett überarbeitet. Ja, Bine Maja und so jetzt auch alles. Bine Maja... Klar, ich bin jung, aber ich hab früher Bine Maja, Heidi, musste ich alles gucken. Ich hatte eine Schwester. Aber ich hab das auch mit Freuden geguckt, gebe ich zu. Und, ähm... Ja klar, wer hat das nicht geguckt? Genau, wer hat das nicht geguckt? Es war da. Und gut, bei Kika gab's nicht groß was anderes. Und ich war eh immer Kika-Kind. Ähm... Aber... Das wurde jetzt alles so digital gemacht. Das ist alles, das ist nicht mehr... Das ist nicht mehr das, was früher war. Und ich sag mal auch so, ähm... Ich... Ich guck ja eh kein Fernsehen mehr. Also ich würd jetzt gar nicht mehr bei Tom und Jerry reinzappen, weil Fernsehen guck ich maximal mal im Urlaub. Weltmeisterschaft, oder vielleicht Fußball, aber da guck ich auch lieber hier Livestream. Also... Also ey, Fernsehen hab ich überhaupt nichts mehr mit an den Hut. Weil... Ich habe Lilly-Fee geguckt, Steht da geguckt? Ich weiß nicht, da fehlt so viel. Ja, ja, steht da. Ähm, Lilly-Fee, ähm... Warte, 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 ich hab's im Kopf, warte. Warte, ich brauch noch schnell den Rest in den Sand ab, dann muss ich mal kurz gucken, wie die da mit's hausten. Doch, ja. Lilly-Fee, ich glaub, Lilly-Fee musste ich auch manchmal gucken. Weil Lilly-Fee ist ja wirklich für einen Jungen so wirklich das Maximale. Also Heidi ist ja rein theoretisch für einen Jungen schon Schmerzgrenze. Heidi, ja, Heidi war auch mal gut. Ich hab's geguckt, aber das haben die jetzt so remastered. Also, das sieht gar nicht mehr gut aus. Das ist richtig hässlich. Das hat überhaupt nicht mehr diesen alten Charme. Und kennst du das bei diesen neuen Sendungen? Rennt immer daneben irgendein Tier rum, was die ganze Zeit das Geschehen, ne, für einen geistig-hirntoten erklärt. Und weißt du, das ist halt auch nicht mehr für kleine Kinder. Früher haben die es halt überhaupt keinen Wert drauf gelegt, dass das kleine Kinder verstehen. Und da haben's die kleinen Kinder verstanden. Heutzutage wird sowas für Kevins und Chantals produziert. Hm. Also, oder eben, was auch cool war, was auch cool war, war, ähm, Captain Future oder die Gummibärenbande. Ja. Oh, Winnie-Pooh. Ich hab Winnie-Pooh geliebt. Nee, der Winnie-Pooh, da war ich, ähm, nee. Doch, das war... Ähm, das gab's damals noch nicht. Und als es das dann gab, äh, war ich dann schon zu alt. Ja, klar. Ein Glück. Mein Alter war das, glaub ich, grad so genau die Zeit. Und Gummibärenbande hab ich eher so diese größeren Filme geguckt, die es da so gab. Da gab's ja so ein paar... Zum einen Serie und zum anderen gab's dann ein paar Disney-Filme. Oder was auch cool war, war Dr. Snuggles. Ich kann nicht an diese ganzen... Ich war ja früher eh nur Kika-Kind. Also, manchmal hab ich bei Super-RTL aber ganz, ganz selten, ähm, weil Super-RTL ist ja jetzt auch ein... Also, da kommt halt viel so ein Quatsch-Zeug, wie, ja, und damals Hanna Montana und so und das trägt halt jetzt auch nicht grad, ähm, zur geistigen vor. Und da haben meine Eltern immer gesagt, da guckt mal Kika, ist besser. Ja, ähm, ist aber besser, als wenn man hier, äh, die Teletubbies geguckt hätte. Ja, also, das würde ich meinem Kind nicht antun. Ja, Teletubbies waren echt. Also, meine Eltern haben da auch und ich hab's auch nie wirklich gemocht. Also, das war... Ah, ich hab ein paar Bücher von Teletubbies. Da war blöd, dass der ja sogar als Erwachsener, wenn der das mitgucken muss. Einmal in den Chat, ähm, der Freund meiner Schwester heißt Kevin mit W. Mit W. Kevin mit W. Aber, ähm, ich möchte ja sagen, Ja, ich denke, also, vielen Kevins... Ähm, vielen Kevins wird Unrecht getan. Ja, klar, vielen Kevins wird's Unrecht getan, aber, ähm, ich will jetzt nur mal so zur Klischeebereitung fragen. Passt ihr ins Klischee? Und vielen Chantal auch. Ja, aber man muss sagen, es stimmt traurigerweise auch öfters. Also, passt ihr ins Klischee oder überhaupt nicht? Weil, ich bin eigentlich auch nicht so der Klischee-Typ. Ich hab überhaupt kein Problem, wenn jemand Kevin heißt, aber wenn's so mit Mann ist der dumm, dann sagt man schon mal, ist das ein Kevin, weil's halt Klischee geworden ist. Und dann meint man's nicht mal böse. Also, ich beleidige damit nicht jeden Kevin, weil, okay, ich persönlich kenne auch gerade aktuell, kenne ich einen Kevin? Er ist nicht dumm. Okay. Nee, ich kenne keinen Kevin. Wie gesagt, also... Außer Kevin, der leint's ja aus. Wenn ich einen Kevin... Aber den kennt man ja nicht. Nee, nee, nee. Wenn ich einen Kevin sehe, dann... Denn... Dann denke ich halt nicht, der ist dumm. Aber ich benutze es halt trotzdem so, wenn ich irgendjemanden sehe, der ein bisschen geistig minderbemittelt ist. Da benutzt man dann doch schon mal Kevin, weil das halt so zum Klischee geworden ist. Und er ist nicht mal böse gemeint oder so, nicht gegen irgendeinen Kevin. Es ist einfach inzwischen Klischee und es ist einfach... Hat sich so eingebürgert. Ja, aber wie kam das? Ja, dass ein... Ja. Dass ein so ein Name plötzlich zu einem Klischee namen wird. Ach, Mann. So. Dann sägen wir jetzt mal zurück und dann... Weiß nicht, wie lange streamen wir jetzt schon? Fast fünf Stunden. Wie spät ist es? Null Uhr. Na. Hä? Warte mal, wenn wir vier Stunden 55 streamen, ich aber genau 19 Uhr begonnen habe und es jetzt null Uhr ist. Wo sind die fünf Minuten hin? Da fehlen fünf Minuten im Stream. Das Ding hat gemerkt, dass du Pause gemacht hast. Ja, bezweifle ich. War bisher nicht so die Stärke. Was ist dein Liebling... Was steht da, Frank? Was ist dein Lieblingstier? Was ist mein Lieblingstier? Ah, das ist schwer. Und der Kevin ist nicht dumm. Das hat aufgepasst auf meine Zeile. Das ist schwer zu sagen, weil ich finde Hunde unwahrscheinlich süß, aber wir haben hier zu Hause eine Katze rumzugammeln. Die ist 19. Ich glaube, das ist heute ein Jahr. Ich glaube, die ist 19. Ja, stimmt. Die ist am Mai 19 geworden, genau. Und keine Ahnung, ich bin halt selber 15,5. Wir waren ein bisschen rund. Ich bin halt selber 15 und ich bin halt mit der Katze aufgewachsen. Weiß nicht, halt die Katze war irgendwie, auch wenn sie es seltsam anhört, die war halt immer für einen da. Halt, wenn man traurig war oder so, dann hat halt die Katze, die merkt das. Also unsere Katze ist anscheinend eine halbwegs intelligente Katze. Und generell, die hat auch damals immer, wenn irgendeiner von, also meine Schwester oder ich, wenn wir damals geheult haben, dann hat die immer, dann ist die immer zu meiner Mutter gegangen und hat die so bis zur Tür begleitet und so. Das war halt wie so. Das ist halt, und wenn man halt so eine Katze hat, die einen durchs Leben begleitet, dann gleich für den Hund und so süß. Aber irgendwie sind Katzen dann doch, weil halt Katzen auch so intelligent, also nicht unbedingt. Es gibt auch stockdumme Katzen. Ja, die tun aber manchmal nur so. Ja. Weil die sich nicht domestizieren lassen wollen. Also es ist ja nicht so, dass Menschen sich Katzen halten, sondern andersrum. Katzen halten sich Menschen. Was stand jetzt im Schritt? Äh, im Schritt. Was stand im Schritt? Im Schritt, im Schritt stand, also meine Katze kratzt mich immer. Ja, das hat, also, pass auf, ganz lustige Story, also ganz lustige Story, das hört sich ein bisschen barbarisch an. Meine Katze hat früher, früher sei eine, die hat ständig gekratzt und so. Also unsere Katze, die gehört ja der gesamten Familie. Ähm, aber die hatte vor zwei, drei Jahren einen Schlaganfall. Schlaganfall. Und seitdem ist die total ruhig. Total. Das ist richtig faszinierend. Die kratzt nicht mehr nichts. Also ich habe wahrscheinlich bemerkt, dass Leben doch relativ schnell zu Ende ist. Ähm, Ne, aber sonst, keine Ahnung, wenn man jetzt so Lieblingstier, habe ich jetzt so erstmal drunter definiert, Tiere, die ich mir zu Hause halten kann. Aber wenn, ähm, ich dürfte, würde ich mir auf jeden Fall Affen als Haustier holen. Ich finde Affen einfach das faszinierendste überhaupt. Kommt natürlich auf, kommt natürlich auf an, welche Affen halt. Ja, welche Art kommt auf jeden Fall drauf an, aber Achso, wir sind schon wieder. So wie, so wie die von Peppi Langstrumpf oder so. Ja, sowas, aber wir waren im Zoo in, in, ähm, Kupstein, in Österreich. Und da waren Affen, und die waren einfach so, die waren so, ich finde es halt immer wieder erstaunlich, so menschlich, aber doch so unmenschlich. Weißt du, sie sind, sie verhalten sich so menschlich, sind geistig, nicht 100% auf geistigem Niveau. Wobei, wenn man da so einen Kevin hat, höhöhö, passt gerade, ähm, so, ähm, aber, ja, die sind voll, ziemlich, aber, ähm, aber, aussehen tun die halt, doch wiederum gar nicht, wie Menschen, also doch, sie haben schon Ähnlichkeiten mit manchen Menschen, aber, ähm, warte, schon, ich muss kurz gucken, wo ich hin muss, hallo, warte, heiteritisch noch, ja, wenn mancher als dummer Affe bezeichnet wird, ist das eine Beleidigung für den Affe. Ja, so, nee, aber, ähm, hab ich da Kenneth gehört? Hm, genau, hast du, hi, Lucas, ähm, nee, auf jeden Fall, Affen finde ich schon erstaunlich, wenn man so hört, die sind so 99,9% der DNA ist gleich zu unserer, eine Banane 50%, wenn man da mal so diese Skala sieht, ja, also, 50%, damit es sich bewegt und atmet und redet, und 49,9%, damit es halt komplett beharrt ist, winzig, sich, okay, eleganter als wir bewegen kann, aber halt, doch eine ganz andere Form hat, sich bewegt, aber nicht wirklich miteinander, also, sie können kommunizieren, aber halt nicht reden, so in, in so einer einheitlichen Sprache. Hm. Ist ja irgendwie, Delfin soll ja das Einzige zur Weltherrschaft, was denen fehlt, soll ja angeblich sein, dass die nicht richtig miteinander kommunizieren können. Sonst würden die uns angeblich einnehmen. Ist so eine Verkürzung. Die können sehr gut miteinander kommunizieren, durch Laute. Ja klar, aber die können halt nicht so richtig, ähm, die, sie erkennen sogar ihre Familienmitglieder anhand des Lautes, die haben sogar einen Namen. Aber die können halt nicht so richtig, es könnte nicht ein Delfin, anderen Delfinen irgendwie eine Geschichte erzählen und so, also, doch, vielleicht wäre das sogar möglich, aber, verstehst du, was ich meine? Da fehlt halt zu unserer Kommunikation doch schon ein ganzes Stück. Wenn man das so sieht, unsere Kommunikation vor 5000 Jahren, da hat ja auch noch ein ganzes Stück gefehlt, weißt du, wobei 5000 vor 15 Jahren ging das wahrscheinlich sogar. Aber, verstehst du, wie ich das meine? Ähm, Affen sind auch, der Mensch ist zwar intelligent, ist aber manchmal saudämlich, indem er sich sein eigenes Wasser abgräbt und seine eigene, seinen eigenen Lebensraum zerstört. Und das würde ein Tier nie tun. Ja. Ähm, kannst du mal ganz kurz aushalten, was steht im Chat? Der Mensch ist so intelligent, ist aber nicht. Ja, wo bin ich? Gut. Mh. So. Mh, Frank, kannst du mal ganz kurz aushalten, was im Chat steht? Weil ich kann es wieder nicht lese. Ach so, also, äh, Nachaffen sind süß, äh, fragt auf jeden Fall nur, ähm, Splish, ob er die Lara kennt. Und die Lara schreibt, ne, sie ist zum ersten Mal da. Okay. Okay. Ah, cool auf jeden Fall, dass man hier immer mal neue Leute erreicht und auch bekannte Gesichter sieht. Also nicht sieht, aber, hi Lukas, ähm, so, warte. Äh, äh, ist gerade mein Mauskabel mal wieder zwischen meinen Fingern hängen, äh, Zähnen hängen geblieben. Zwischen meinen Zähnen. So, ähm, äh, oh, ich muss mal einen Schluck trinken. Oh, ich glaube, es steht schon Bier, aber es ist fett. Oh, ich habe hier gerade falsch geklickt. Und das falsche Fenster zugemacht. so. Ah, ähm, der Splüschi hat mich was gefragt, ähm, nö. Ähm, ob ich schon Lust um Schuhe habe, ähm, nö, du etwa. Schule macht Spaß, aber wer kann schon Spaß verstehen? So. Nee, also, Schule habe ich überhaupt keinen Bock. Ganz ehrlich, sonst hatte ich auch ein bisschen Lust, so, äh, manche von euch wiederzutreffen, aber, nein, boah, das hört sich richtig fies an, aber, ähm, ich sage mal, die Leute, wo ich jetzt sage, die würde ich gerne wieder treffen, die kann ich auch auf den Discord anrufen. Also, dafür muss ich jetzt nicht in die Schule kommen. Es wäre ja okay, wenn es einem nicht immer so schwer gemacht werden würde. Hallo an sechs Zuschauer. Was ist denn gerade los? Warte, da steht ja noch was drin. Ist das After Humans von Gronkh? Nein, ähm, was heißt leider nicht, wir haben uns einfach, ähm, das ist hier ein LPT, da ist noch Pascal dabei, der hat vor einer Stunde aufgehört zu streamen. Ähm, könnt auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, da gibt es das große LPT, aber, ähm, wir streamen gerade nur ein bisschen, ähm, YouTube-Kanal übrigens unten. Nein, wir haben uns gegen dieses After Humans entschieden, weil diese ganze Technik-Sache, ist zwar unheimlich cool, klar, und ich gucke auch das Let's Play von Gronkh sehr gerne, aber, ähm, ich finde, es heißt ja jetzt auch anders, klar, es heißt After Humans, aber ich finde dieser Charme von, ähm, Minecraft, ähm, Life in the Woods, ähm, halt wirklich so dieses ohne Technik, halt mit so Kleinigkeiten, so mit Natur und so, ich finde, das hat sowas unheimlich Schönes und das würde After Humans, Entschuldigung, ähm, ein bisschen kaputt machen, ähm, deswegen haben wir uns dagegen entschieden, aber wir haben auch ein paar Mod-Packs mit eingefügt, die es jetzt nicht, ähm, unglaublich technisch oder so machen, aber, ähm, so ein bisschen halt das Spiel erweitern, also, nochmal was ein bisschen anderes als After Humans, aber, halt auch nicht was ganz anderes, also, es ist halt Life in the Woods mit ein paar Erweiterungen, so ein bisschen was fürs Schöner bauen und so, genau, könnt wie gesagt auf YouTube mal abonnieren oder so, dann könnt ihr mal da sehen, was da alles so dabei ist und was wir schon gemacht haben, aber wir gehen ja gerade eh wieder nach Hause, so, ich kann schon wieder den Chat nicht lesen, was steht da, ähm, ich kann nicht über Schule wahrscheinlich? Ich kann nicht über Witze lachen. Ja, über Witze, okay, ja, also, ich auch nicht, ich bin, ich lache nie, hahaha. Manche können auch keine erzählen, also, die versauen immer die Projekte. Wobei, doch, das Problem ist, es gibt einfach Witze, finde ich total unlustig, aber wenn ich sie selber erzähle, lache ich mir einen Ast ab, aber sonst bin ich so der große Geschichtenerzähler, ich lasse die lieber erzählen. Ähm, von, ähm, Franziskus, mhm, nein, wir haben auch schon mal einen Stream gehabt, da hat, ähm, Frank einfach die letzten drei Stunden, haben irgendwie zehn Stunden gestreamt und Frank hat die letzten drei Stunden, äh, Stunden einfach nur Witze vorgelesen und dann sind wir alle nebenbei eingepennt und da, das war ganz, war ganz lustig. Und da hinten ist schon das Haus ein wenig. Man sieht das Haus, wo oben drauf irgendwas steht, was Pascal da anscheinend hingestellt hat. Warte nochmal um den Server zwischendurch und ich hab das nicht gesehen. Tja, unser Haus, unser Haus, was wir gebaut haben da, das wird wohl auch noch auf irgendeinem Server verschwunden sein, ungefähr immer. Das war echt cool, das Ding. Ähm, wenn du willst, ähm, kannst du auch gerne bei Life in the Woods mal ins Let's Play so ein paar Folgen mit reinkommen, weil wir haben ja gesagt, wir würden auch gerne ein paar Gäste mal einladen und Life in the Woods ist eigentlich relativ leicht zu installieren. Da musst du ja noch 4, 5, 6 Mods noch, glaube ich, dazu installieren. Und dann kannst du ja mal gerne so eine Runde mitspielen. Ach, das auch nochmal, das ist wie ein, nochmal wie ein, eine Erweiterung, die man da runterladen muss. Ja, das ist praktisch ein extra Launcher, der das ganze Modpack ist und da habe ich noch ins Modpack ein paar Mods hier auf dem Server und halt dazu gefügt, das hier halt so Deko-Sachen. Das ist ja alles total vermoddet. Ja, das fügt halt noch so Deko-Sachen wie, ähm, so, ähm, eine Küche hinzu beziehungsweise hier oben sowas wie so ein Kranz und so. Ein Herbstkranz, das sieht halt ganz cool aus. So, und jetzt haben wir wie viel Stack Sand? Ich will es gar nicht wissen. Und ich will es auch nicht alles zu, ähm, Sand, äh, zu Glas machen eigentlich. So. Na, jetzt habe ich ein Bett hingestellt. Äh, hallo? So, ich weiß gar nicht, ob wir... Ja, jetzt sind ja die... Jetzt sind ja die technischen Voraussetzungen viel besser. Ja, stimmt mit den neuen Rechnern. Also mit Shader, pass mal auf, die Sache ist, dein Rechner würde es wahrscheinlich mit Shader schaffen, aber ich würde es halt nicht empfehlen. Ich spiele es halt auch nur mit Shader, das Let's Plays halber, aber sonst würde mir das halt... Ich weiß nicht, ich spiele mit wie viel FPS. Okay, hier bei den Haus sind es wenig. Ja gut, bei den Haus da unten, da ist ein Lagersystem. Ich weiß nicht, ich glaube, da müssen wir irgendwas machen, weil das zieht halt die FPS, wie man hier sieht, runter auf 20. Ah, wenn es gut kommt, 20. Sonst werden wir zur Baumfarm zum Beispiel gehen. Ich kann ja mal ein bisschen in die Richtung gehen, brauche eh Holz. Denn, ähm... Bei Pascal standen vorhin die FPS sogar da. Ja, der hat hier immer in der Ecke eingeblendet. Aber mach ich nicht durch, äh, das... Guck mal, ich könnte auch hier so was machen und dann würde man mich sehen, wenn ich Licht anhätte. Ich habe jetzt übrigens die Black Screen installiert. Habe ich dir schon erzählt? Nee. Ah doch, natürlich, du hast es schon gesehen. Ja doch, äh, ich habe es ja schon gesehen, aber ich dachte, du meinst jetzt die Zuschauer. Okay, äh... Könnte ich eigentlich... Soll ich mal Kämmern machen? Ich weiß nicht, wenn ich mich da jetzt so wohlfühle. Meine Haare liegen auch immer... Seitdem ich so lange Haare habe, bis ich mir... Ich kann die echt wieder erst zeigen, wenn ich mir einen Zopf finden kann. Weil die sonst richtig hätten ja sich aus wie Adolf Hitler mit blonden Haaren. Also, hört sich jetzt hart an, aber... Also, ist echt nicht so geil. Da brauchst du noch das oberle Membertchen. Ja. Schuhschneidend, Edding. Hm, so. Ja, genau. Nur weil es einen Typ versaut hat, kann man den nicht mehr tragen. Ja. Nur wenn ich einen Bartfuchs habe, dann mache ich mir für mindestens einen Monat so ein Oberlippenbärtchen, einfach um ein Statement zu setzen. Weil mich das ein bisschen aufregt, die ich sowas nicht tragen darf. Okay, mir gefällt es jetzt auch nicht sonderlich. Aber mich regt das ein bisschen auf, die ich sowas nicht tragen darf. Weil einer da mal ein bisschen Scheiße gebaut hat. Hm. Oder machst du dir irgendwie Langstrumpfzöpfe? Das geht dann auch. Das geht dann auch. So, man sieht gerade überhaupt nicht, sehe ich im Stream. Das ist dann ganz süß. Das ist dann ganz süß. Und natürlich, es wird gerade Nacht. Wir werden wieder die Nacht hier auf der Baumfarm verbringen. Aber wie gesagt, hier sind die FPS so ja, über 30. Normalerweise sind die so bei 50. Aber die Welt ist inzwischen auch schon relativ groß. Die ist schon über einen Gigabyte groß. Am Anfang war sie zehn Megabyte groß. Also wir haben schon ordentlich was gemacht. und deswegen Abend. Herbst, äh, ne, Herbst, ja klar. Herbstblatt. Hamster am Zocken. Hi, schön, dass du dabei bist. Und ich habe mir gerade ein wenig auf die Zunge gebissen. Wie geht's dir so? Was machst du so? Generell am Chat. Wie geht's euch denn so? Ah, habt ihr noch irgendwelche Themen, die wir besprechen können? Cool. Also ich muss diese Axt... Ein cooler. Ein cooler Hamster. Diese Axt, die wir haben, ich glaube, ich muss die mal in den Geschirrspüler packen. Wir haben ja so einen coolen Geschirrspüler. Wenn wir da die Sachen reintun, werden die einfach repariert. Mega klar. Normalerweise werden die Messer immer stumpf, wenn sie in der Geschirrspülmaschine sind. Nein, nö, keine Ahnung. Bei mir nicht. Die Sache ist, weil die Sachen gehen ja kaputt und weil wir halt so mega OP-Sachen haben, wie hier die Diamant-Axt. So mit Effizienz 5, Haltbarkeit 3, die wir mal gefunden haben. Wäre halt schade, wenn die kaputt geht, aber man kann die halt mit dieser Mod einfach in den Geschirrspüler packen. Muss man dann halt Seifenwasser machen, wofür wir eine Automatisierung gemacht haben. Und dann kann man automatisch Seifenwasser holen. So. Ist ganz cool. Beziehungsweise Sachen wir heil machen. Kannst du mal ganz kurz vorlesen, was im Chat steht? Das ist echt kacke, das neue Dashboard. Ich kann das echt nicht mehr lesen. Da fehlen die letzten Worte. Muss ich immer raten. Alles super bei mir und bei euch so? Ja, also bei mir ich kann mich nicht beschweren. Bei dir, Frank? Hm. Ja, bei mir. Achso, hier steht ja noch was. Bei mir ging es ganz gut. Jetzt bin ich hier. Passt du eigentlich schon mal? Mir kommt der Name irgendwie bekannt vor. Warst du schon mal im Scream oder? Ja, ich glaube ja. Weil irgendwie kommt mir der Name ein bisschen bekannt vor. Kann auch sein, dass ich mich da komplett vertue. So. Ey, normalerweise würde ich 10 mal. War das bei unserem 12-Stunden-Stream? Bei dem da hat man doch einen 8-Jährigen sogar dabei. Ja, gut. 8-Jährige, da freut man sich immer richtig, wenn die im Scream dabei sind. Naja, kann mich nicht mehr erinnern. Kann auch sein, dass wir uns total verhauen. Wirklich. Ja, also wir hatten schon über 2000 Zuschauer, glaube ich, inzwischen. Oder über 1000. Hier und haben halt einige was geschrieben und da kommt es halt manchmal so vor. Kannst du mal ganz kurz vorschreiben, ganz kurz vorlesen, was im Chat steht. Aber, aber auch das Gehirn eines dementen Leguans. Kann ich, kann ich. Wahrscheinlich habe aber auch das. Ich muss mal kurz weg, schreibt die Lara, okay. Und ja, genau. Ich habe aber auch nicht das Gehirn eines Leguans. Die Sache ist, normalerweise würde ich jetzt 20.000 Mal Werbung dafür machen, dass ihr mir doch bitte folgen sollt, aber da die Alerts nicht funktionieren und ich mich da ein bisschen für schäme, ähm, ich weiß nicht, ihr könnt gern folgen, aber... Und, äh, ich schreibe gerade, Jungs, tut mir leid, kann heute Abend nicht mehr schreiben. Kein Problem. Genieß den Stream trotzdem, falls du weiterguckst und macht den schönen Abend. Außer oben, was du noch machst. Vielleicht brauchst du ja die anderen. Wahrscheinlich gleich einiges sagt. So. Ah, wir, wir sind ja auch wahrscheinlich gleich raus. Wahrscheinlich gleich. So. Was haben wir denn hier, warte, ich brauche die Setzlinge mal. Was hol ich denn dafür weg hier? Ja, Setzlinge, Setzlinge, Holz, Setzlinge. Äh, so. Zack, 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 zack. Kannst du mal ganz kurz Chat vorlesen? Es tut mir leid, ich dich hier gerade ein bisschen damit quäle, aber sobald es mir bei mir funktioniert, ist es selber. Bin zu dumm zum Schreiben, schreibt er. Nein, ich kann hier schreiben, aber bin zu dumm, um ordentlich schreiben zu können. Keine Werbung auf jeden Fall, aber kauft mein Merch. Auf jeden Fall. Keine Werbung, aber kauft alles von mir. Kauft mich 2,50 Euro, mehr koste ich nicht. Ähm, nein, ähm, nein, ich mag ja keine Werbung. Mag ich Werbung? War das Werbung? Nein, es war keine Werbung. So. Weiß nicht, ich könnte jetzt noch mal ins Nether gehen. Ne, ich weiß ja, was ich mach jetzt bei der Autobahn mal noch ein bisschen was. Ah, so lange mach ich auch nicht mehr. Vielleicht mal noch die 6 Stunden voller mehr Marjone. Ähm, mh, weil, so, ich hab aber erst mal da unten das ganze Glas in die Kisten. Äh, in die, ja, mein Gehirn in der, ich kann das Wort nicht. Ja, mein Gehirn in der Dose, warte, äh, wie klein ist die Dose denn? so. Äh, nee, dann. Ach, Mann. So, dann mach ich mal hier ein bisschen was davon und leg mich erstmal ins Bett und dann hau ich hier mal noch eine Etage rauf und dann, weiß nicht, Frank, was sagst du, was sollte ich machen? Sollte ich ein bisschen, Kies holen und an der Autobahn die upgraden. Wir hatten ja vor, an der Autobahn ein bisschen, Entschuldigung, ein wenig, ähm, noch die Straßenlinien ein bisschen zu verbessern oder, ähm, ich hole im Nether noch ein bisschen Säulen. Ein paar Quarzsäulen hier fürs Haus. Hm, Quarzsäulen sind natürlich auch nicht schlecht. Am Netherbaum, ist ja, ist ja, deine Entscheidung jetzt? Bin ich da nicht beeinflusst. So. Eigentlich ist es egal. Also mir ist es egal. So. Eine Autobahn aus Kies ist ja komplett OP. Nein, die Autobahn, wir spielen doch, wir spielen doch live in the woods und da kann man den Kies zu Asphalt machen und da bewegt man sich dann schneller drauf. Da braucht man denn nicht mehr sprinten, um schneller zu sein als mit Sprinten. Wenn man denn noch sprintet, dann ist man natürlich mega schnell. Und das ist so, die haben wir schon ziemlich weites Stück, ich kann es ja mal auf der Karte zeigen. Die haben wir schon einmal hier runter und hier, da haben wir einmal komplett die Autobahn lang gezogen, aber die ist jetzt nicht, die ist jetzt nicht mehr so, wie wir es eigentlich wollten, deswegen, beziehungsweise wir haben eine geile Erweiterung gefunden, mit der es nochmal ein Stückchen geil aussieht und das machen wir jetzt. Live in the woods und ihr baut eine Autobahn in den Wald. Ja, aber ich sag's mal so, pass mal auf, kleine Ausrede am Rande, hab ja vorhin gesagt, wir wollen jetzt nicht so after humans und so, dass das halt komplett so technisch ist, wir wollen halt den Live in the woods Flair mit drin lassen. Jetzt kommt die Ausrede, aber das war ja bei Live in the woods schon drin. Also, kann ich jetzt nix für. Dit war schon so. Mehr kann ich dazu nix sagen. So. Wir können auch gleich mal auf Main Bay was kaufen gehen. Wir haben ja so einen Computer hier bei Live in the woods, beziehungsweise nicht bei Live in the woods, das ist durch eine andere Erweiterung mit reingekommen. Und ja. Da knallst du doch mit dem Gesicht gegen die zweiten, gegen den zweiten, äh, gegen jeden zweiten Baum, sorry. Da siehst du aber auch aus zehn Kilometern, dass jemand kommt, wenn die ganzen Vögel von den Bäumen flattern. Ja, auf jeden Fall. Wie so ein Riese. Ist doch geil. Beschwert euch hier mal nicht. Ist ja auch nicht, was ihr habt. Also, so. Ich weiß gar nicht, eins noch so. Ne, genau. Nein, also die ist ja, wartet, äh, juckt am Arm. So, ähm, die Autobahn, die ist ja, ähm, ich könnte euch jetzt zeigen, soll ich, weiß nicht, soll ich einmal die Autobahn langrennen? Einfach um den Stream das zu zeigen? Ach, wisst ihr was, ich mach das jetzt. Mhm. Um, um meine Ehre zu verteidigen. Mhm. Kannst du auch ganz kurz noch mal den Chat vorlesen? Ich sehe immer nur, da steht was, aber was steht? Ja, Moment. Ähm, ähm, ich beschwere mich auch nicht, das produktivste, ähm, das ist produktive, äh, produktive Kritik, du Opfer. Spaß. Nein, aber, ich kann ja mal zeigen, wir laufen jetzt einmal die Autobahn entlang, damit ich mich verteidigen kann. So, passt auf. Hä? Ich könnte jetzt auch noch, ähm, wartet, sprinten, dann bin ich so schnell unterwegs, aber, ähm, wir haben auch eine U-Bahn gebaut, die U-Bahn ist wesentlich effektiver als die Autobahn. Gut, hier geht's auch nochmal lang, ähm, aber, äh, uns ist aufgefallen, dass, ähm, die Autobahn totaler Zeitverschwendung eigentlich war. Und, was ist das für eine Autobahn, die A 0 815? Ne, das ist die, ähm, A 69. Ne, Entschuldigung. Ähm, hey, Verzögerung im Stream, haut grad voll hin, oder? Und man kann dich nicht sehen. Man kann mich nicht sehen? Wie, man kann mich nicht sehen? Achso, falls du eben, irgendeine, ne, Mimik oder sowas dazu gemacht hast. Achso. Kennst du den Ausdruck? Keine Ahnung, was da ist. Ah, ohne Spaß, das ist so mega, die Scheiße, was ich hier grad mache, diese ganze Autobahn entlang zu rennen. Wir wollen auf der ganzen Autobahn diese Mittelstreifen durch andere ersetzen, die am Anfang auch schon platziert sind. Ähm, das wird nochmals lustig, das machen wir vielleicht im nächsten Stream. Wenn Pascal dann noch wieder dabei ist, vielleicht streamen wir nächstes Mal. Wobei, doch, nächstes Mal vielleicht auch nochmal ein bisschen länger, aber übernächstes Mal, denn wahrscheinlich nur noch so bis 23 Uhr, das war 4 Stunden Stream. jetzt streamen wir ja schon fünfeinhalb Stunden. Reicht ja nicht. Na doch, fünfeinhalb. Also, das wird nächstes Mal vielleicht noch so lange, also nächste Woche Dienstag und übernächste, so maximal 4 Stunden, sag ich mal, weil dann fängt wir Schule an und ja doch, vielleicht auch mal 5 Stunden. So. Ja, hier ist die Kreuzung. Hier kommt dann, wie gesagt, das wird alles ersetzt und dann geht es da nochmal ungefähr so ein Stück und ich gehe jetzt aber zurück, weil mir das zu doof ist. Ähm, wisst ihr was? Ne, nein, ich laufe. So. Aha. So. Ne, dann hole ich jetzt auch kein Kies mehr, dann, ähm, dann baue ich jetzt noch eine Etage oben rauf und dann höre ich auch erst mal auf. Wir müssen es ja jetzt nicht gleich wieder übertreiben, oder? Und Frank wird ja auch langsam müde, der kann ja nicht die ganze Zeit sich um Chat kümmern und wir wollten ja nachher und noch nach dem Stream nochmal kurz ein Meeting machen, in Anführungszeichen, weil heute im Stream da ist was vorgefallen und darüber wollten wir nachher nochmal konferieren. Ja, das Wort gibt's. Dann können wir euch auch gleich mal hier für die Leute, die im Stream zuschauen, könnt auch gerne mal auf dem YouTube-Kanal schauen, da gibt's, ähm, das ganze Projekt mit über 80, ne, über 80 Folgen haben wir aufgenommen, ähm, 75 Folgen, haut es hin, ne, 73 Folgen. Ähm, live in the woods, täglich kommt da eine Folge im Wechsel bei Pascal und bei mir, ähm, Pascal findet er dann auch da bei YouTube und, ähm, genau. Hm. Ähm, also wenn ihr wollt, könnt ihr da mal vorbeischauen, ein Abo dalassen oder so, oder einfach mal ins Let's Play reingucken, wie es euch gefällt. Könnt ihr auch mal sehen, was wir alles schon geschafft haben, weil, ähm, hier zum Beispiel, oh, das war eine lange Nachricht. So, hier kann's ja noch runtergehen und da machen wir auch noch einen vernünftigen Weg hin. Derzeit ist es noch ein bisschen über Bäume und so. Aber auf jeden Fall kann man hier lang gehen, so. Hm, 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 hm. Hehe. Und dann kommt hier ein kleines Dorf, was wir eigentlich riesig machen wollten, ja, wo wir inzwischen durch eine Pause reingemacht haben. Hier kommt irgendwie sowas wie ein Konferenzsaal noch hin. Ja. Hamster schreibt, Krabber, das steht für unordentlich durcheinander oder schlampe. Schlampe, okay. Lassen wir das. Wie auch immer. Wenn du jetzt jemanden siehst, der seine Haare komplett zerzaust hat und die Hosen in die Kniekehlen hängt und das T-Shirt ein halbes Kleid ist, kann man das als 0815-Typ bezeichnen. Wenn ich das jetzt von meinen Eltern richtig interpretiert habe. 0815, ja, okay. Das T-Shirt Ja, das haut ungefähr so hin. Haare zerzaust, warte mal. Dann nutze ich jetzt doch die Gelegenheit mal. Mach meine Cam an. Dann könnt ihr auch mal den neuen Blackscreen sehen. Ähm, hi. Ich hatte vor anderthalb Jahren noch eine nahezu glatze. Wartet. Jetzt übertreibt er. Was? Ja, ist schon wieder aus. So. Wollte nochmal kurz zeigen, wie schön meine Frisur ist. So. Aber ich hab schon keinen Friseurtermin. So. Genau, dann geht's hier noch so. Da ist so ein kleines Häuschen, so was hoch ist, wo halt nichts drinsteht. Die ganzen Häuser haben wir keine Einrichtung. Die sind halt einfach nur Deko hier hinten. Gibt's dann noch das Haus, wo man hier so ein bisschen gucken kann? Nein, Spaß. So, ähm. Hier unten noch ein Keller, wo wir einen theoretisch, wir wollten das ja alles, das sieht halt derzeit einfach aus. Wäre halt auch cool, man richtet halt keins der Häuser ein und macht das dann wie ein verlassenes Dorf. Dann gibt's hier noch, ähm, ein Haus. Das ist ja halt cool. Überhaupt kein Haus einrichten und halt das... Naja, aber der Blackscreen hat mir gefallen. Danke. Ähm. Nee, ähm, dass wir das wirklich das Dorf halt so machen, komplett nichts einrichten, als ob das halt wirklich so... Man mag es kaum glauben, aber ich hab ja auch mal die Haare da so lang wachsen lassen. Also, nicht so ganz so lang wie du, aber... Danke, du hast die Glatze. ...mal, ähm, ja. Nein, ich hatte früher schon... Ich trage mein Haar jetzt auf. ...als Kind immer langes Haar, aber irgendwie hab ich, äh, dann irgendwann, weil irgendwie alle Kurzehaare hatten, hab ich dann auch gesagt, Kurzehaare, aber ich sag mal so, das ist genauso wie mit WhatsApp-Profilbildern, man kann es niemandem recht machen, weil sich immer jemand beschwert, egal was man macht, immer beschwert sich jemand. Also, ich Kurzehaare, äh, da kann man viel mehr draus machen, als... wo ich, wo ich jetzt halt Tierehaare hab, halt allem viel zu lang. Darum, macht's einfach, wie es euch gefällt. Es ist scheißegal. Ähm, es ist scheißegal. Macht's so, wie es euch gefällt, weil ganz ehrlich, mir gefallen... Ist grad ne Übergang. Ich will dir halt echt lang wachsen lassen und dann irgendwie Zopf draus machen oder so. Mal gucken, was es hier gibt, aber macht's so, wie es euch gefällt und lasst halt euch echt von jemandem beeinflussen, weil es nervt halt nur was andere sagen. So, dann kann man hier noch nach unten gehen und dann ist hier so eine kleine Gasse, so eine geheime. Und hier wollten wir so einen geheimen Kräuterladen oder so machen. Auf jeden Fall, mal gucken. So, ähm... Hier noch eins. Wie bitte? Er schreibt gerade, du zeigst die Häuser, gehst in eins davon und dein Kommentar und hier ist noch ein Haus. So, hier ist noch ein Haus, ähm... Und was haben wir zu der Seite? Ein... Haus, ähm, genau. Ne, das hat Pascal dann gebaut. Pascal ist so fürs neuere Viertel zuständig. Sieht halt auch ganz geil aus, aber ich stehe halt eher auf die alten. Ähm... Ich weiß grad nicht, was ich da gesagt habe, aber... Ihr versteht das schon, oder? Ich hoffe nicht. Ähm... Genau, und hier in der Mitte ist noch eine Bar. Da haben wir uns richtig Mühe gegeben. Na, sieht voll geil aus eigentlich, finde ich. Und dann kann man hier noch mit dir, beziehungsweise hinten noch runter gehen. Und... Dann hat man hier... Keine Ahnung, hier machen wir wahrscheinlich noch einen Steinmann hin oder so. Das ist halt alles so... Keine Ahnung, das ist halt... Wenn ich alleine auf dem Server bin und das alles so erzähle, dann fühle ich mich halt so, als wäre das Projekt vor zehn Jahren ausgestorben und das ist halt, ja, hier wollten wir eine Steinwand hinmachen, hier wollten wir noch ganz viele Häuser bauen, jetzt ist aus dem ausgestorbenen Dorf und die Autobahnen sollten noch weitergehen. Dann fühlt es sich irgendwie an, als würde es das Projekt schon gar nicht mehr geben. halt voll das seltsame Gefühl. So. Und jetzt mal ganz kurz... Ach so, ihr seht gerade eh nichts und ich habe auch kein Bett bei. Scheiße. Ich habe gerade... Kennt ihr das? Ja, warte, warte. Kannst du es gleich vorlesen? Ich möchte erst mal ganz kurz was sagen. So. Die Fläche hier, da war früher ein riesiger Berg, also riesig, okay, vielleicht so zehn Blöcke hoch. Haben wir alles abgetragen, bis da hinten. Alles abgetragen. Ja. Alles weg, damit ihr die Baumfarme hin kann, die am Ende wahrscheinlich nie so groß wird. Aber okay. Ähm, ja, wer netzende vorliest. Frank? Frank? Hallo? Also das andere hat es ja, gerade ein bisschen in Stocken geraten, glaube ich, die verbinden. Ja, glaube ich auch. Die obere nachher, also erst mal die obere. Die hatte ich noch nicht und die kann ich jetzt auch nicht mehr lesen. Aber ohne Spaß, das neue Dashboard, das ist zum Kotzen. Ich kann nichts mehr lesen. Ich muss immer irgendjemanden fragen, ob er es mir vorlesen kann. Erstmal die obere, okay. Kennt ihr das morgens? Kennt ihr das? Montag, sechs Uhr, morgens. Okay, heute konzentriere ich mich richtig sehr in der Schule. Sie war eins, eine Minute nach Unterrichtsbeginn. Kennt ihr das? Ja. Das kenne ich. Wobei, nee, nicht mehr. Früher kannte ich das mehr. Aber ja. Ein geheimer Kräuterladen. Hust wie duhst. mhm. Nee, sowas war jetzt eigentlich nicht gemeint. Oh, man. Dunkler Setzling. Keine Ahnung, was wir damit noch machen. Ich weiß gar nicht, ich habe einfach nur die U-Bahn gezeigt. Äh, die Straßenbahn. Die U-Bahn zeige ich euch jetzt nicht. Aus Protest. Heißt? Also, in der Schulzeit bin ich nie zu spät gekommen. nicht zu meiner Schande gestehen. Ich bin, bedacht öfters mal zu spät gekommen. Bin einfach mal, also, was heißt, bin, also, ich gehe ja noch zur Schule. Ich, äh, mache das manchmal, einfach durch, also, jetzt eher weniger, aber früher habe ich das öfters mal gemacht. Ähm, bin dann mal ein bisschen noch vor der Schule mit irgendwelchen Leuten stehen geblieben, habe mich ein bisschen unterhalten. Und dann so getan, als irgendwie im Winter hat sich das immer ganz gut gemacht. Ja, Auto ist nicht gestartet. Aber jeder zweiten Woche wurde es dann auffällig. Vor allem, wenn du dann sagst, ja, was haben deine Eltern? Den neuesten BMW. Dann wird es auffällig. Nein, meine Eltern haben nicht den neuesten BMW. Und hatten sie auch nicht, aber. Ich war bei der Schule, wo es ein paar Minuten Laufweg war. Ja. Ich sag mal, ich mach sowas natürlich auch nur bei Lehrern, die dann halt auch mal, ja, okay sagen. Aber, ja, Lehrer, die selber haben. Und früher hat man sich das auch, glaube ich, nicht getraut, ja. Ja, früher war das das andere. Die Lehrer kannten alle, kannten jeden der Eltern und, naja. Wie ist das heutzutage? Also, meine Eltern wissen wahrscheinlich nicht mal, wie mein Schulleiter ist. Doch, aber die wussten, die wussten bis vor einem Jahr oder so nicht, wie mein Klassenleiter heißt, der jetzt nicht mal mehr mein Klassenleiter ist. Ähm, aha, wenn denn, Entschuldigung, ich kann es nicht lesen. Frank, kannst du ganz kurz mal unter die Arme greifen? Einmal die Verbindung stockt hier dauernd. Ähm, aha, wenn, ähm, wenn dann, ähm, nochmal, sorry, äh, wenn dann ich in das Spiel komme, Hamsterzocken, join the game. Okay, das war flach. Ach, schreibt er. So. Äh, steht schon wieder was drin, ich kann es halt echt, es ist halt, ohne Spaß, nee, muss ich mir mal was überlegen, wie das hier geht, beziehungsweise, bis die Alerts wieder gehen, wenn die wieder gehen. es halt übrigens in das Spiel komme, äh, nicht in dem, okay, es wird schlimmer. So. So, wie gesagt, wir machen nur die Etage fertig, dann gehe ich auf den Talkbildschirm und dann... Ja, normalerweise liest man nicht wie in Erstklässler, aber, äh, manchmal passiert das halt. Ah, 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 ich bin halt auch ein bisschen geistig. Nicht mehr ganz sehr auf der Spitze meines Lebens. Unsere Lara ist wahrscheinlich eingeschlafen, ne? Wahrscheinlich. Aber, ist doch richtig so, um die Zeit. Beneide ich Leute darum, wenn sie nicht schlafen. Es gibt halt so einen bestimmten Punkt, wenn ich den überbrückt habe, dann kann ich einfach nicht mehr schlafen. Hm, da ist man übermüdet. Und wenn du über den Punkt drüber weg bist, dann ist es eigentlich egal. Das ist halt das Problem. Das hatte ich halt die letzten drei Nächte. Ich konnte halt nicht schlafen. Ich habe halt zwei Stunden gebraucht zum Einschlafen und dann so, ja, um sechs, um sieben. Super Sache. Ähm, ne, keine Ahnung. Ist auch nicht ganz so. Da kann man sich auf den Kopf hauen. Da schläft man nicht mehr ein. Das ist echt seltsam. Man ist todmüde, aber kann trotzdem nicht schlafen. Ja. So. In der Etage machen wir gleich das mega luxuriöse Ding hier. Und zwar... Ich kann nicht schlafen, wenn es hell ist, schreibt Hamster. Ich konnte früher nur bei offener Tür und Licht im Flur schlafen. Ist jetzt auch anders. Also Licht geht überhaupt nicht, offene Tür... Ne, eigentlich auch nicht. Stört mich. Aber früher? Hm. Das waren so diese Angstzeiten, weißt du noch? Ich hatte ja früher vor diesen einen gewissen Sänger ein wenig, ähm, psychische Probleme. Ähm, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Die können wir mal irgendwie über ein anderes... Das passiert da auch überhaupt nicht hin. Waren auf jeden Fall keine tollen Zeiten. Ähm. Ich war besessen. Nein, ich war nicht besessen. Ich war einfach nur im Komplett. So, was steht, ähm, richtig nervig? Ja, naja, ich sag mal, ähm, ich hab bei mir, ich hab so ein kleines Fenster, so Milchglasfenster, also klein, also halt so an der Tür. Ja, manche brauchen sie erst wirklich Stock, Stockfenster. Ja. Ja, auf jeden Fall, wir haben da so, wir haben da so kleine Fenster und ich hab das neulich einfach, hab ich mir ein paar Stücken Pappe genommen, vor das Fenster geklatscht, fertig. Ja, Hamster schreibt gerade ein gewisser Sänger, Snoop Dogg? Nein. Viel schlimmer, nein, man, der ist viel schlimmer, Snoop Dogg geht ja. Ähm, so, und hier, hier kommt jetzt das Klonen und dann kackt man praktisch ins nichts. Ähm, so. Nein, ähm, es war tatsächlich ein anderer Sänger. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzähle. Ich weiß nicht, soll ich? Ähm. so. Oh, scheiße. Habe ich einen Block zu viel gesetzt. Kacke, ganzes Leben zu Ende. Was mache ich denn jetzt? So. Habe ich irgendwie noch eine Spitzhacke? Nö. Baue ich mal wieder mit der Faust ab. Oh, ich muss niesen. Scheiße. Und normalerweise müde ich mich dafür. Ich kann es mal ganz kurz vorlesen, sehe ich wieder so rissweise. Würde gerne wissen, was da steht, aber. Ich bin um 5 Uhr morgens im Stream von einem Kumpel. Meine Eltern stehen schon auf, ähm, um zur Arbeit zu fahren. Es wird hell und ich kann, äh, bis zum 8 Uhr morgens nicht schlafen. Ja, kenne ich. Habe ich, äh, in Sommerferien als öfters gehabt, aber, ähm, da bringt halt auch gar nichts. Wäre denn noch so eine warme Spiele Luft und draußen fangen alle an zu arbeiten und man wohnt nicht gerade auf dem Dorf. Ich wohne auch nicht mitten in der Stadt, keine Frage, aber, ähm, aber es ist trotzdem so, dass hier gefühlt jeder, um mich zu wecken, um 3 Uhrs anfängt zu arbeiten. Ich weiß nicht warum. Alles Arschlöcher. So. Einmal das Glas hier noch schüsseln. Und was brauchen wir noch? Ein paar Seifenheimer. Kommt der hier mal ganz kurz rein. Ich muss diese ganze, das ganze, den ganzen Sand mal irgendwie loswerden. Ah, ich habe ja noch Gizi. Da mache ich mal das hier rein. So. Wartet hier. Start. Ja, klar. Ein Keksglas mache ich jetzt einfach ein bisschen Seifenwasser rein. Warum denn nicht? Frank, kannst du noch ganz kurz einmal den Chat vorlesen? Und ich höre dann jetzt auch gleich auf zu streamen. Winden ist es doch eigentlich komplett egal, ob es hell ist draußen, oder? Da hast du wahrscheinlich die innere Uhr, die Bio-Uhr, die einem wahrscheinlich irgendwie im Unterbewusstsein sagt, ob es draußen hell ist, oder nicht. Im Unterbewusstsein. Ein schöner heißer Tee, entspannten Nachts auch schön, Schatt. Ja, also ich kann nur empfehlen... Obwohl, wenn einer schon immer blind war, dann weiß er natürlich nicht, was hell ist und was dunkel. Also das ist natürlich dann abstrakt. Also ich kann nur empfehlen, zum Einschlaf einen Kaffee trinken. Entkoffe ihn jetzt. Ja, den richtigen. So. Also du trinkst ja eh nur End-Coffee-Iniot, oder? Frank? Nein, ich glaube, er ist von uns gegangen. Hallo, Frank? Wollte man sagen, diese Connection-Probleme sind überhaupt nicht vorhanden. Die Verbindung stockt. Also irgendwie hat Discord-Probleme. So. Ach man, ich weiß gar nicht, was wir in diese ganzen Etagen reinhauen sollen. Beziehungsweise ich habe auch vergessen, in die Etage hier Glas zu setzen. Da muss ich wohl noch mal Kohle holen gehen. So. Aber Blinde haben doch ein übelstes Problem. Wenn die in die USA beispielsweise reisen, die haben doch einen extremen Jetlag, oder? Wie gesagt, durch die innere Uhr kann das natürlich bei denen auch vorkommen, dass die da nicht schlafen können. Es sieht halt so mega creepy aus oben auf dem Haus, schwebt halt so eine extra Etage, die halt überhaupt nicht verbunden ist. Nächstes Projekt ist auf jeden Fall, die Etagen miteinander zu verbinden. Aber nicht mehr heute und auch nicht mehr bis nächste Woche, sondern doch, also nächste Woche auf jeden Fall, aber nächste Woche Dienstag erst wieder, weil tatsächlich, wir werden nicht noch mal aufnehmen vor dem nächsten Stream. Liegt jetzt dummerweise so, dass vielleicht machen wir so Kleinigkeiten vor dem nächsten Stream noch mal der Pascal und ich. Vielleicht kommt Frank irgendwie noch mal in irgendeinen Stream dazu. Mal schauen, was sich ergibt und ihr wohnt doch in Deutschland, oder? Nee, wir sind Tschechen. Hört man das nicht? Nee, nee, wir wohnen in Deutschland. Nee, ich hoffe mal, dass es nächsten Dienstag was wird und warte, ich gehe schon mal runter. Warte, hier auf dem Talkbildschirm einmal rüber gehen. Hallo? Ähm, die Sache ist, ähm, in welchem Bundesland? Oh, das errätst du nie. Das ist ein ganz tolles Bundesland. Sehr gut. Vor allem, was... Landschaftlich toll gelegen, wunderbar, viel Grün drumherum. was da neulich so gewählt wurde und so, also neulich, vor zwei Jahren. Richtig schön, unser Bundesland. Ich würde ja gerne in Bayern leben. An der österreichischen Grenze. In Fischbach auch. Aber, welches Bundesland ist es wohl? Es darf geraten werden. Oh cool. Na, dich dran. Dich dran. Dich dran. Also, du wohnst in Sachsen, sprichst du auch so richtig schön Sächsisch, oder? Das ist auch so ein Klischee. Die Sachsen sprechen gar kein Sächsisch. Können das gar nicht. So. Aber wir wohnen in, ich sag's mal gleich, wir wohnen in Sachsen-Anhalt. Heute Abend rate ich gar nicht mehr. Bin ich zu dumm. Bei uns, bei uns brauchst du einfach, bis noch ein Anhalt hinten dran hängen. Ein Anhang. So. Ein Anhang. So. Ja, also nächsten Dienstag, ich hoffe, also bis dahin werden wir nichts machen, also aufnehmen werden wir auf jeden Fall nicht, bis nächsten Dienstag. Auf dem YouTube-Channel kommen jetzt noch neun Folgen, glaube ich. Ähm, vorm Stream. Na, selbst wenn, das, das, das wäre doch nicht schlimm. Ich finde das cool. Was? Was findest du cool, hä? Er schreibt gerade, nein, ich spreche nicht sehr Sächsisch. Und Spaß, Sächsisch ist der geilste Dialekt überhaupt. Ich sechsel auch ganz gerne mal, ich probiere es jetzt, nee, also ich mache es jetzt nicht, aber ich sechsel echt gerne, also, Sächsisch, äh, meine Ur-Oma meinte immer, wir sind Sachsen, wir sind Sachsen, also müssen wir Sächsisch reden. Ja, Sächsisch. Aber ich rede Hochdeutsch. Äh, so richtig. Oh, schade. So richtig Klischee Sächsisch reden kann ich nicht, oh. Warum so richtig, doch Klischee, ja, ich kann, glaube ich, gerade Klischee Sächsisch, weil es halt das Klischee ist. Weißt du? Weil ich, 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 kann kein richtiges Sächsisch, ich kann, glaube ich, auch nur Klischee, das heißt Klischee Sächsisch. Sächsisch ist doch, ist doch cool, ja, genau, das ist, das machen die ja nicht mit Absicht, das ist ja so, da wird ja meistens wirklich so gesprochen. und ich finde es auch total, ich finde es cool, also, Sächsisch, ganz hoch auf meiner Favoriten, also, beziehungsweise, na gut, holländisch ist jetzt natürlich sprachlich gesehen nochmal eine ganz andere Liga, ähm, aber gut, darum soll es jetzt nicht gehen. ähm, Leute, ihr könnt gern, falls ihr nächsten Stream, ähm, das ist echt bescheuert. Was? Das ist noch viel schlimmer wahrscheinlich. Aber, ähm, ihr könnt gern nochmal einen Forderer da lassen, wenn ihr den nächsten Stream nicht verpassen wollt, ähm, der wird dann wahrscheinlich nächsten Dienstag um 19 Uhr sein, ähm, bis, es heißt Open End, also wahrscheinlich so bis 0 Uhr, Pascal ist wahrscheinlich so bis 23 Uhr, keine Ahnung, irgendwie so. Pascal war ja, bis wann, war Pascal heute, wollte bis 23, war dann, aber glaube ich, bis, ähm, 23, 30 dabei. Ähm, also Leute, danke, dass ihr dabei wart, ähm, und genau, bis zum nächsten Stream wird sich nichts ändern an der Welt, aber auf dem YouTube-Channel kommen jetzt noch ein paar Folgen, die bis zu den Stand von heute, ähm, am Anfang des Streams. Wirklich, vielleicht ist es untergegangen bis dahin. Was? Worüber redest du gerade, Frank? Ja, äh, weil du gesagt hast, die Welt wird sich bis dahin nicht ändern, aber vielleicht ist es bis dahin. Ja, 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 okay. Nein, also in der Minecraft-Welt, ähm, da wird nichts passieren. Vielleicht so ein paar kleine Nebenebenefolge machen, aber sonst wird da nicht groß was passieren. Also, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr kommt noch, noch mal. Vielleicht lasst ihr einen Follower da. Müsst nicht. Vielleicht findet ihr mich auch so noch mal. Aber, toll, dass ihr dabei wart und, äh, schön, wie ihr den Chat zugespampt habt. Und für die beiden, die auch noch da waren, wo das jetzt nicht so, ähm, geil war, ähm, hoffentlich guckt ihr den nochmal vorbei. Ich sag's jetzt einfach mal so, ganz ehrlich. Ist jetzt nicht bloß gemacht, doch ist es, aber okay. Ähm, gute Nacht, Jungs. Gönnt euch ihr Sahnetörtchen. Nachti, Nachti. Hau rein. Dankeschön. Also, danke fürs Zuschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Also, tschüss. Willst du auch noch Schüs sagen, Frank, oder warst du das jetzt? Geil. Ja, aber ich denke mal, auch ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Tschüss. 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 Vielen Dank.